Sie hören John Katzenbach, der Täter. Aus dem Amerikanischen von Anke und Eberhard Kreuzer. Gelesen von Simon Jäger. Die Geschichte, sagte Stephen, ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen versuche. James Joyce, Ulysses. Ein verhinderter Tod In den frühen Abendstunden einer drückend schwülen Hochsommernacht in Miami Beach beschloss Simon Winter, ein alter Mann, der sich über viele Jahre beruflich mit dem Tod beschäftigt hatte, seinem Leben ein Ende zu setzen. Auch wenn es ihm leid tat, anderen einige Drecksarbeit zu hinterlassen, begab er sich langsam zu einem Wandschrank im Schlafzimmer und zog eine verkratzte, kurzläufige Detective Special aus einem ausgeblichenen, schweißverfleckten Lederholster. Mit Mühe klappte er die Trommel auf, holte fünf der sechs Kugeln heraus und steckte sie sich in die Hosentasche. Auf diese Weise, hoffte er, wäre jeder Zweifel an seinen Absichten ausgeräumt. Ohne den Revolver aus der Hand zu legen, begann er nach Stift und Papier zu kramen, um einen Abschiedsbrief zu schreiben. Zu seinem Ärger nahm das einige Minuten in Anspruch, und erst nachdem er in der Schublade seiner Kommode einige weiße, gebügelte Taschentücher, Krawattennadeln und Manschettenknöpfe zur Seite geschoben hatte, entdeckte er ein einziges, unbeschriebenes Blatt blauliniertes Notizpapier und einen billigen Kugelschreiber. Nun denn, dachte er, dann faß dich eben kurz. Während er überlegte, ob er noch etwas vergessen hatte, machte er vor dem Spiegel Halt und betrachtete sich. Recht passabel. Sein kariertes Freizeithemd war ebenso wie seine kakifarbene Hose, die Socken und Unterwäsche sauber. Vielleicht sollte er sich rasieren, überlegte er, als er mit dem Rücken der Hand, in der er die Waffe hielt, über die Stoppeln strich, doch dann fand er es übertrieben. Ein Haarschnitt hätte nicht geschadet. Doch stattdessen strich er sich nur einmal mit der Hand durch den weißen Schopf. Keine Zeit, dachte er. Plötzlich fiel ihm wieder ein, dass er als Junge einmal gehört hatte, die Haare würden auch nach dem Tod noch weiter wachsen. Haare und Nägel. Er wünschte sich, dass es stimmte. So etwas gehörte zu den Geschichten, die unter Kindern in heiligem Ernst als Flüsterpost die Runde machten und in dunklen Zimmern unweigerlich zu Gespenstergeschichten überleiteten. Zu den Widernissen des Älterwerdens, dachte Simon Winter, gehörte der Verlust der Mythen. Er wandte sich vom Spiegel ab und warf einen flüchtigen Blick durchs Zimmer. Das Bett war gemacht, in der Ecke lag kein Haufen schmutziger Wäsche, seine Einschlaflektüre, Taschenbuchausgaben von Krimis und Abenteuergeschichten, war auf dem Nachttisch gestapelt und, wenn auch nicht eben ordentlich, so doch einigermaßen vorzeigbar. Etwa so wie er selbst. Jedenfalls ging es Maß an durcheinander, nicht über das hinaus, was man von einem alten Junggesellen oder, nebenbei gesagt, auch von einem Kind, erwarten durfte. Die Parallele beschäftigte ihn eine Weile und gab ihm am Ende das unverhoffte Gefühl, irgendwie werde alles gut. Durch den Türspalt ins Badezimmer fiel sein Blick auf das Fläschchen Schlaftabletten, und er spielte mit dem Gedanken, statt seines alten Dienstrevolvers, diese zu verwenden, fand es dann aber feige, sich auf solche Weise umzubringen. Innerlich redete er sich gut zu. Du solltest so viel Schneid aufbringen, in den Lauf deiner Waffe zu blicken, und dir nicht einfach einen Haufen Pillen reinwerfen, um sanft, doch unwiderruflich hinüberzudämmern. Er ging in die Küche. Im Ausguss stand der Abwasch eines Tages. Während er darauf starrte, krabbelte eine riesige Schabe auf den Rand eines Tellers und rührte sich nicht mehr vom Fleck, als verfolgte sie gespannt, was Simon Winter als nächstes vorhatte. »Widerliche Biester«, knurrte er laut. »Verfluchte Kakerlake!« Er hob den Revolver und zielte. »Peng«, sagte er. »Ein einziger Schuss. Hast du übrigens gewusst, Viech, dass ich immer die besten Trefferquoten erreicht habe?« Bei dem Gedanken seufzte er, bevor er mit einem Lächeln die Waffe und das Blatt Papier auf die Arbeitsplatte aus billigem, weißem Linoleum legte, sich das Geschirrspülmittel griff und zügig mit dem Abwasch begann. Sauberkeit ist das halbe Leben. Zwar kam es ihm ein wenig albern vor, als letzten Akt auf Erden Teller zu spülen, andererseits war ihm klar, dass es an jemand anderem hängenbleiben würde, falls er es unterließ. Das wiederum war nicht seiner Art. Er machte keine halben Sachen, die andere zu Ende führen mussten. Die Kakerlake roch wohl die Seifenlauge, spürte, dass sie sich in tödlicher Gefahr befand. Er griff quer über die Platte die Flucht und entkam seinem halbherzigen Schlag mit dem Schwamm. »Naja, du magst davonlaufen, aber entkommen wirst du mir nicht.« Er griff unter den Ausguss und fand eine Dose Insektenspray. Er schüttelte sie energisch, dann richtete er einen Strahl in die ungefähre Richtung, in die das Insekt sich verkrochen hatte. »Wir werden wohl zusammen das Zeitliche segnen.« »Ungeziefer«, stellte er fest. Die Wikinger, fiel ihm wieder ein, töteten einen Hund und legten ihn einem Mann zu Füßen, bevor sie ihn bestatteten, damit ihm das Tier auf dem Weg nach Valhall Gesellschaft leistete. Konnte man sich einen besseren Gefährten denken als einen Hund, der wahrscheinlich darüber hinwegsehen würde, dass die barbarische Sitte seinem eigenen Leben ein vorzeitiges Ende setzte? Wenn ich einen Hund besäße, dachte Simon Winter, dann könnte ich ihn zuerst erschießen. Doch ich habe keinen, und außerdem würde ich es nicht tun. Also muss ich als Weggefährten zu meinem Valhall mit einer Kakerlake Vorlieb nehmen. Er schmunzelte bei der Frage, worüber er und das Ungeziefer sich wohl unterhalten würden. Bei Lichte betrachtet gab es durchaus Gemeinsamkeiten, denn sie hatten beide in den weniger appetitlichen Ritzen und Winkeln des alltäglichen Lebens herumgewühlt. Mit einer schwungvollen Geste wischte er den Ausguss sauber, legte den Schwamm in die Ecke und kehrte mit dem Blatt Papier sowie dem alten Revolver in sein bescheidenes Wohnzimmer zurück. Er setzte sich auf das fadenscheinige Sofa und legte die Waffe vor sich auf den Tisch. Dann nahm er das Blatt sowie den Kugelschreiber, dachte einen Moment nach und schrieb, Erklärung. Ich bin von eigener Hand gestorben. Ich bin alt, müde und einsam und habe schon seit Jahren nichts Nützliches mehr geleistet. Tja, das stimmt alles, dachte er. Aber die Welt scheint mit jedem Toten ganz gut zurechtzukommen. Demnach besagt das hier nicht viel. Er tippte sich ein paar Mal mit der Kugelschreiberspitze an die Zähne. Sag, was du wirklich meinst, meinte sich Simon Winter in schulmeisterlicher Manier. Zügig schrieb er weiter. Ich fühle mich wie jemand, der allzu spät bemerkt, dass es an der Zeit ist, abzutreten. Schon besser, dachte er mit einem trockenen Lächeln. Und nun zum geschäftlichen Teil. Ich habe etwas über 5000 Dollar auf einem Sparkonto bei der First Federal. Ein Teil davon soll darauf verwendet werden, diese alten Knochen zu verbrennen. Falls jemand die Freundlichkeit besäße, meine Asche am Government-Cut ins Wasser zu streuen, wüsste ich das zu schätzen. Simon Winter hielt im Schreiben inne. Es wäre schön, überlegte er, wenn in dem Moment ein Schwarm Tarpune, die sich dort tummelten, an die Oberfläche käme, um nach Luft zu schnappen und sich auf die Meerbrassen oder die kleinen Makrelen zu stürzen. Das sind prächtige Tiere. Mit ihren riesigen Silberschuppen und den mächtigen, sensenförmigen Flossen erinnern sie an fahrende Ritter im Panzerhemd. Sie gehören zu einem urzeitlichen Stamm, der die Jahrhunderte unverändert überdauert hat, und einige von denen sind wahrscheinlich so alt wie ich. Ihm kam die Frage in den Sinn, ob ein Tarpun jemals des Schwimmens müde wurde, und wenn ja, was er dann tat. Vielleicht drosselte er nur das Tempo und hatte es nicht so eilig, wenn ein Hammerhai den Schwarm verfolgte. Wäre nicht das Schlechteste, als Tarpun wiedergeboren zu werden? Er schrieb weiter. Das verbleibende Geld sollte an den Witwenfond der Polizeidienststelle Miami Beach gehen, oder wie auch immer das heute heißt. Es sind keine Angehörigen zu benachrichtigen. Ich hatte einen Bruder, der jedoch gestorben ist, und von seinen Kindern habe ich seit Jahren nichts gehört. Ich habe das Leben genossen und das eine oder andere zu Wege gebracht. Falls jemand interessiert ist, im Schlafzimmer ist ein Album mit ein paar Zeitungsausschnitten zu meinen alten Fällen. Zuletzt schloss er mit einem kleinen Eigenlob, bevor er mit einer Entschuldigung schloss. Es gab einmal eine Zeit, da konnte ich es mit jedem aufnehmen. Tut mir leid, solche Umstände zu machen. Er überlegte, las die Nachricht noch einmal durch und unterzeichnete mit einem eleganten Namenszug. Simon Winter Detective AD Er holte einmal tief Luft und hob die Hand in Augenhöhe. Sie war ruhig. Er betrachtete seine Zeilen. Auch in seiner Schrift war kein Zittern zu erkennen. Dann wollen wir mal, dachte er. Du hast schon Schlimmeres durchgemacht. Worauf wartest du also noch? Er packte die Waffe und legte den Finger an den Abzug. Jede Phase im Bewegungsablauf spürte er bis ins kleinste Detail. Die Spannung in seinem Finger am Abzug aktivierte die Sehne an seinem Handrücken. Als er die Waffe hob und das Handgelenk ausrichtete, um sie ruhig zu halten, fühlte er die Muskeln im Unterarm. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Im Kopf stieg ihm eine Flut von Erinnerungen auf. Er befahl seinen Augenlidern, sich zusammenzukneifen, um keinen Funken Zweifel zuzulassen. Also, dachte er, los, es ist soweit. Simon Winter drückte sich den Lauf seines Revolvers gegen den Gaumen und fragte sich, ob er den tödlichen Schuss noch spüren würde. Und in dieser Sekunde des Zauderns, dieser winzigen Verzögerung, wurde die Stille, die er um sich legte, durch ein lautes, energisches Klopfen an der Wohnungstür erschüttert. Das Geräusch krachte in seine selbstmörderische Konzentration und ließ ihn heftig zusammenzucken. Im selben Moment wurden ihm dutzende kleine Empfindungen bewusst, als forderte die Welt mit einem Schlag seine Aufmerksamkeit. Vom Druck, den er mit seinem Finger am Abzug ausübte, schien ihm jeden Moment die Haut zu platzen. Wo er mit einem glühenden Schmerz und rascher Umnachtung gerechnet hatte, schmeckte er jetzt das beißende Metall des Revolverlaufs und wirkte vom stechenden Geruch der öligen Reinigungsmittel, mit denen er die Waffe gesäubert hatte. Seine Zungenspitze stieß an den eisigen Stahl des Abzugbügels und erhörte seinen pfeifenden Atem. In der Ferne dröhnte der Dieselmotor eines Busses vorbei. Er überlegte, ob es der A30 Richtung Ocean Drive oder der A42 auf dem Weg zu Collins Avenue war. An der Fensterscheibe summte in Panik ein Insekt und ihm fiel ein, dass an einem der Fliegengitter ein Riss zu flicken war. Er öffnete die Augen und ließ die Waffe sinken. Es klopfte ein zweites Mal und noch energischer an der Tür. Die Eindringlichkeit setzte seine Entschlusskraft außer Gefecht. Er legte seinen Revolver auf den Abschiedsbrief und stand auf. Draußen hörte er jemanden rufen. »Mr. Winter, bitte!« Die Stimme klang schrill und verängstigt. Die Stimme klang vertraut. »Es ist schon dunkel«, dachte er. »Seit zwanzig Jahren hat nach Sonnenuntergang niemand mehr an meine Tür geklopft.« Für einen Moment vergaß er, dass ihm das Alter in den Knochen saß und eilte zur Tür. »Ich komm ja schon! Ich komm ja schon!« rief er laut, bevor er mit der vagen Hoffnung öffnete, etwas Bedeutsames hereinzubitten. Die ältere Frau, die vor der Wohnung stand, versprühte Angst wie einen Funkenregen. Ihr Gesicht war blass und starr, aufs Äußerste angespannt, und sie sah Simon Winter derart hilflos an, dass er wie unter einer starken Böe einen Schritt zurücktrat und einen Moment brauchte, bis er seine Nachbarin, die seit nunmehr zehn Jahren ihm gegenüber wohnte, wiedererkannte. »Mrs. Milstein, was ist denn passiert?« Die Frau streckte die Hand aus und packte ihn am Arm, während sie immer wieder den Kopf schüttelte, als wollte sie ihm mitteilen, dass ihr vor Angst jedes Wort im Halse stecken bleibe. »Fehlt Ihnen etwas?« »Mr. Winter«, brachte die Frau schließlich langsam zwischen kaum geöffneten Lippen heraus. »Gott sei Dank sind Sie zu Hause. Ich bin so allein, und ich wusste mir nicht zu helfen.« »Kommen Sie rein! Kommen Sie rein!« »Was ist passiert?« Sophie Milstein trat schwankend näher. Wie ein Bergsteiger, der in den Abgrund zu stürzen droht, grub sie Simon Winter die Nägel in den Arm. »Ich hab's zuerst nicht geglaubt, Mr. Winter,« fing Sophie Milstein leise an. Doch dann gewann sie an Fahrt, bis sich ihre Worte förmlich überschlugen. »Ich glaube, keiner von uns konnte es glauben. Es schien alles so lange her. Wie konnte er hier sein, ausgerechnet hier? Nein, das schien einfach zu absurd. Also hat es keiner von uns geglaubt. Weder der Rabbi, noch Mr. Silver, noch Frieda Croner. Aber wir haben uns geirrt, Mr. Winter. Er ist hier. Ich habe ihn heute selbst gesehen, heute Abend vor der Eisdiele in der Lincoln Road Mall. Ich kam raus, und da stand er. Er hat mich nur angeblickt, Mr. Winter, und da wußte ich es. Er hat Augen wie Rasierklingen, Mr. Winter. Ich wußte nicht, was ich machen sollte. Leo hätte es gewußt. Sophie hätte er gesagt, wir müssen jemanden anrufen, und er hätte die Nummer gleich parat gehabt. Aber Leo lebt nicht mehr. Ich bin ganz allein. Und jetzt ist er hier. Sie sah Simon Winter hilflos an. Er wird auch mich umbringen, erklärte sie und schnappte nach Luft. Simon Winter geleitete Sophie Milstein in sein Wohnzimmer und verfrachtete sie auf sein durchgesessenes Sofa. Niemand bringt irgendwen um, Mrs. Milstein. Jetzt hole ich Ihnen erst mal was Kaltes zu trinken, und dann können Sie mir erklären, was Sie so in Panik versetzt. Sie sah ihn mit einem gehetzten Blick an. Ich muss die anderen warmen. Ja, schon gut. Ich werde Ihnen helfen. Aber jetzt trinken Sie erst was und erzählen mir dann der Reihe nach, was los ist. Sie machte den Mund auf, um etwas zu erwidern, doch dann fehlten ihr die Worte. Als wollte sie überprüfen, ob sie Fieber habe, legte sie die Hand an die Stirn und sagte, »Ja, ja, Eistee, falls Sie welchen haben. Es ist so heiß. Manchmal kommt es mir im Sommer so vor, als verbrauchte die Hitze sämtlichen Sauerstoff.« Simon Winter nahm hastig seinen Abschiedsbrief und den Revolver vom Sofatisch und eilte in die Küche. Er fand ein sauberes Glas, goss Wasser, Eiswürfel und eine Mischung Instant-Tee hinein. Seinen Brief ließ er auf der Arbeitsplatte liegen, doch bevor er Sophie Milstein ihr Glas zurückbrachte, blieb er stehen, lud seinen Revolver wieder mit den fünf Kugeln aus seiner Hosentasche. Er hob den Kopf und sah, wie die alte Frau ins Leere starrte, als nähmen vor ihrem geistigen Auge Erinnerungen Gestalt an. Er spürte, wie ihn eine seltsame Erregung und ein Gefühl der Dringlichkeit packte. Sophie Milsteins Angst schien ihr die Kehle zuzuschnüren und wie dichter Rauch über dem Raum zu liegen. Er atmete tief durch und eilte an ihre Seite. »Jetzt trinken Sie das erst mal«, sagte er wie zu einem kranken Kind. »Und dann schildern Sie in Ruhe, was los ist.« Sophie Milstein nickte und nahm ihr Glas in beide Hände, um die schaumige, braune Flüssigkeit mit gierigen Schlucken hinunterzuspülen. Sie holte tief Luft und drückte sich das kühle Glas an die Stirn, Simon Winter sah, wie ihr die Tränen in die Augen traten. »Er bringt mich um«, beteuerte sie wieder. »Und ich will nicht sterben?« »Mrs. Milstein, bitte«, erwiderte Simon Winter. »Wer?« Sophie Milstein lief ein Schauer über den ganzen Körper. Dann flüsterte sie auf Deutsch. »Der Schattenmann.« »Wer?« »Ist das ein Name?« Sie funkelte ihn an. »Niemand kannte seinen Namen, Mr. Winter. Jedenfalls niemand, der überlebt hat.« »Aber wer?« »Er war ein Gespenst.« »Ich verstehe nicht.« »Ein Dämon.« »Wer?« »Er war teuflisch, Mr. Winter. So teuflisch, dass es Ihre Vorstellungskraft übersteigt.« »Und jetzt ist er hier?« »Wir wollten es nicht glauben, aber da lagen wir falsch. Mr. Stine hat uns gewarnt, aber wir kannten ihn nicht. Wieso sollten wir ihm also glauben?« Sophie Milstein zitterte sichtlich. »Ich bin alt«, flüsterte sie. »Ich bin alt, aber ich will nicht sterben.« Simon Winter hob die Hand. »Mrs. Milstein, bitte. Sie müssen das erklären. Lassen Sie sich Zeit und sagen Sie mir, um wen es geht und wieso Sie solche Angst haben.« Sie nahm noch einen ausgiebigen Schluck von ihrem Eistee und stellte das Glas vorsichtig ab. Dann nickte sie langsam und versuchte, sich ein wenig zu fassen. Als sie die Hand erneut an die Stirn hob, strich sie sich mit den Fingern sachte über die Brauen, als könne sie auf diese Weise eine verhärtete Erinnerung lösen, und dann wischte sie die Tränen weg, die in ihren Augen standen. Sie holte Tiefluft und blickte zu ihm auf. Er sah, wie sie die Hand bis zum Hals sinken ließ, wo sie für einen kurzen Moment die Halskette berührte, die sie trug. Sie war auffällig. Ein dünnes Goldkettchen mit einem Schildchen daran, in das ihr Vorname eingraviert war. Doch was dieses Halsband von denen unterschied, die jeder zweite Teenager trug, war ein paar kleine Diamanten an den beiden Enden des S in Sophie. Simon Winter wußte, dass ihr verstorbener Mann dafür zu ihrem Geburtstag tief in seine bescheidene Pensionskasse gegriffen hatte, bevor er an Harzversagen starb, und genauso wie den Ehering an ihrem Finger legte sie es niemals ab. »Es ist so schwer, das zu erzählen, wissen Sie? Seitdem sind so viele Jahre vergangen, dass es mir manchmal vorkommt wie ein böser Albtraum. Doch der Albtraum ist wirklich passiert, Mr. Winter. Nur ist es fünfzig Jahre her.« »Erzählen Sie weiter, Mrs. Merstein.« 1943 waren wir, meine Familie, Mama, Papa, mein Bruder Hansi, immer noch in Berlin. Versteckt waren sie fort. »Es war ein entsetzliches Leben. Nicht eine Sekunde, nicht einen einzigen Herzschlag lang konnten wir uns sicher fühlen. Es gab nicht viel zu essen, und wir froren die ganze Zeit. Und jeden Morgen dachten wir beim Erwachen, das wäre unsere letzte gemeinsame Nacht gewesen. Mit jeder Sekunde, so kam es uns vor, wuchs die Gefahr. Ein Nachbar konnte neugierig werden. Ein Polizist verlangte vielleicht nach den Papieren. Stieg man in den Straßenbahnwagon, begegnete man womöglich jemandem, der einen aus den Vorkriegsjahren, der Zeit vor den gelben Sternen kannte. Vielleicht rutschte einem auch irgendetwas heraus, Mr. Winter. Eine Belanglosigkeit. Oder es genügte eine Geste. Eine Tonlage. Das geringste Anzeichen von Nervosität. Irgendetwas, das einen verriet. Auf der ganzen Welt finden Sie keine misstrauischeren Menschen als die Deutschen. Ich muss es wissen. Ich war mal eine von Ihnen. Das genügte. Das geringste Zögern oder ein ängstlicher Blick. Irgendetwas konnte verraten, dass man nicht dazugehörte. Und dann war es aus. 1943 wussten wir Bescheid. Verhaftung bedeutete den Tod. So einfach war das. Manchmal lag ich nachts wach und betete, dass irgendein britischer Bomber daneben treffen und seine Ladung direkt über uns abwerfen würde, sodass wir alle zusammen gehen würden und die Angst endlich ein Ende hätte. Zitternd lag ich dann da und betete darum, zu sterben. Dann kam mein Bruder Hansi oft herüber und hielt mir die Hand, bis ich einschlief. Er war so stark und einfallsreich. Wenn wir nichts zu essen hatten, trieb er irgendwo Kartoffeln auf. Wenn wir keinen Unterschlupf hatten, fand er für uns irgendwo eine neue Wohnung oder einen Keller, wo wir keine Fragen zu fürchten hatten und wieder eine Woche oder länger bleiben konnten. Immer noch zusammen, immer noch am Leben. »Was ist mit ihrem?« »Er ist umgekommen. Sie sind alle umgekommen.« Sophie Myrstein holte Tiefluft. »Wie gesagt, er hat sie ermordet. Er hat uns gefunden. Und sie sind gestorben?« Simon Winter wollte eine weitere Frage einwerfen, doch sie wehrte mit zitternder Hand ab. »Lassen Sie mich das zu Ende bringen, solange ich noch die Kraft dazu habe.« Es gab so vieles, das einem Angst und Schrecken einjagte. Doch das Schlimmste waren vermutlich die Greifer. »Die Greifer?« »Juden, wie wir. Juden, die für die Gestapo arbeiteten. Da gab es dieses Haus in der iranischen Straße, eins von diesen schrecklichen, grauen Gebäuden, wie sie die Deutschen so lieben. Der jüdische Fahndungsdienst, wie sie das nannten. Da hat er gearbeitet, wie all die anderen auch. Ihre eigene Freiheit hing davon ab, uns aus unseren Löchern zu holen.« »Und Sie glauben, dass Sie heute diesen Mann gesehen haben?« »Einige waren berühmt, berüchtigt, Mr. Winter. Rolf Isaks Sohn. Der war jung und arrogant. Und dann die schöne Stella Kübler. Sie sah wie eines ihrer nordischen Mädel aus. Sie hat ihren eigenen Mann ausgeliefert. Und es gab andere. Sie nahmen sich die Sterne ab und zogen wie Raubvögel durch die Stadt.« »Der Mann heute.« »Der Schattenmann.« Er suchte uns alle in unseren Albträumen heim. Es ging das Gerücht, er würde einen Juden in einer Menschenmenge ausmachen, weil ihm auch nicht das zarteste Flackern in den Augen oder der leiseste Hauch von Nervosität entging. »Vielleicht erkannte er einen sogar am Gang oder am Geruch. Wir hatten keine Ahnung. Wir wussten nur, wenn er kam, klopfte der Tod an die Tür.« Man erzählte sich, er stünde dort in der Dunkelheit, wenn sie einen holten, und er sähe dabei zu, wenn sie seine Beute im frühen Morgengrauen auf die Güterzüge nach Auschwitz verfrachteten. Aber wissen Sie, man konnte nicht sicher sein, denn niemand sah sein Gesicht, und keiner kannte seinen Namen. Falls man sein Gesicht zu sehen bekam, so hieß es, dann brachten sie einen in den Keller des Gefängnisses Plötzensee. Dort herrschte ewige Nacht, und niemand kam je wieder heraus. Und er war dort, um einen Sterben zu sehen, und seine Augen waren das Letzte, was die Opfer in ihrer letzten Stunde sahen. Er war der Schlimmste bei weitem, denn es hieß, er weidete sich an dem, was er tat, und daran, wie gekonnt er es tat. »Und heute?« »Hier, hier in Miami Beach. Das kann nicht sein, Mr. Winter. Das ist einfach unmöglich. Aber ich glaube es trotzdem. Ich glaube wirklich, dass ich ihn heute gesehen habe.« »Aber« »Nur für wenige Sekunden. Damals hatten sie eine Tür offengelassen, als sie uns durch die Büroräume schleusten, um die Formalitäten zu erledigen. Formalitäten? Selbst beim Morden kamen die Deutschen nicht ohne diesen Papierkram aus. Also füllte der Büroangestellte der Gestapo die Formulare aus, und sie brachten uns in die Zellen, wo wir auf unseren Abtransport warten sollten. Rein zufällig sah ich für den Bruchteil einer Sekunde durch diese Tür, Mr. Winter, aber er stand da, zwischen zwei Offizieren in diesen schrecklichen, schwarzen Uniformen. Sie lachten alle über einen Witz, und ich wusste, das war er. Er hatte den Hut aus der Stirn geschoben. Er sah auf und rief etwas, und sie schlugen die Tür zu, und ich dachte, »Jetzt komme ich mit absoluter Sicherheit in den Keller.« Doch stattdessen verfrachteten sie mich noch am selben Tag auf einen Zug ins KZ. Wahrscheinlich ging er davon aus, dass ich dort sterben würde. »Ich war noch so klein, zwar sechzehn, aber kaum größer als ein Kind. Und doch habe ich sie alle in Staunen versetzt, indem ich überlebte.« Sie hielt inne und schnappte nach Luft. »Ich wollte nicht sterben. Damals nicht. Heute nicht. Noch nicht.« Sophie Milstein war selbst mit den Einlegesohlen, die sie in ihren orthopädischen Schuhen trug, eine kleine Frau. Kaum einen Meter fünfzig und ein wenig übergewichtig. Neben Simon Winter, der auch im Alter noch fast einsfünfundneunzig maß, wirkte sie wie ein Zwerg. Sie hatte ihr weißes Haar zu einem Dutt gebunden, um noch ein paar Zentimeter herauszuschinden, das normalerweise eher lächerlich wirkte, besonders wenn sie in dreiviertellangen, leuchtend bunten Polyesterhosen und geblümten Blusen aus ihrer Wohnungstür trat und auf dem Weg zum Supermarkt einen Einkaufsroller hinter sich herzog. Simon Winters Bekanntschaft mit ihr beschränkte sich im Wesentlichen auf kurze Begegnungen im Flur, bei denen er ihr höflich zunickte und ansonsten versuchte, einer längeren Unterhaltung aus dem Weg zu gehen, die sich unweigerlich um die eine oder andere Klage über die Stadt, über die Hitze, über Teenager und laute Musik, über ihren Sohn, der sich nicht oft genug meldete, über das Älterwerden, ihr Witwin-Dasein oder um ähnliche Themen drehte, die er allesamt lieber mied. Er war seiner Nachbarin, mit der ihn wenig zu verbinden schien, bis zu diesem Tag mit distanzierter förmlicher Höflichkeit begegnet. Doch die Angst in ihren Augen sprengte nun den Rahmen des gewohnten Umgangs und knüpfte zwischen ihnen eine neuartige Beziehung. Der eingefleischte Kriminalist in ihm wusste nicht recht, was er glauben sollte. Nur, was er aus eigener Anschauung bestätigen konnte, hatte für ihn Gewicht. Und das Einzige, um das er bis dahin aus eigener Anschauung wusste, war Sophie Milsteins Angst. Während er sie musterte, bemerkte er, wie sie ein Schauder überlief. Sie sah mit einem fragenden Blick zu ihm auf. »Fünfzig Jahre, und ich habe ihn nur diesen einen Moment gesehen. Könnte ich mich vielleicht irren, Mr. Winter?« Er hielt es für besser, diese Frage nicht zu beantworten, da die Möglichkeit, dass sie richtig lag, gegen Null ging. Dieser Mensch, dieser Schattenmann, musste vor fünfzig Jahren jung gewesen sein, nicht älter als Anfang zwanzig. Und jetzt wäre er ein alter Mann. Sein Haar, seine Hautfarbe mussten sich verändert haben. Seine Züge waren zweifellos erschlafft. Sein Gang war gewiss ganz anders, selbst seine Stimme konnte nicht die gleiche sein. Nichts war noch wie damals. Hatte man heute etwas zu ihm gesagt? Nein, er hat mich nur angestarrt. Unsere Blicke trafen sich. Es war spät am Nachmittag, und die Sonne hinter ihm blendete mich. Im nächsten Moment war er verschwunden, einfach so, als hätte ihn das gleistende Licht verschluckt. Und ich bin gerannt, Mr. Winter. Ich bin gerannt. Na ja, nicht so schnell wie damals, aber ich hatte dasselbe Gefühl, Mr. Winter. Ich war so froh, als ich sah, dass bei ihnen noch Licht brannte, weil ich solche Angst hatte, allein zu sein. Er hat nichts gesagt? Nein. Hat er sie bedroht oder irgendeine Geste gemacht? Nein, er hat mich nur angestarrt. Augen wie Rasierklingen, wie gesagt. Und wie sah er aus? Er war groß, wenn auch nicht so groß wie Sie, Mr. Winter. Dafür kräftig gebaut, eher stämmig. Schultern und Arme wie ein junger Mann. Simon Winter nickte. Seine Skepsis nahm zu. Ein ehemaliger Kommissar des Morddezernats steckte den Rahmen des Möglichen schon ziemlich weit. Doch nach fünfzig Jahren einen Mann wiederzuerkennen, den man nur für Sekunden gesehen hatte, gehörte in den Bereich der Fiktion. Seine Vermutungen gingen eher in diese Richtung. Sophie Milstein, die sich seit dem Tod ihres Mannes immer schwerer in der Welt zurechtfand, hatte an einem sehr heißen Tag sehr unter der prallen Sonne gelitten. Und als sie in allzu schmerzlichen Erinnerungen versunken war, erregte jemand in der Menge ihre Aufmerksamkeit, den sie mit der Vergangenheit vermengte. Und so war sie desorientiert und hatte Angst, weil sie alt und einsam war. Und außerdem räumte er seufzend ein, würde es mir so viel anders ergehen. Doch stattdessen sagte er mit fester Stimme. »Ich glaube, Miss Milstein, dass Sie sich von dem Schock bald wieder erholen. Sie brauchen jetzt ein bisschen Ruhe.« »Ich muss die anderen warnen,« entgegnete sie in gehetztem Ton. »Sie müssen es erfahren. Mr. Sten hatte also doch recht. Ach, Mr. Winter, wir hätten ihm glauben sollen. Aber was will man machen? Wir sind alt. Wir wussten es nicht besser. Wen würden Sie anrufen? Wem würden Sie es sagen? Ich wünschte, Leo wäre noch da.« »Welche anderen? Und wer ist Mr. Sten?« »Er hat ihn auch gesehen. Und jetzt ist er tot.« Bei diesen Worten gerieten Simon Winters Zweifel augenblicklich ins Wanken. »Mrs. Milstein,« sagte er langsam und betont. »Ich verstehe nicht ganz. Können Sie mir das bitte erklären?« Stattdessen sah sie ihn mit aufgerissenen Augen an. »Ist das da Ihre Waffe? Ist die geladen?« »Ja.« »Gott sei Dank! Hatten Sie all die Jahre bei der Polizei dieselbe Waffe?« »Ja.« »Die sollten Sie immer in der Nähe haben, Mr. Winter. Mein Leo, der wollte sich auch immer eine Pistole zulegen, weil die Neger... In Wahrheit hat er ein anderes Wort benutzt. Er hatte keine Vorurteile, aber er hatte Angst. Und deshalb hat er das schreckliche Wort benutzt. Er meinte, die kommen gerne nach Miami Beach und rauben all die alten Juden aus, die hier leben. Sind wir wohl auch einfach nur alte Juden. Und wenn ich ein Verbrecher wäre, würde ich wahrscheinlich genauso denken. Aber ich war strikt dagegen. Ich hatte zu große Angst, eine Waffe im Haus zu haben. Leo war nämlich kein unsichtiger Mensch. Er war ein guter Mensch, aber... Wie soll ich sagen? Auch ein bisschen unbesonnen. Und es ist nicht gut, wenn eine Pistole in der Nähe ist. Ich hatte Angst, er könnte zu Schaden kommen. Also habe ich ihn nicht gelassen. Und jetzt bereue ich es. Denn sonst hätte ich selbst eine und könnte mich schützen. Ich darf nicht länger warten, Mr. Winter. Ich werde die anderen anrufen und ihnen sagen, dass er da ist und dass wir uns überlegen müssen, was wir unternehmen wollen. »Mrs. Milstein, bitte beruhigen Sie sich. Wer ist Mr. Ich muss anrufen. Gleich, nur noch einen Moment. Sie antwortete nicht. Sophie Milstein saß jetzt kerzengerade und starrte angespannt vor sich hin. Unvermutet fiel Simon Winter eine Schießerei wieder ein, in die er vor Jahren bei einem Banküberfall geraten war. Ihnen waren die Kugeln um die Ohren geflogen. Dabei war der ganze Spuk in dreißig Sekunden vorbei gewesen. Nicht sein Schuss hatte den Räuber zur Strecke gebracht, doch er war als erster bei ihm gewesen, hatte ihm die Pistole aus der ausgestreckten Hand getreten und gesehen, wie der Mann an sich herunterschaute und mit aufgerissenen Augen erkannte, dass ihm das Leben aus seiner Brustwunde quoll. Der Bankräuber war noch jung gewesen, Anfang zwanzig, und Simon Winter nicht viel älter. Er erinnerte sich, wie der Verwundete ihn angesehen und aus diesem Blick tausend verzweifelte Fragen gesprochen hatten. Vor allem aber die eine, werde ich überleben? Noch bevor Simon Winter antworten konnte, beobachtete er, wie die Augen des Mannes brachen und er starb. Diesen Moment der Fassungslosigkeit glaubte Simon Winter in Sophie Milsteins Gesicht zu erkennen, und er konnte nichts dagegen unternehmen, dass sich ein Teil ihrer Panik auf ihn übertrug. »Er wird mich umbringen«, stellte sie in resigniertem, ausdruckslosem Ton fest. »Ich muss die anderen warnen.« Ihre Worte klangen so trocken wie bis zum Zerreißen gespanntes Leder. »Miss Milsteins, bitte! Niemand wird sie töten. Das lasse ich nicht so.« Sophie Milsteins Blick richtete sich unverwandt geradeaus, als sei Simon Winter nicht mehr im Raum. Nach einer Weile fing sie an zu zittern, als habe sie eine Erinnerung ins Mark getroffen. Langsam wandte sie sich dem alten Detektiv zu und nickte. »Ich war so jung und hatte solche Angst. Und natürlich nicht nur ich. Es war eine so furchtbare Zeit, immer im Untergrund und immer mit der Furcht, die nächsten Minuten nicht zu überleben. Es ist entsetzlich, Mr. Winter, wenn man jung ist und der Tod einen auf Schritt und Tritt verfolgt.« Simon Winter nickte. In der Hoffnung, dass sie früher oder später von selbst wieder in die Gegenwart zurückfand, musste er sie reden lassen. »Bitte fahren Sie fort.« »Vor einem Jahr«, erzählte Sophie Milstein bedächtig, »beging ein Mann namens Hermenstein, der in Surfside wohnte, selbst Mord.« Wieder klangen ihre Worte monoton. »Das zumindest erfuhren wir von der Polizei, denn er hatte sich mit einer Pistole erschossen.« »So wie um ein Haar ich«, dachte Winter. »Und?« Nach seinem Tod, nachdem die Polizei dagewesen war, nachdem sie ihn ins Bestattungsinstitut gebracht und nachdem seine Angehörigen Shiva gesessen hatten, da traf kurz vor der Beerdigung bei Rabbi Rubenstein ein Brief ein. »Kennen Sie den Rabbi, Mr. Winter?« »Nein.« »Er ist alt, wie ich, im Ruhestand, und er bekam einen Brief von einem Toten, der ein paar Tage zuvor abgeschickt worden war. »Und dieser Mr. Hermenstein, den ich nicht kannte?« »Ich meine, wieso auch. Immerhin wohnte er in Surfside, also wie viele Häuserblocks von hier? Siebzig? Achtzig? Jedenfalls am anderen Ende der Welt. Diesem Rabbi also, den er nur flüchtig kennt, von dem er nur weiß, dass er auch aus Berlin stammt und, so unglaublich es ist, dass er das KZ überlebt hat, diesem Rabbi schreibt er einen Brief, und darin sagt Mr. Steen, »Ich habe den Schattenmann gesehen.« »Und der Rabbi, der kennt den Namen natürlich. Er findet mich und ein paar andere, Mrs. Croner und Mr. Silver, auch ehemalige Berliner. Mehr findet er nicht. Schließlich werden wir immer älter, Mr. Winter. »Es sind nur noch so wenige von uns übrig, nachdem sowieso nur so wenige von uns überlebt haben.« »Er bringt uns also zusammen. Wir lesen den Brief, aber wer weiß schon, was wir machen sollen. Man kann ihn nicht der Polizei melden. Niemand kann uns helfen. Und außerdem wissen wir ja selbst nicht, was wir von der Sache halten sollen. Wer kommt denn auf die Idee, dass er hier sein könnte, Mr. Winter, ausgerechnet hier? Also gehen Monate ins Land. Ab und zu besuche ich den Rabbi, und wir sitzen alle zusammen und reden, allerdings nicht über diese Dinge. Das vergessen die Leute lieber. »Bis heute, weil ich ihn, wie dieser arme Mr. Herman Steen aus Surfside, den ich nicht kannte und der jetzt tot ist, nun auch gesehen habe. Und jetzt wird er mich auch umbringen?« Sophie Milsteens Wangen waren Tränen nass und die letzten Worte nur noch gehaucht. »Wo ist Leo?«, fragte die alte Frau. »Ich wünschte, Leo wäre da.« »Dieser Mann, dieser Mr. Herman Steen, hat Selbstmord begangen.« »Ja, das heißt nein. Das sagt die Polizei, Mr. Winter. Aber jetzt, seit heute Abend, kann ich nicht mehr daran glauben.« »Und die anderen? Der Rabbi?« »Die muss ich anrufen?« »Sophie Mirstein sah sich plötzlich wild im Zimmer um.« »Mein Notizbuch, mein Büchlein mit all meinen Nummern. Es ist in meiner Wohnung.« »Ich komme mit. Es wird schon nichts passieren.« »Sophie Mirstein nickte und trank den Rest von ihrem Eistee.« »Könnte ich mich irren, Mr. Winter?« »Sie waren bei der Polizei. Es sind fünfzig Jahre her, und ich habe ihn damals nur diesen winzigen Moment gesehen, bevor sie die Tür zuschlugen.« »Fünfzig Jahre! Und die Menschen verändern sich so stark. Könnte ich mich irren?« Sie schüttelte den Kopf. »Ich möchte mich täuschen. Ich bete, dass ich mich täusche.« Er wusste nicht, was er sagen sollte, und so schwieg er. Er dachte, wahrscheinlich irrt sie sich. Andererseits war die Geschichte, die sie erzählt hatte, ziemlich verstörend, und er wusste nicht, was er von Mr. Hermans Dienst Selbstmord halten sollte. Wieso sollte sich ein alter Mann das Leben nehmen, nachdem er einen Brief aufgegeben hat? Vielleicht hat er sich einfach nur alt und nutzlos gefühlt, so wie ich. Vielleicht war er verrückt, vielleicht auch krank, vielleicht einfach nur lebensmüde. Es gab hundert Gründe. Wenn der Kummer zu groß wird, vergießt man mehr als eine Träne. Er konnte es nicht sagen. Doch plötzlich wollte er es wissen. Winter hatte auf einmal ein Gefühl, das er schon lange nicht mehr für möglich gehalten hätte, weil es im Lauf des Ruhestands mit der Zeit einfach verschwunden war. Er spürte eine innere Erregung. Das Erwachen eines alten Instinkts. Die Worte seiner Nachbarin und die Panik in ihren Augen setzten sich zu einer Gleichung zusammen, und wie ein Taschenrechner, in dem man Faktoren eingab, musste er die Lösung finden. »Mrs. Milstein, es geht nicht darum, ob Sie sich getäuscht haben oder nicht. Entscheidend ist, dass Sie in Angst und Schrecken versetzt worden sind und mit Ihren Freunden reden müssen. Danach sollten Sie eine Nacht darüber schlafen, und wenn wir morgen früh alle ausgeruht und gestarkt sind, gehen wir am besten der Sache auf den Grund.« »Dann werden Sie mir helfen?« »Selbstverständlich. Wozu hat man schließlich Nachbarn?« Sophie Milstein nickte dankbar und berührte seine Hand. Er senkte den Blick, und zum ersten Mal in all den Jahren, die er sie kannte, bemerkte er die verblasste blaue Tätowierung an ihrem Unterarm. A 1742. Die Sieben war die deutsche Variante. Geschwungen und mit einem Querstrich. Die Dunkelheit war mit Macht hereingebrochen. Simon Winter und Sophie Milstein liefen über den nächtlichen Hof, in dessen Mitte die Statue eines halbnackten Posaunenengels prangte. Früher einmal hatte der Putto einen kleinen Springbrunnen geziert, der jedoch seit Jahren ausgetrocknet war. Die kleine Wohnanlage bestand aus zwei identischen hellbraunen Gipsputzgebäuden, die einander gegenüber lagen. Sie waren in den Zwanzigerjahren erbaut worden, in denen Miami Beach eine Blütezeit erlebte, und so hatten sich einige Jugendstilelemente erhalten. Ein Torbogen hier, gerundete Fenster dort, eine fast sinnliche Wölbung der Fassade, die den Bauten einen nostalgischen, femininen Reiz verliehen, wie die Umarmung einer längst verflossenen Geliebten. Das Alter und die erbarmungslose Sonne hatten den Wohnungen zugesetzt. Von den Wänden blätterte Farbe, die Klimaanlagen ratterten eher, als dass sie surrten, Türen knarrten und klemmten in den Pfosten und Rahmen, die sich aufgrund der tropischen Luftfeuchtigkeit verzogen hatten. Draußen an der Straße verkündete ein verblasstes Schild »The Sunshine Arms«. Simon Winter hatte die seltsam kryptische Metapher stets gemocht und sich in der heruntergekommenen Umgebung heimisch gefühlt. Sophie Milstein blieb vor der Eingangstür stehen. »Gehen Sie vor?«, fragte sie. Winter nahm ihr den Schlüssel aus der Hand und steckte ihn ins Riegelschloss. »Wollen Sie nicht Ihre Waffe ziehen?« Er schüttelte den Kopf. Sie hatte darauf bestanden, dass er sie mitnahm, doch er wäre sich ein wenig albern vorgekommen, hätte er damit herumgefuchtelt. Seine Berufserfahrung sagte ihm unmissverständlich, dass er sich von Sophie Milsteins Angst hatte anstecken lassen und selbst nervös war. Hatte er die Waffe erst in der Hand, erschoss er am Ende noch Mr. und Mrs. Kaddosh oder den alten Harry Finkel, die Nachbarn im Stockwerk über ihr. »Nein«, antwortete er, schloss auf und trat ein. »Der Lichtschalter ist da an der Wand«, erklärte sie, was er wusste, da ihre Wohnung spiegelverkehrt genau denselben Grundriss hatte wie seine. Er streckte die Hand aus und schaltete die Lampen ein. »Gott«, schrie Simon Winter erschrocken auf. Eine grau-weiße Gestalt huschte ihm zwischen den Beinen hindurch nach draußen. »Was zum Teufel?« »Mr. Boots, du Frechdachs!« Simon Winter drehte sich um und sah, wie Sophie Milstein eine große, dicke Katze ermahnte, die ihrerseits den Kopf am Bein der alten Dame rieb. »Tut mir leid, wenn er sie erschreckt hat, Mr. Winter«, sie hob den Kater hoch. Er beäugte Winter mit irritierender, katzenhafter Selbstgefälligkeit. »Nein, schon gut«, erwiderte er, auch wenn ihm das Herz bis zum Halse schlug. Sophie Milstein verharrte auf der Schwelle und streichelte das Tier im Arm, während Simon Winter ihre Wohnung inspizierte. Ein rascher Blick sagte ihm, dass, außer einem Sittich im Wohnzimmer, der irritierende, schabende Geräusche in seinem Käfig machte, niemand da war. »Die Luft ist rein, Mrs. Milstein«, rief er. »Haben Sie im Wandschrank nachgesehen? Und unter dem Bett?«, antwortete sie aus der Diele. Simon Winter seufzte und erklärte, »Mache ich noch?« Er trat in ihr kleines Schlafzimmer und schaute sich um. Es berührte ihn peinlich, den Raum zu betreten, den Sophie Milstein mit ihrem Mann geteilt hatte. Er sah, dass sie eine ordnungsliebende Frau war. Ein cremeweißes Nachthemd und ein Morgenmantel lagen am Fuß des Bettes. Die Oberseite ihrer Kommode war sauber. Er entdeckte ein schwarz gerammtes Bild von Leo Milstein und ein Familienfoto, auf dem ohne Zweifel Mrs. Milsteins Sohn und seine Familie zu sehen waren. Es handelte sich um eine Atelieraufnahme. Alle trugen Schlips und Jackett, beziehungsweise ihre besten Sonntagskleider. Außerdem fiel ihm ein Schmuckkästchen ins Auge. Ein fein zisilierter Messingbehälter, auf den ein Kunsthandwerker einige Zeit verwendet haben musste. Ein Familienerbstück? Vermutlich. Winter ging zum Schrank und öffnete die Tür, hinter der sich kein Eindringling verbarg, sondern nur Lios gesammelte dunkelbraunen und marineblauen Anzüge, die sich wie ein Ei dem anderen ähnelten, und daneben ein beachtlicher Vorrat an geblümten Kleidern. Außerdem hing ein seidig-brauner Nerzmantel in der Ecke, für den sich in Miami Beach zweifellos selten Anlässe boten, der aber, vermutete er, einen hohen Erinnerungswert besaß. Simon Winter drehte sich um und entschuldigte sich vor dem Bild von Leo Mirstein. »Tut mir leid, wollte nicht aufdringlich sein, aber sie hat darum gebeten.« Zuletzt bückte er sich unter dem entschiedenen Protest eines arthritischen Knies und vergewisserte sich, dass niemand unter dem Bett lauerte. Ebenso stellte er fest, dass dort, anders als in seiner eigenen Wohnung, keine kleinen Staubballen lagen und auch keine uralten Zeitschriften gestapelt waren. Sophie Mirstein hatte für ein Staubflöckchen oder einen Dreckfleck höchstwahrscheinlich dieselbe Verachtung übrig, wie ein Feldwebel für einen ungepflegten Soldaten. Wieder rief er, »Alles in Ordnung, Miss Mirstein!« und ging anschließend in die Küche. Direkt gegenüber dem Ausguss befand sich eine Glasschiebetür, die zu einem kleinen, gefließten Sitzplatz führte. Diese Terrasse befand sich vielleicht zehn Meter von einem Zaun und einer schmalen Gasse entfernt, an der die Mülleimer aufgereiht standen. Er rüttelte an den Türen, um sich davon zu überzeugen, dass sie abgeschlossen waren. Dann begab er sich ins Wohnzimmer. Dort kam ihm Sophie Mirstein, immer noch dem Kater auf dem Arm, entgegen. Sie hatte wieder Farbe im Gesicht und aus ihren Worten war die Erleichterung herauszuhören. »Mr. Winter, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich das zu schätzen weiß.« »Keine Ursache, Mrs. Mirstein.« »Ich sollte dann mal die anderen anrufen.« »Ich denke, das wäre das Beste.« Als er die alte Frau in ihrem eigenen Wohnzimmer, inmitten ihrer Habseligkeiten und Fotos, mit dem Kater und den Rüschenkissen auf dem Sofa, in ihrer vertrauten Umgebung vor sich sah, vermutete er, dass sich ihre Angst bald legen würde. »Ich habe meine Telefonnummern immer hier zur Hand«, erklärte sie, während sie in einen großen Sessel sank. Auf einem Beistelltisch daneben befand sich ein gelbes Telefon. Sie öffnete die einzige Schublade des Möbels und zog ein billiges, in rotes Leder gebundenes Adressbuch heraus. Augenblicklich fühlte er sich wieder als Eindringling. »Soll ich besser gehen?«, fragte Simon Winter. »Währen Sie Ihre Anrufe machen?« Sie schüttelte den Kopf und wählte die erste Nummer. Nach kurzem Schweigen verzog sie das Gesicht. »Es ist der Anruf beantwortetes Rabbi«, flüsterte sie. Eine Sekunde später dann sagte sie mit lauter, fester Stimme, »Rabbi, Sophie hier, bitte rufen Sie mich so bald wie möglich zurück.« Diese Worte schienen ihr die Dringlichkeit der Lage wieder ins Bewusstsein zu rücken. Als sie auflegte, atmete sie schwer. Sie drehte sich um und sah zu Simon Winter hoch, der weiter unbehaglich neben ihr verharrte. »Wo steckt er nur?« »Es ist schon dunkel. Er müsste eigentlich zu Hause sein.« »Vielleicht ist er auf einen Happen rausgegangen.« »Ja, das muss es wohl sein.« »Oder ins Kino.« »Möglich.« »Oder zu einem Treffen in der Synagoge. Er nimmt immer noch manchmal an den Spendenaktionen teil.« »Sehen Sie«, all diese harmlosen Erklärungsmöglichkeiten schienen ihr die Sorge nicht nehmen zu können. »Wollen Sie jetzt noch die anderen anrufen?« erkundigte sich Simon Winter. »Ich muss warten«, antwortete Sophie Milstein nervös. »Wir haben Dienstag. Da geht Mr. Silver immer mit Mrs. Croner zum Bridge Club drüben im Seniorenzentrum. Das tut er schon, seit wir uns regelmäßig mit dem Rabbi treffen.« »Vielleicht wollen Sie noch jemanden anrufen.« »Wen denn?« »Ihren Sohn. Vielleicht würden Sie sich ein bisschen besser fühlen, nachdem Sie mit ihm geredet haben.« »Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, Mr. Winter. Ich werde Ihren Rat gleich befolgen.« »Haben Sie was zum Schlafen im Haus? Sie hatten einen bösen Schock und vielleicht haben Sie Schwierigkeiten.« »Oh ja, ich habe diese kleinen Pillen. Keine Sorge.« »Und wie steht's mit Lebensmitteln? Sind Sie gut versorgt?« »Mr. Winter, Sie sind zu liebenswürdig. Ja, ich habe alles, was ich brauche. Hier bei mir daheim fühle ich mich schon viel besser.« »Das hatte ich gehofft.« »Und morgen werden Sie mir helfen? Und den anderen? Der ganzen Sache...« »Auf den Grund zu gehen. Selbstverständlich.« »Was haben Sie vor?« »Gute Frage.« Auf die er keine klare Antwort wusste. »Na ja, Mrs. Mirsten. Als erstes sollte ich mal die Umstände von Mr. Steens Tod unter die Lupe nehmen. Gleichzeitig können wir alle zusammen überlegen, was Sie unternehmen möchten. Vielleicht kann ich mich mit Ihren Freunden zusammensetzen und wir entwerfen einen Schlachtplan.« Diese Aussicht schien Mrs. Mirsten aufzumuntern. Sie nickte nachdrücklich. »Lio?« Erzählte sie. »Lio war wie Sie. Er traf Entscheidungen. Sicher, er war Herrenausstatter, kein Detektiv wie Sie. Wie sollte er demnach wissen, wie dieses Rätsel zu lösen ist, nicht wahr, Mr. Winter?« »Dann gehe ich jetzt mal. Schließen Sie hinter mir gut ab. Und falls Sie immer noch Angst haben, zögern Sie nicht, mich anzurufen. Aber ich denke, dass Ihnen ausreichend Schlaf am besten tut. Und morgen früh fangen wir mit klarem Kopf an.« »Mr. Winter, Sie sind ein vollendeter Gentleman. Sobald Sie gegangen sind, nehme ich eine Tablette.« Sie stand auf und begleitete ihn zur Tür. Er sah, wie der Kater auf ihren Sessel sprang und sich an der Stelle einrollte, an der er ihre Körperwärme spürte. »Schließen Sie ab«, erinnerte er sie. »Ich könnte mich getäuscht haben«, sagte sie zögerlich. »Es wäre immerhin möglich. Es könnte doch wirklich ein Irrtum sein, oder?« »Alles ist möglich, Mrs. Mirstein. Hauptsache, wir finden es heraus.« »Dann bis morgen«, erwiderte sie und nickte dankbar. Er trat in den Flur und drehte sich noch einmal kurz zu seiner Nachbarin um, die mit einem schwachen Lächeln die Tür hinter ihm zuschob. Er wartete, bis er das Regelschloss mit einem lauten Klicken einschnappen hörte. Simon Winter trat in den Hof des Sunshine Arms und ließ die stickige Luft in seine Poren dringen. Eine Straßenlaterne hinter dem Gebäudeeingang warf einen schwachen Lichtstrahl auf den Engel, sodass er glitzerte, als wäre er nass. Die Dunkelheit, die ihn umgab, erinnerte Winter an starken, schwarzen Kaffee. Ihm kam ein seltsamer, schrulliger Gedanke. »Also, wenn du dich schon nicht umbringst, kannst du dir genauso gut was zu essen besorgen. Wenn du dir schon nicht die Kugel gibst, gönn dir wenigstens ein Hühnchen.« Da er seine eigene Gesellschaft nicht allzu unterhaltsam fand, beschloss er, im Restaurant zu essen und ging im Kopf die Möglichkeiten durch. Er machte einen Schritt, dann einen zweiten, dann blieb er stehen. Er drehte sich um und warf einen letzten Blick auf Sophie Milsteins Apartment. Die Gardinen waren zugezogen. Aus einer anderen Wohnung dröhnte der Fernseher, und ein Stück die Straße hinunter mischte sich Gelächter in den Lärm. Einige Häuserblocks entfernt heulte ein Motorrad auf. Alles in bester Ordnung. Nicht perfekt, aber vertraut. Es ist eine Nacht wie jede andere. Es ist heiß. Es weht eine Brise, die keine Kühlung bringt. Am Tropenhimmel funkeln die Sterne. Er bestand darauf. Abgesehen von den traumatischen Erinnerungen einer alten Frau sei an diesem Abend alles ganz normal. »Und die haben wir schließlich mehr oder weniger alle«, fügte er hinzu. Er versuchte, sich mit der Alltäglichkeit seiner Umgebung zu beschwichtigen. Was ihm jedoch nur teilweise gelang, er ertappte sich dabei, wie er in schattige Winkel spähte, nach Gestalten Ausschau hielt, auf verräterische Geräusche achtete und sich plötzlich wie jemand benahm, der sich verfolgt fühlte. Er schüttelte den Kopf, um die Beklemmung loszuwerden, warf sich vor, mit zunehmendem Alter schreckhaft zu werden und schritt entschlossen an dem Engel im trockenen Brunnen vorbei. Er hatte auf einmal ein unbändiges Verlangen zu laufen und die Furcht seiner Nachbarin weit hinter sich zu lassen. Er lief zügig voran und fragte sich nur einen Augenblick lang, ob der Tod, wenn er kam, wie die Nacht war. Schlaf Sophie Milstein spähte durch einen Gardinenspalt hinaus und blickte Simon Winter in der Dunkelheit des Hofs hinterher. Dann drehte sie sich um und sagte auf ihren Sessel. Fast im selben Moment sprang der grau-weiß gefleckte Kater auf ihren Schoß. »Mr. Boots, hast du mich vermisst?« Während das Tier sich einrollte, kraulte sie das weiche Fell in seinem Nacken. »Mach's dir nicht allzu bequem«, warnte sie. »Ich hab noch einiges zu erledigen.« Der Kater überhörte das nach Katzenart und fing an zu schnurren. Sophie Milstein legte dem Tier die Hand aufs Fell und fühlte sich mit einem Mal erschöpft. Sie sagte sich, es sei nichts dabei, wenn sie nur einen Moment die Augen schloss. Doch als sie es tat, merkte sie, wie sie sich in einem nervösen Gedankenwirrwarr verlor, als ob ihre geschlossenen Lieder nur die Ängste stauten, statt sie zu beruhigen. Sie legte die Hand an die Stirn und fragte sich, ob sie vielleicht einen Infekt ausbrütete. Sie hatte das Gefühl zu fiebern und dräusperte sich mehrmals kräftig, um zu sehen, ob sie verschleimt war. Sie holte Tiefluft. »Du hast immer ein einfaches Leben gehabt, Mr. Boots«, warnte sie sich an den Kater. »Es war immer für dich gesorgt. Du hattest ein warmes, trockenes Zuhause, reichlich zu fressen, Unterhaltung, Zuneigung, alles, was ein Katzenherz begehrt.« Mit einer abrupten Bewegung legte sie die Hand unter das Tier und schob es vom Schoß. Sie zwang sich aufzustehen. Sie betrachtete den Kater, der ihr trotz seiner unerwarteten Vertreibung um die Beine strich. »Ich habe dich gerettet«, sagte sie bitter und war von der aufweinenden Wut selbst überrascht. »Dieser Mann hatte dich und den übrigen Wurf in einen Beutel gestopft, um euch ins Wasser zu werfen. Niemand wollte kleine Kätzchen. Es gab einfach zu viele. Alle Welt hasste Katzenjunge und keiner mochte sie haben. Also wollte er euch alle töten. Doch ich habe ihn daran gehindert und dich aus der Tüte geholt. Ich hätte eins der anderen nehmen können. Ich hatte schon die Hand um eins gelegt, doch es hat mich gekratzt. Ich habe losgelassen und dich gepackt. Also hast du ein angenehmes Leben gehabt, während alle anderen in dem Beutel blieben und der Beutel ins Wasser geworfen wurde, sodass sie alle ertranken.« Sie schob Mr. Boots mit dem Fuß weg. »Glück gehabt, Kater«, flüsterte sie zischelnd. »Du bist ein richtiger Glückspilz. Sophie Milstein ging in die Küche und machte sich daran, aufzuräumen. Sie richtete jede Dose auf den Regalen mit dem Etikett nach vorne aus, ordnete sie nach Größe und nach Sorte, sodass die Oliven nicht neben der Tomaten so bestanden. Nachdem das erledigt war, unterzog sie die verderblichen Lebensmittel im Kühlschrank einer ähnlichen Prozedur und stapelte sie in Reihe und Glied. Als letztes inspizierte sie ein Flunderfilet, das sie sich eigentlich zum Abendessen hatte grillen wollen, doch der Hunger war ihr vergangen. Einen Moment lang zögerte sie, weil der Fisch sich vielleicht nicht bis zum nächsten Tag halten würde. Sie beschloss, ihn am Morgen zuzubereiten und mittags zu essen. Der Kater war ihr miauend gefolgt. Das Geräusch irritierte sie. »Schon gut, schon unterwegs.« Sie machte eine Dose Katzenfutter auf. Der Dosenöffner bereitete ihr Mühe und ihre Hand fühlte sich wund an. Morgen früh sollte sie zum Eisenwarenhändler gehen und einen elektrischen kaufen. Sie setzte dem Kater den vollen Napf vor und sah ihm beim Fressen zu. Im Schlafzimmer starrte sie auf das Bild ihres verstorbenen Mannes. »Du müsstest bei mir sein,« erklärte sie vorwurfsvoll. »Du hattest kein Recht, mich allein zu lassen.« Sophie Mirstin marschierte in das kleine Wohnzimmer zurück und nahm erneut auf ihrem Sessel Platz. Mit einem Mal fühlte sie sich, als wäre sie auf der Straße und es ginge ein Unwetter hernieder, als brächen die Böen wie meterhohe Wellen in die feuchte Stille und schlügen von allen Seiten über ihr zusammen. »Ich bin müde,« sagte sie laut. »Ich sollte eine Tablette nehmen und mich schlafen legen.« Doch stattdessen stand sie auf, stapfte in die Küche, griff nach dem Telefon und wählte die Nummer ihres Sohnes auf Long Island. Sie ließ es zweimal klingeln, doch als ihr augenblicklich klar wurde, dass sie mit ihrem einzigen Kind nicht reden wollte, legte sie gleich wieder auf. »Er wird nur wieder darauf herumreiten, dass ich in eins von diesen Altenheimen ziehen soll, wo ich keine Menschenseele kenne,« sagte sie sich. »Das hier ist mein Zuhause.« Sophie Mirstin ging zum Wasserhahn, goss sich ein Glas ein und nahm einen großen Schluck. »Es schmeckte brackig, metallisch.« Sie verzog das Gesicht. »I am Beach Spezial,« murmelte sie. Sie wünschte sich, sie hätte daran gedacht, im Supermarkt Wasser in Flaschen zu kaufen. Sie schüttete einen Teil in den Ausguss zurück, nahm den Rest mit und füllte den Behälter im Vogelkäfig auf. Der Sittich zwitscherte ein-, zweimal. Einen Augenblick lang wunderte sie sich, weshalb sie dem Vogel nie einen Namen gegeben hatte, so wie ihrem Kater. Sie überlegte, ob das irgendwie unfair war, bezweifelte es aber und kehrte in die Küche zurück, um ihr Glas abzuspülen und zum Trocknen auf die Ablage zu stellen. Oberhalb des Spülsteins befand sich ein kleines Fenster, und sie blickte in die Nacht. Sie redete sich gut zu, dass sie mit jedem Gegenstand, mit jedem Schatten, den sie dort sehen konnte, vertraut sei. Alles war genau so wie die Nächte davor, und alles war genau dort, wo es hingehörte. Und das seit zehn Jahren. Dennoch suchte sie wie ein Wachsoldat jeden dunklen Winkel im Garten ab, um zu sehen, ob sich irgendwo etwas bewegte. Sie drehte den Wasserhahn zu und horchte. Es gab ein paar ferne Verkehrsgeräusche. Oben schlurfte Finkel durch die Wohnung. Ein Fernseher lief zu laut. Das waren vermutlich die Kadoshs, dachte sie. Sie sind zu eigensinnig, um ihre Hörgeräte einzuschalten. Sie schaute weiter aus dem Fenster. Ihre Augen glitten über jeden Lichtstrahl, jeden dunklen Fleck. Sie staunte, wie viele Stellen es gab, an denen sich jemand verstecken konnte, ohne gesehen zu werden. Die Ecke, an der der Orangenbaum neben dem alten Maschengratzaun stand. Die Schatten, welche die Mülltonnen barfen. Nein, sagte sie sich, es ist alles so wie immer. Nichts ist anders als sonst. Nichts fällt aus dem gewohnten Rahmen. Sie holte tief Luft und kehrte ins Wohnzimmer zurück. Fernsehen, sagte sie sich. Sie schaltete ihren Apparat ein und sank in einen Sessel. Es lief eine Sitcom. Ein paar Minuten lang versuchte sie, den Witzen zu folgen, zwang sich, in das Gelächter aus der Konserve einzustimmen. Sie ließ den Kopf in die Hände sinken, und während die Sendung weiterlief, zitterte sie, als ob sie fröre. Doch sie wusste, das war nicht der Grund. Er ist tot, hämmerte sie sich ein. Er ist nicht hier. Er war es. Sie spürte, wie in ihr die blanke Wut hochstieg. Von jeher war er es. Tag für Tag. Stunde um Stunde. Er war selbst dann da gewesen, wenn sie sich relativ sicher gefühlt hatten. Ein Trugschluss, wie sie jetzt wusste. Er hatte sich wie ein besonders geduldiger, kaltblütiger Jäger angeschlichen und auf den rechten Moment gewartet. Dann hatte er ihnen zuerst ihr Geld genommen, dann ihre Freiheit und damit ihr Leben. Sophie Mirstin fühlte, wie in ihr der Hass aufstieg. Ich hätte ihn damals töten sollen, stellte sie laut fest. Sie brachte den Satz nicht zu Ende, denn sie erkannte, es hatte damals keine Chance gegeben. Sie sagte sich, du warst doch noch ein Kind. Was wusstest du denn vom Töten? Die bittere Antwort lag auf der Hand. Damals noch nicht viel. Aber du hast es früh genug erfahren, nicht wahr? Im Fernseher lief ein Werbespot für Bier und eine Weile lang betrachtete sie die muskulösen jungen Männer und attraktiven jungen Frauen, die sich um einen Swimmingpool tummelten. So sieht in Wahrheit niemand aus, dachte sie. Als sie im selben Alter wie diese Models gewesen war, wurde ihr bewusst, wog sie unter siebzig Pfund und sah eher tot als lebendig aus. Doch ich bin nicht gestorben, dachte sie trotzig. Er muss geglaubt haben, wir würden alle sterben, aber ich habe überlebt. Wieder stützte sie den Kopf in die Hände. Wieso ist er eigentlich nicht gestorben, fragte sie sich. Wie hatte er den Krieg überleben können? Wer hätte denn ihn gerettet? Jedenfalls nicht die Deutschen, für die er gearbeitet hat. Als er nicht mehr nützlich war, lag es für sie nahe, ihn wie alle anderen nach Auschwitz zu schicken. Auch nicht die Alliierten oder die Russen, die ihn als Kriegsverbrecher verfolgt hätten. Und gewiss nicht die Juden, die er so eifrig auf den Weg in den sicheren Tod geschickt hatte. Wie hatte er also überleben können? Bei diesen unlösbaren Fragen, die sie bestürmten, schüttelte sie den Kopf. Er musste, wie all die anderen auch, gestorben sein. Etwas anderes war undenkbar. Sie sagte sich den Satz immer wieder. Er muss gestorben sein. Er muss gestorben sein. Dann verkürzte sie ihn im Geist und dachte nur noch, er ist tot. Er ist tot. Er kann nicht am Leben sein. Nicht hier. Nicht in Miami Beach. Nicht inmitten der wenigen Überlebenden. Einen Augenblick lang hatte sie das Gefühl, ihr würde schlecht. Sofie Milstein, der die Furcht wie ein monströses Geschöpf im Leib rumorte, stand auf. Die Figuren der Fernsehkomödie lachten alle und die Zuschauer lachten über sie. »Leo«, sagte sie laut. Sie ging zum Telefon und wählte hastig die Nummer des Rabbi. Als sie die Ansage des Anrufbeantworters hörte, legte sie auf. Sie sah auf die Armbanduhr und dachte, »Noch zu früh für Mr. Silver und Frieda Kroner. Die sind nicht vor Mitternacht zurück.« Ihr Finger schwebte über der Tastatur, dann tippte sie Simon Winters' Nummer ein. Sie rechnete damit, dass er sofort abnehmen würde und versuchte, sich zurechtzulegen, was sie sagen sollte, außer, dass sie immer noch Angst hätte. Doch der einzige Gedanke, den sie fassen konnte, war Simon Winters' Revolver, der sie beschützen würde. Das Telefon klingelte weiter, ohne dass sich jemand meldete. Nach einer Weile schaltete sich das Band ein. »Dies ist der Anschluss von Simon Winter. Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen.« Sie wartete und sagte nach dem elektronischen Signal, »Mr. Winter, Sophie Milstein, ich wollte nur... Ach, ich wollte Ihnen nur noch einmal danken. Alles weitere dann morgen früh.« Ein wenig erleichternd legte sie auf. »Er hat bestimmt ein paar gute Ratschläge,« dachte sie. »Er ist ein sehr netter Mann, mit einem kühlen Kopf und einer Menge Krebs. Vielleicht nicht so viel wie Leo, aber er wird wissen, was zu tun ist.« Sie fragte sich, wo er stecken mochte. »Wahrscheinlich war er nur noch ausgegangen, um irgendwo eine Kleinigkeit zu essen. Er wird bald zurück sein.« »Genau wie Rabbi Rubenstein ist er einfach nur noch mal ausgegangen.« »Alles ist heute Abend ganz normal.« »Genau wie an jedem anderen Abend.« Plötzlich musste sie denken, »Mr. Hermannstein, wer waren Sie? Wieso haben Sie diesen Brief geschrieben? Wen haben Sie gesehen?« Sie holte tief Luft, doch in einer Woge der Panik kam ihr die unabweisliche Erkenntnis, »Ich bin ganz allein.« Im nächsten Moment hielt sie dagegen und schärfte sich ein, dass sie irrte. Schließlich waren die Kadoshs und der alte Finkel über ihr und bald käme sicher auch Simon Winter vom Essen zurück. Sie wäre von ihnen allen umgeben und alles wäre gut. Sie nickte still, um sich von der Richtigkeit der Feststellung zu überzeugen. Sie trat einen Schritt näher an den Fernseher heran. Nach der Comedy lief nunmehr ein düsteres Drama. »Wer könnte das sonst gewesen sein?« fragte sie sich plötzlich. Wieder schnappte sie nach Luft. Der Gedanke versetzte ihr einen Stich, und sie versuchte rasch, die dunklen Ahnungen und Ängste mit fadenscheinigen Argumenten zu betäuben. Ach was! Es kann ein wildfremder gewesen sein. Ein x-beliebiger alter Mann in Miami Beach. Immerhin wimmelt es jungen so von alten Leuten. Und die sehen auch noch alle gleich aus. Vielleicht hat er dich auch mit jemandem verwechselt, den er kannte, und hat dich deshalb so angestarrt und sich noch einmal aufmerksam umgesehen. Und als er merkte, dass er sich getäuscht hatte, na ja, um einer peinlichen Situation aus dem Weg zu gehen, hat er sich weggeschlichen. So was passiert ständig. Im Laufe seines Lebens begegnete man immerhin Hunderten von Leuten, also ist es nur natürlich, dass man ab und zu für jemand anderen gehalten wird. Doch sie hatte nicht das Gefühl, dass der Mann sie für jemand anderen gehalten hatte. »Wieso hier?« fragte sie sich. »Keine Ahnung.« »Wieso ist er hierher gekommen?« »Keine Ahnung.« »Was hat er vor?« »Keine Ahnung.« »Wer ist er?« Auf diese Frage wußte sie die Antwort. Doch das wollte sie sich nicht eingestehen. Sie versuchte, ihre Emotionen in den Griff zu bekommen, die zwischen den Wänden der kleinen Wohnung hin und her zu springen schienen. Sie beschloss, am nächsten Morgen zum Holocaust-Center zu gehen und mit den Leuten dort zu reden. Sie waren immer so nett. Sogar die Jungen. Und sie interessierten sich brennend für alles, was sie zu erzählen hatte. Sie war sicher, dass sie ihr auch diesmal zuhören würden. Sie würden wissen, was zu tun war. Augenblicklich ging es ihr besser. »Das ist ein guter Plan«, dachte sie. Sophie Milstein nahm den Hörer vom Telefon und wählte die Nummer des Holocaust-Center. Sie wartete, bis die Ansage mit den Öffnungszeiten abgespielt war und sagte nach dem Signalton in den Hörer, »Ester, hier spricht Sophie Milstein. Ich muss Sie sprechen, bitte. Ich komme morgen früh und erzähle Ihnen davon, wie ich verhaftet wurde. Es ist etwas passiert. Das hat Erinnerungen wachgerufen.« Sie zögerte, weil sie nicht wusste, wie viel sie erklären sollte. Während sie noch nachdachte, war das Band zu Ende und mit dem Piepton wurde die Aufnahme gestoppt. Sie hielt den Hörer immer noch in der Hand und überlegte, ob sie noch einmal anrufen und ihre Nachricht zu Ende sprechen sollte, ließ es dann aber bleiben. Sie legte auf und fühlte sich besser. Sie ging zum Fenster neben der Wohnungstür, wo sie die Gardine an der Ecke ein wenig lupfte, um noch einmal wie nach dem Abschied von Simon Winter hinauszuspähen. In seiner Wohnung brannte kein Licht. Eine Weile betrachtete sie den Hof und blinzelte in die Nacht, um auf die andere Seite der Straße zu sehen. Ein Wagen fuhr schnell vorbei. Sie erhaschte einen Blick auf ein Paar, das zügig den Bürgersteig entlanglief. Sie gab ihren Posten an der Vorderseite auf und lief zur Gartentür, die sie, ebenso wie zuvor Simon Winter, überprüfte, um sicher zu gehen, dass sie abgeschlossen war. Sie ruckelte ein wenig an der Schiebetür. Sie bedauerte, wie wenig solide sie aussah, und beschloss, dass sie am Morgen auch noch Mr. Gonzalez, den Eigentümer des Sunshine Arms, anrufen könnte. »Ich bin alt«, dachte sie. »Wir sind hier alle alt, und er sollte wirklich bessere Schlösser anbringen und vielleicht auch eine von diesen raffinierten Alarmanlagen, wie zum Beispiel die bei meiner Freundin Rhea drüben im Bellevue. Sie braucht nur auf einen Knopf zu drücken, und schon wird wie von Zauberhand die Polizei gerufen. So was in der Art sollten wir hier haben, etwas Modernes.« Sie schaute noch einmal nach draußen, sah jedoch nichts als Dunkelheit. Mr. Boots war zu ihren Füßen. »Siehst du, Katerchen, kein Grund, dir Sorgen zu machen?« Der Kater antwortete nicht. Angst und Erschöpfung hielten sich die Waage. Einen Moment lang überlegte sie ernsthaft, ob das Seniorenheim, mit dem ihr Sohn ihr in den Ohren lag, am Ende gar keine so schlechte Idee wäre. »Doch wie alles andere auch«, sagte sie sich schließlich, »konnte es bis morgen warten.« Sie beruhigte sich mit einer Liste von Erledigungen, die am kommenden Tag anstanden. Anruf bei Mr. Gonzales, Kauf eines neuen elektrischen Dosenöffners, Anruf bei ihrem Sohn, Besuch im Holocaust-Center, Gespräche mit dem Rabbi und Mr. Silver und Mrs. Croner. Und ein Treffen mit Simon Winter, um eine Entscheidung zu fällen. Ein voller Tag, dachte sie, trat ins kleine Badezimmer und öffnete ihr Arzneischränkchen. Dort standen eine Reihe Medikamente in Reihe und Glied. Etwas fürs Herz, etwas für die Verdauung, etwas gegen Schmerzen. In einem kleinen Döschen, fast am Ende des Fachs, fand sie, was sie suchte. Etwas zum Schlafen. Sie schüttete sich eine einzige weiße Pille in die Hand und schluckte sie ohne Wasser hinunter. »So«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild, »in vielleicht zehn Minuten geht dein Lämpchen aus.« Sie lief schnell ins Schlafzimmer, schlüpfte aus ihren Sachen und nahm sich die Zeit, ihr Kleid sorgfältig in den Schrank zu hängen, sowie die Wäsche in den weißen Korb zu werfen. Sie zog sich das Nachthemd aus Kunstseide an und legte sich die Rüschen um den Hals zurecht. Sie erinnerte sich, dass es zu Leos Lieblingsnachthemden gehört hatte und dass es sie damit aufgezogen und behauptet hatte, sie sähe darin sexy aus. Sie vermisste die Neckereien. Sie hatte sich nie für sexy gehalten, doch sie mochte seine Späße, weil sie ihr das Gefühl gaben, begehrenswert zu sein, was sie genoss. Sie warf einen letzten Blick auf das Foto ihres Mannes und schlüpfte unter die dünnen Laken. Als die Wirkung der Schlaftablette einsetzte, spülte sie eine angenehme, warme, ein wenig schwindelerregende Woge. Der Kater sprang neben ihr aufs Bett. Sie streckte die Hand nach ihm aus und streichelte ihn. »Ich war gemein zu dir«, sagte sie. »Tut mir leid, Mr. Boots, ich brauche nur dringend meinen Schlaf.« Er rollte sich neben ihr ein. Sie schloss die Augen. Das war alles, was ihr Herz begehrte, dachte sie. Einen einzigen, ruhigen Abend und erholsamen, traumlosen Schlaf. Die Nacht klappte wie ein Deckel über Sophie Mirstin zu. Selbst als nach einigen Stunden Mr. Boots plötzlich aufstand, einen Buckel machte und aus Protest gegen die brutalen, unmenschlichen Geräusche eines Eindringlings in instinktiver Abwehr fauchte und zischte, rührte sie sich nicht. Der Buchhalter der Toten Es war bereits neun Minuten nach Mitternacht und die Nummer drei der Miami Beach-Notrufleitstelle entsprechend verärgert, dass ihre Schichtablösung sich zum dritten Mal in dieser Woche verspätete. Sie wusste, dass das kleine Kind von Nummer siebzehn mit Bronchitis im Bett lag, doch neun Minuten waren neun Minuten, und sie wollte nicht vollkommen unausgeschlafen sein, wenn ihr eigener Sohn sie, wie fast jeden Morgen, weckte, indem er sich in ihrem Haus in Carroll City lautvernehmlich im Bad und in der Küche zu schaffen machte. Ein Vorteil, den jugendliche Genossen, erinnerte sie sich, war eine gewisse Unempfindlichkeit gegen Lärm. Also zählte sie die Minuten und rechnete die Verspätung von Nummer siebzehn zur Heimfahrt dazu. Miami Beach, dann die Dammstraße entlang, am Stadtzentrum vorbei, und schließlich auf die Autobahn, einen Bogen um Liberty City, bis sie endlich das kleine Haus erreichte, das sie in einem staubig-trockenen Teil des County besaß. Das Viertel war weder Teil der City noch Vorstadt, sondern bildete eine Enklave der unteren Mittelschicht, die bescheidene Sicherheit bot und etwas weniger Kummer bereitete, als die Gegend kaum ein, zwei Meilen weiter. In ihrem acht Jahre alten Chevy brauchte sie für die Fahrt knapp eine Stunde. Links und rechts von ihr hatten Nummer elf und vierzehn bereits ihren Nachtdienst angetreten. Nummer elf schickte gerade einen Löschzug zu einem Brand im zweiten Stock eines Wohngebäudes nähe Collins Avenue, und Nummer vierzehn stellte zwischen einem State Trooper, der auf den Julia Tuttle Causeway einen großen BMW verfolgte und der Fahndungsstelle eine Verbindung her. Es war eine anstrengende Nacht gewesen. Ein Einbruch in einem Eckladen, eine Meldung zu einer Vergewaltigung, eine Schlägerei vor einem Nachtclub, eine Menge Arbeit, aber wohl nichts, was es am nächsten Morgen in die Zeitung schaffen würde. Nummer drei sah auf und regte den Kopf, um nach Nummer siebzehn Ausschau zu halten. Sie blickte immer noch um sich, als an ihrer Schalttafel das rote Licht aufblinkte. Ohne nachzudenken drückte sie den Verbindungsknopf und sprach in antrainiertem, sachlichem Ton »Notruf Miami Beach, Feuerwehrpolizei, Rettungsdienst«. Schon bei den ersten Worten wusste sie, dass ein alter Mensch in der Leitung war. »Oh mein Gott, schicken Sie bitte sofort die Polizei, hier ist jemand ermordet worden, die arme Mrs. Milstein, ein Krankenwagen, schicken Sie Hilfe, bitte!« Es gehörte zu ihrem Beruf, hysterische Reaktionen ihrer Anrufer zu meistern. »Ja, Ma'am, sofort. Nennen Sie mir die Adresse.« »Ja, sicher. Das Sunshine Arms, 1290 Thirteenth Court. Bitte, schnell!« »Ma'am, welche Art von Hilfe brauchen Sie? Was ist passiert?« Nummer drei stellte ihre Fragen in vollkommen ruhigem Ton. »Wir haben ein Geräusch gehört, Henry und ich, und er ist runter, um nachzusehen, und Mrs. Finkel ist auch mitgekommen, und sie war tot. »Oh mein Gott, in was feiner Welt leben wir nur. Schicken Sie die Polizei, bitte! Jemand hat sie umgebracht! Oh mein Gott, wo sind wir denn?« »Bleiben Sie am Apparat!« Während sie auf einen anderen Knopf drückte, sprach Nummer drei in die Leitung. »An alle Einheiten möglicherweise Tötungsdelikt, 1290 Thirteenth Court. Eilt, es sind Leute am Leichenfundort. Diensthabende Einheit, bitte melden!« Sie drückte auf einen zweiten Knopf, der sie mit einem Krankenwagen verbannt. »Wir haben ein Tötungsdelikt, 1290 Thirteenth Court, aber es sind ältere Menschen mitbetroffen. Fahren Sie hin, sehen Sie, ob jemand Hilfe braucht.« Dies entsprach nicht ganz den Vorschriften. Doch Nummer drei war schon seit über zehn Jahren beim Notruf und wusste aus Erfahrung, dass die Aufregung und das Geräusch von Sirenen schwacher Herzmuskeln ziemlich strapazieren konnten. Nummer drei meldete sich anschließend wieder ruhig und sachlich bei der fassungslosen Frau in der offenen Leitung. »Ma'am, es ist Hilfe unterwegs. Ein Polizist müsste jeden Moment eintreffen. Außerdem habe ich einen Krankenwagen bestellt.« »Er hat ihn gesehen, mein Henry, wie er aus der Gartentücke rannt ist. Ein Schwarzer, und Henry hat ihn bis zur Gasse hinter dem Zaun verfolgt, aber dann ist er ihm entwischt und ich habe sie angerufen.« »Ach, die arme Mrs. Milstein.« »Ma'am, ist der Tatverdächtige noch in der Nähe?« »Was? Wer?« »Nein, er ist über die Gasse getürmt.« »Ma'am, legen Sie nicht auf. Ich brauche noch Ihren Namen und Ihre Anschrift.« Wieder ließ sie die Anruferin in der Leitung warten, während sie eine weitere Nummer wählte. »Mortdezernat Beach, Detective Robinson am Apparat.« »Detective, hier spricht Nummer drei von der Notrufzentrale. Ich glaube, es kommt ein bisschen Schwung in Ihre gemächliche Dienstnacht. Wir haben gerade einen Anruf reinbekommen, möglicherweise ein Tötungsdelikt in einer Wohnanlage namens Sunshine Arms in South Beach. Die Streife ist schon auf dem Weg, aber vielleicht wollen Sie ja jemanden hinschicken, bevor die alle Spuren zertrampeln.« Walter Robinson erkannte die Stimme. »Lucy«, seufzte er, »was wäre eine Nacht ohne einen Anruf von Ihnen?« Nummer drei grinste, wünschte sich einen Augenblick lang, sie wäre jünger und sexier und zu Hause lege nicht schnarchend ihr Mann in ihrem breiten Doppelbett. »Also, Detective«, sagte sie, »wir haben alles beisammen, samt hysterischer alter Frau in der Leitung, die behauptet, der Täter sei gerade von Tatort geflohen. Wenn Sie sich beeilen, haben Sie vielleicht Glück.« »Glück«, erwiderte Robinson, »ist auf dieser Welt Mangelware.« Nummer drei nickte. Sie blickte auf und sah, wie Nummer siebzehn mit einem verlegenen, schuldbewussten Gesichtsausdruck die Zentrale betrat. »Na ja, Detective, wenn Sie kein Glück brauchen, das habe ich nicht behauptet, Lucy. Ich habe nur gesagt, dass es rar gesät ist, besonders spät nachts in der Großstadt. »Können Sie laut sagen«, pflichtete Nummer drei bei, während sie die Verbindung mit dem Detective trente und über die offene Leitung im Hintergrund eine Sirene hörte, die das Schluchzen der alten Dame zunehmend übertönte. Walter Robinson beendete das Telefonat und schrieb sich die Adresse auf ein Stück Schmierpapier. Er machte sich auf die Hitze gefasst, die draußen auf ihn wartete, wenn er die frische Kühle seines Büros im Morddezernat verließ. Eine widerwärtige, zähflüssige, klebrige Spüle, die einem die Luft zum Atmen nahm. Die gestaute Feuchtigkeit würde ihm wie eine Zwangsjacke die Brust einschnüren. Er atmete einmal tief ein, schob die juristischen Lehrbücher, in denen er gelesen hatte, in eine Schublade, nahm ein Funkgerät von der Ladestation auf der Ecke seines Schreibtischs und dachte, was für eine schreckliche Nacht zum Sterben. Robinson, dessen Alter sich weniger an Jahren als an desillusionierenden Erfahrungen auf der Straße messen ließ, war nur noch zwanzig Punkte vom Juraabschluss entfernt, seinem Freifahrtschein aus dem Polizeidienst. Er fuhr zügig durch das gelbliche Licht der Natriumdampflampen, die das nächtliche Pflaster mit diesem gespenstischen Schimmer überzogen, Auch wenn er sich in Miami nicht als Einheimischer empfand, ein Status, den er diesem etwas gröberen Schlag mit dem gedehnten Südstaaten-Akzent nicht neidete, so war er doch als Sohn einer Grundschullehrerin in Coconut Grove aufgewachsen. Sein zweiter Vorname lautete Birmingham. Allerdings benutzte er ihn nie. Es wäre zu kompliziert, den Weißen und Latinos, mit denen er bei der Polizei von Miami Beach vorwiegend zusammenarbeitete, zu erklären, wieso man ihn zumindest teilweise nach einer Stadt benannt hatte. Seine Mutter war mit einem der Kinder entfernt verwandt, die 1963 bei dem Attentat von Birmingham ums Leben gekommen waren. Und so hatte sie bei seiner Geburt einen Teil ihres Zorns weitergegeben, in dem sie ihn nach der Stadt in Alabama benannte, damit er, wie sie ihm von Zeit zu Zeit ins Gedächtnis rief, nicht vergaß, wo er herkam. Dabei fand Walter Robinson nichts Verkehrtes daran, zu vergessen, woher er kam. Er hatte seinen Namensgeber in Alabama noch nie besucht, und es zog ihn auch nicht sonderlich in den Stadtteil zurück, in dem er groß geworden war. Der Grove ist ein eigenartiger Teil von Miami. Wie der Zufall spielte, war dort im Lauf der Zeit einer der schlimmsten Slums der Stadt entstanden, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer der wohlhabendsten Gegenden, und sorgte so dafür, dass Angst, Wut und Neid in regelmäßigen Wogen überschwappten. Robinson hatte die ganze Gefühlsskala hinter sich und verspürte wenig Lust, sich daran zu erinnern. Außerdem fühlte er sich, ungeachtet seiner acht Jahre im Dezernat Miami Beach, zuerst in Uniform und die letzten drei mit goldener Marke, auch in seiner Dienststelle nicht zu Hause. Er fand seine mangelnde Verwurzelung ungewöhnlich und ein wenig besorgniserregend, versuchte jedoch, sie im Alltag zu ignorieren. Er bog in den Thirteenth Court ein und sah schon von Weitem die Streifenwagen, die vor dem Gebäudekomplex des Sunshine Arms parkten. Mit Genugtuung stellte er fest, dass die Kollegen in Uniform den Fundort bereits weitläufig mit Absperrband gesichert hatten. Er stieg aus seinem nicht gekennzeichneten Wagen und lief zu einer Gruppe älterer Menschen, die sich in einer Ecke des Hofs zusammendrängte. Als er sich dem Wohngebäude näherte, kam ein Streifenpolizist herüber und begrüßte ihn mit Namen. Er antwortete mit einem stummen Nicken. »Was haben wir?« »Älteres Opfer im Schlafzimmer. An der Gartenseite Zeichen von gewaltsamem Eindringen. Eine Terrassentür. Wissen Sie, eins von diesen Schiebedingern, die mein Sechsjähriger aufbrechen könnte.« »Ich kenne die Sorte.« »Abwehrspuren?« »Ähm, kaum. Na, so wie es aussieht, hat sich der Täter allerdings alles gegriffen, was nicht nid- und nagelfest war, bevor die Nachbarn zur Stelle waren. Er muss weggerannt sein, als er hörte, dass sie kamen, um nachzusehen, was los war. Einer von ihnen, ein Mr., äh, Henry Kaddosh, eine Wohnung drüber, hat den Täter noch bis auf den Weg hinter dem Garten verfolgt und ihn recht gut zu sehen bekommen. Seine Frau hat den Notruf gewählt.« »Und?« »Schwarz, männlich, zwischen achtzehn und Mitte zwanzig, eins fünfundsiebzig bis eins achtzig, groß, eher schmal gebaut, um achtzig Kilo. Trug hochgeschlossene Turnschuhe und ein dunkles T-Shirt.« »Hm, passt auf mich«, meinte Walter Robinson. »Das wetten wir. Bevor ich den Tatort verlassen habe, sagt einer von denen, »Aber die sehen doch einer aus wie der andere.« Dabei ahmt er die Stimme eines älteren Menschen nach. Der Streifenpolizist grinste. »Wenn Sie gleich darüber gehen, schreit bestimmt einer, da ist er ja.« Robinson lachte. »Wahrscheinlich.« »Wär nicht das erste Mal.« Der Polizist fuhr fort. »Ich habe eine Fahndung rausgegeben, vielleicht haben wir Glück.« »Sie sind bereits der Zweite innerhalb der letzten halben Stunde, der das zu mir sagt. Dabei fühle ich mich heute Nacht nicht gerade wie ein Glückspilz.« Der Sergeant zuckte mit den Achseln. »Ach, die wohl auch nicht.« Er wies mit einer Kopfbewegung in die Richtung der Wohnung. »Glauben Sie, der Zeuge könnte einem Phantombildzeichner brauchbares schildern?« Er behauptet, er hätte ihn deutlich zu sehen bekommen. Mag ja sein, aber... Tja, nachdem er das gesagt hatte, reichte ihm seine Frau die Brille. »Na toll.« »Sind die bei der Gruppe da drüben?« »Gleich vorne.« »Nun gut, ich schaue mich erst mal drinnen um.« »Ich habe schon die Spurensicherung gerufen und den Gerichtsmediziner müssten bald hier sein.« »Gute Arbeit, danke.« Der Detective begab sich zur Eingangsfront. Er zögerte einen Moment, dann lief er langsam weiter und betrat Sophie Mirsteins Wohnung. Mit jedem Schritt verging ihm die unbeschwerte Flachserei und er konzentrierte sich ganz darauf, Details wahrzunehmen. Ein weiterer uniformierter Polizist stand im Wohnzimmer neben einem verhüllten Vogelkäfig und schrieb etwas in ein Notizbuch. Er nickte und deutete überflüssigerweise hinter sich Richtung Schlafzimmer, das Walter Robinson bereits ansteuerte. Er war froh, dass er vor dem Team der Spurensicherung eingetroffen war und auch darüber erleichtert, dass nicht die ersten Polizisten am Tatort in der Nähe der Leiche herumtrampelten, wie es so oft geschah. Er zog es grundsätzlich vor, zunächst einmal mit dem Opfer allein zu sein. Dann konnte er seine Vorstellungskraft mobilisieren und sich die letzten Sekunden des Ermordeten vor Augen führen. Während er sich wie ein Vater, der ein schlafendes Kind nicht wecken will, ins Schlafzimmer schlich, dachte er wie so oft, dass er den Beruf des Ermittlers im Morddezernat von Herzen hasste. Der unzählige schwüle Nächte, Leichen und Papierkram mit sich brachte, Hitze, Gestank und Plackerei. Obwohl er noch jung war, hatte er sich schon lange von der fantastischen Vorstellung verabschiedet, ihn verbände ein unsichtbares Band mit Sherlock Holmes oder Hercule Poirot. Genauso wenig empfand er sich, wie einige der erfahreneren Kollegen im Präsidium, als stellvertretender Rächer, dazu berufen, die scheinbar endlose Kette an Missetaten, die Menschen aneinander verüben, zu ahnden. Vielmehr sah er sich im Laufe der Zeit immer mehr als Buchhalter der Toten. Ihm fiel die Aufgabe zu, ihre letzten schrecklichen Momente zu sichten und zu einem schlüssigen Bild zusammenzufügen, um dann das Ergebnis seiner Wahrheitsfindung der nächsten Behörde vorzulegen, sei es ein Ermittlungsausschuss oder das Gericht. Die Tote lag mit ausgestreckten Armen und Beinen unnatürlich verrenkt in einem zerwühlten, zerrissenen Knäuel aus Laken auf dem Bett. Sie muss nach Leibeskräften um sich geschlagen und getreten haben, dachte er, um das tödliche Gewicht, das sie niederdrückte, abzuwehren. Er selbst hätte seinen Arbeitsstil als routiniert und gründlich beschrieben und dabei diese Momente, in denen ihn die intuitive Erkenntnis wie ein Stromschlag traf und er dem Mörder auf die Schliche kam, heruntergespielt. Er führte diese aufregenden Geistesblitze lieber auf seine Ausdauer und Hartnäckigkeit zurück, wohingegen er in den Augen seiner Kollegen das Ermittlergespür zur Kunst verfeinert hatte. So oder so zeitigte seine Vorgehensweise Ergebnisse. Niemand im Dezernat löste mehr Fälle als er und so genoss er die Hochachtung seines Vorgesetzten, der sich wenig darum scherte, wie ein Verbrechen aufgeklärt wurde, solange die Statistik stimmte. Entsprechend galt Walter Robinson als ein Mann mit denkbar guten Aufstiegschancen in der Hierarchie der Kripo Miami Beach. Er selbst zeigte sich allerdings von Dienstgraden und Titeln wenig beeindruckt. Für ihn hatte die Aussicht auf die polizeiliche Karriere leider etwas von einer ansteckenden Krankheit und schon deshalb arbeitete er am liebsten allein. Robinson näherte sich behutsam dem Opfer. Er achtete darauf, wohin er seine Füße setzte und hielt die Hände bei sich. Er registrierte die markanten roten Male an ihrer Kehle und sah, dass ihre Augen im Tod weit aufgerissen waren. Einem alten Mythos zufolge blieb in den Augen eines Ermordeten in dem Moment, da ihn der Tod ereilt, ein Bild des Mörders zurück. Er hatte mehr als einen Fall gesehen, bei dem ein abergläubischer Killer dem Opfer nachträglich die Augen herausgerissen hatte. Er wünschte sich, der Mythos stimmte. Würde ihm die Arbeit entschieden erleichtern. »Wer hat dich ermordet?« hätte er am liebsten gefragt. Doch das Einzige, was er in diesen Augen lesen konnte, war blankes Entsetzen. Das verwunderte ihn nicht. Die Frau war vom Druck auf die Luftröhre erwacht. »Hätten sie Geräusche vom Einbruch aufgeschreckt, wäre der Mord an einer anderen Stelle geschehen.« Er sah sich um und suchte nach Schlaftabletten. »Schau im Badezimmer nach«, nahm er sich vor und wusste schon jetzt, dass er fündig werden würde. Robinson wandte sich von der Leiche ab und nahm, wie ein Sachverständiger vor der Auktion das Kunstwerk, den Raum in Augenschein. Schubladen waren aufgezogen, ihr Inhalt ausgekippt. Eine Nachttischlampe lag zersplittert am Boden. Zuerst dachte er an einen Kampf, doch dann verwarf er die Idee. »Nein«, dachte er, »der Kampf hat auf dem Bett inmitten der zerknüllten, zerfetzten Decken stattgefunden, und er hat nicht lang gedauert.« Das hier hatte damit zu tun, dass der Mann in Eile war. Er wusste, dass ihm nicht viel Zeit blieb, und so durchwühlte er das Zimmer so schnell er konnte. Auf dem Boden entdeckte Robinson ein Kissen ohne Bezug. Eine Frau, die in frischer Bettwäsche schläft, aber ohne Kissenbezug? Nein, den hat der Täter sich geschnappt, um darin sein Liebesgut mitzunehmen. Er prägte sich das Blumenmuster der Laken ein. »Bist du clever genug, den wegzuwerfen?« wage ich zu bezweifeln. Der Detektiv ließ die Luft in einem langen Seufzer entweichen. Es war stickig. Gegen die warme Luft aus der zertrümmerten Terrassen und der Wohnungstür, die für den Gerichtsmediziner und die Spurensicherung offen stand, kam die Klimaanlage nicht an. Er spürte, wie ihm ein dünner Schweißfilm auf die Stirn und in die Achselhöhlen trat. Langsam schüttelte er den Kopf. Es ist alles so entsetzlich vertraut, dachte er. Eine ältere Frau, allein, eine Erdgeschosswohnung ohne ein vernünftiges Schloss an der Terrassentür, eine Wohngegend voll schattiger Winkel, dunkler Gassen und alter Leute, die von der Sozialversicherung oder Rente lebten. Gerade ausreichend Schmuck und zwanzig-Dollar-Scheine, dass ein schneller, leichter Bruch lohnen schien, aber nicht annähernd wohlhabend genug, dass es für Alarmanlagen, Wachleute und Dobermänner reichte. Ein Leben in der Grauzone, dachte er. Der ganz normale Großstadt-Albtraum. Irgendwo passierte das jede Nacht. Kleine Variationen des immergleichen Themas. Du bist alt und verletzlich und versuchst, das Wenige, das dir auf dieser Welt geblieben ist, festzuhalten. Und es gibt jemand Jüngeren, Stärkeren, dem es noch dreckiger geht als dir, also nimmt er es dir weg. Wenn du Glück hast, kommst du mit einem Schlag auf den Kopf davon. Du überlebst mit einem Bluterguss, einem gebrochenen Arm oder einer Hüftfraktur. Wenn du Pech hast, gehst du dabei drauf. Er überlegte, wie viele Fälle dieser Art er schon gesehen hatte. Ein Dutzend? Hundert? Hatte sie beim Zubettgehen auch nur die geringste Ahnung, dass sie die Nacht nicht überleben würde? Leise sagte er zu dem Mörder. Du bist also eingebrochen. War ja kein Kunststück. Du hast sie im Schlaf überrascht und sie erwirkt. Aber es hat zu viel Lärm gemacht. Also bist du aufgesprungen, hast dir geschnappt, was du kriegen konntest und bist getürmt. Aber nicht schnell genug, du Bastard, denn es hat dich jemand gesehen. Er hörte, wie sich aus dem Wohnzimmer Stimmen näherten und stellte fest, dass die Sachbearbeiter des unnatürlichen Todes eingetroffen waren. Er hörte einen Polizeifotografen rufen, Herr Walter, wo steckst du gerade? Und er antwortete, hier drin. Er warf erneut einen Blick auf die Leiche. Irgendetwas schien nicht ins Bild zu passen. Doch er konnte nicht sagen, was da war. Das ging ihm noch im Kopf herum, als die Männer ins Schlafzimmer traten und er sie begrüßte. Augenblicklich nahm er eine lässige, heitere Haltung an. Eine Pose, hinter der sich alle Menschen verschanzen, die Tötungsdelikte aufzuklären haben. »Herr Walter!« grüßte ein sehr kleinwüchsiger Kriminaltechniker, der einen riesigen Lederkoffer schleppte. »Was haben Sie bis jetzt rausgefunden?« »Noch nicht viel. Sie war alleinstehend, Ted. Müssten Fingerabdrücke zu finden sein. Leg dich vor allem bei diesem Schubladen ins Zeug. Bobby, machen Sie Fotos von allem, auch von dem Kram, den der Karl hier ausgeschüttet hat. Und dann vom gewaltsamen Eindringen. Ist Dr. Tod schon da?« »Parkt gerade den Wagen, genauer gesagt, einer seiner Assistenten. Der Boss schläft heute Nacht offenbar durch. »Nee, hat wohl eher alle Hände voll mit diesem Dreifachmord in Liberty City zu tun.« unterbrach ihn der Fotograf, während er den Belichtungsmesser und den Blitz einstellte. »Seines Problemen im Crackschuppen, habe ich unterwegs über Funk gehört, sowas in der Art. Das ist meine Pfeife, nee, ist es nicht, peng, peng, peng. Was macht morgen Schlagzeilen? Bestimmt ist er da.« Robinson wusste, dass der oberste Gerichtsmediziner des County sich gerne um die Todesfälle kümmerte, die den Herald und die lokalen Fernsehsender interessieren würden. Doch er schüttelte den Kopf. »Vielleicht fängt er da an, aber ihr werdet sehen. Bevor wir hier durch sind, steht er auf der Matte und mit ihm die Presse und Fernsehreporter. Er gibt uns im selben Moment die Ehre wie sie. Ich würde ja sagen, er arbeitet sich zu Tode, aber das könnte zu Missverständnissen führen.« Die anderen Polizisten, die sich ins Zimmer drängten, lachten. Der Fotograf nahm mit dem lauten Krachen seines Blitzes die Arbeit auf. Es mischte sich in das emsige Getriebe, das sich augenblicklich auf engstem Raum entfaltete, als die Kriminaltechniker mit ihrer Arbeit begannen und Fasern aufsammelten, Fingerabdruckpulver verteilten und nach anderen Beweismitteln suchten. Robinson beschloss, nach draußen zu gehen und mit den Leuten zu reden, die den Mörder vertrieben hatten. »Sie sind alt,« dachte er, »und es ist spät und es wird nicht lange dauern, bis sie müde werden. Hören wir uns an, was sie zu sagen haben, solange die Erinnerung frisch ist.« An der offenen Tür ließ Robinson noch einmal den Blick über das Zimmer schweifen und versuchte, sich darüber klar zu werden, wieso er sich so unbehaglich fühlte. Er betrachtete die Leiche noch einmal. Immer noch vermied er in Gedanken ihren Namen. Er wusste, das kam noch früh genug. Für den Augenblick betrachtete er sie als einen Gegenstand, den es sorgfältig zu katalogisieren galt. Hoffnung Als er vom Ende des Häuserblocks aus das Blinklicht der Streifen wagen sah, blieb Simon Winter wie angewurzelt stehen, während ihm vor Staunen die Kinnlade herunterfiel. Indem er einen einzigen Schritt auf die blitzenden Lichter zumachte, bestürmten ihn eine Reihe von Schreckensvisionen. Er sagte sich, es hat irgendwo gebrannt, es gab einen Einbruch, einen Herzinfarkt, einen Unfall. Mit jeder Möglichkeit beschleunigte er seine Schritte, sodass er, als er das gelbe Absperrband der Polizei erreichte, im Laufschritt den Takt seiner bösen Vorahnungen auf das Pflaster schlug. Die Worte, die er am meisten fürchtete, wagte er nicht zu denken. Es hat einen Mord gegeben. Keuchend hielt er am Eingang zum Sunshine Arms. Auf der schmalen Straße standen mindestens ein halbes Dutzend Streifenwagen, die in einem weiten Umkreis alles in grelles Rot und Blau färbten. Er entdeckte zwei Übertragungswagen von Fernsehsendern und sah, wie sich Kamerateams plappernd auf dem Bürgersteig zusammenscharrten. Ein Kombi nicht weit von ihnen trug die Kennung des County-Gerichtsmediziners und der leere Brunnen im Hof war von uniformierten Polizisten umringt. Simon Winter merkte augenblicklich, dass niemand in Eile schien und er schnappte nach Luft. Solange noch ein Puls schlägt, dachte er, arbeiten die Leute schnell. Wenn nicht, gehen sie's langsam an. Er hatte plötzlich eine trockene Kehle und duckte sich unter dem gelben Band hindurch. Das zog die Aufmerksamkeit eines Polizisten an, der die Hand hochhielt. »Hey, Senior, betreten verboten!« »Ich wohne hier«, erwiderte Winter. »Was ist passiert?« »Wie heißen Sie?« fragte der Beamte und kam auf ihn zu. Er war noch jung und wirkte durch die eigenartige Wölbung der kugelsicheren Weste kräftiger, als er war. »Winter, ich wohne Nummer 103 gleich da vorn. Was ist denn passiert?« »Leben Sie allein, Mr. Winter?« »Ja, was ist passiert?« »Es gab einen Einbruch, eine alte Frau wurde ermordet.« Simon Winter blieb der Name fast im Halse stecken. »Sophie Milstein?« »Richtig, kennen Sie die Tote?« »Ja«, stammelte er. »Noch heute Abend.« »Ich habe Sie noch heute Abend gesehen.« »Hab ihr dabei geholfen, sich einzuschließen.« »Sie haben Sie heute Abend gesehen?« Winter nickte. Er spürte, wie sich sein Magen krampfartig zusammenzog. »Ich würde gern mit dem Detektiv sprechen, der die Ermittlungen leitet,« bat er. »Wissen Sie denn etwas, Mr. Winter, oder sind Sie nur neugierig?« »Ich möchte mit dem leitenden Detektiv sprechen.« Er sah den Streifenpolizisten durchdringend an, um den Tumult in seinem Kopf zu verbergen. Der Beamte zögerte, dann erklärte er, »Ich bringe Sie zu ihm.« Er wollte Simon Winter gerade über den Hof geleiten, als der alte Mann sah, wie die anderen Bewohner des Gebäudekomplexes dicht gedrängt in Schlafanzügen nahe dem Brunnen standen. Mrs. Kadosch winkte ihm augenblicklich zu. »Mr. Winter! Mr. Winter! Mein Gott, ist das schrecklich!« platzte sie heraus. Simon Winter lief schnell zu ihr hinüber. Mr. Kadosch schüttelte immer wieder den Kopf. »Kann man wohl sagen,« pflichtete er seiner Frau bei. »Aber was ist passiert?« fragte Winter. »Ich bin essen gegangen und danach noch etwas spazieren. Ich komme eben zurück und...« Mrs. Kadosch fiel ihm ins Wort. Eine gedrungene Frau, die ihren mattierten Blondschopf unter einem so ausladenden Haarnetz gefangen hielt, dass es für die meisten Fischarten ausgereicht hätte. und einen leuchtend roten Bademantel mit einer riesigen Blume auf der Brust trug. Ein Kleidungsstück, in dem man in einer so schwülen Nacht vor Hitze umkommen musste. Ist schon fast Mitternacht und Henry liest noch ein bisschen im Bett, nachdem er ein paar Minuten Jay Leno gesehen hat, nur die witzigen Pointen, nicht das ganze Gequatsche. Und ich sitze im Bett und warte, als ich plötzlich höre ein Schrei, eher ein Angstschrei, urplötzlich, kann nicht sagen, woher, aber als ich mir recht überlege, ich denke, es ist die arme Mrs. Milstein und ich denke, sie hat vielleicht Albtraum, sie schläft nicht mehr so gut und manchmal höre ich, wie sie ruft, Leo möge er in Frieden ruhen. Also denke ich mir nicht allzu viel dabei, aber mein Henry, der kommt rein und sagt, hast du das gehört? Und ich sage natürlich, ja, und er sagt sofort, sollten vielleicht besser mal nach Mrs. Milstein sehen. Stimmt, murmelte Mr. Kadosch, sollten mal nach Mrs. Milstein sehen. Simon Winter hätte sie gerne gedrängt, ein bisschen zügiger zu erzählen, doch er wusste, dass die Kadoschs aus Ungarn stammten. Henry hatte einmal Henrik geheißen, und die Mischung aus ihrem betagten Alter und ihrem unbeholfenen Englisch stuldete keine Drängelei. Darum nickte er nur. Also, mein Henry geht und findet seine Hausschuhe, und dann findet sein Morgenmantel und geht in Küche und findet die Taschenlampe. Dann geht er nach nebenan und klopft fest, damit der alte Finkel mitkommt. Mr. Finkel nickte zur Bekräftigung. Das stimmt, verkündete er. Mrs. Kadosch warf ihm einen kurzen Blick zu, als wollte sie sagen, schlimm genug, dass ihr Mann sie ständig unterbreche, doch ihr Nachbar möge gefälligst warten, bis er an der Reihe sei. Dann fuhr sie fort. Also, Finkel hat natürlich sein Hörgerät raus, also hört nix, versteht nix, aber er zieht sich auch was über und sie gehen runter und klopfen bei Mrs. Milstein an die Tür. Keine Antwort. Mrs. Milstein, Mrs. Milstein, alles in Ordnung bei Ihnen. Aber nichts, also schlurfen Henry und Mr. Finkel wieder die Treppe hoch und er sagt zu mir, was sollen wir machen, sie meldet sich nicht. Ich sag ihnen, sie sollen ums Haus zur Hintertür und da reinschauen, also sie gehen zurück und machen. Und wissen sie was? Die Terrassentür ist aufgebrochen, einfach rausgezogen, warf Henry Kaddusch ein. Also, nahm Mrs. Kaddusch ihren Faden wieder auf, Henry und Finkel kommen zur Wohnungstür zurückgerannt, wo ich warte und rufen, Maria, Maria, Polizei holen, Notruf, sofort. Und währenddessen wir hören noch ein Geräusch von weiter hinten, das kommt von Terrasse. Wir alle rennen ums Haus herum und Henry, er sieht noch gerade, ist nicht Katze oder Hund im Müll, sondern Nigger, der aus Mrs. Milsdins Wohnung rennt. Mrs. Kaddusch schüttelte den Kopf. Henry, er jagt den Mann bis auf die Gasse und der alte Finkel und ich, wir stecken Kopf zur Tür herein und drinnen ist arme Mrs. Milsdins tot, gemordet. Winter drehte sich alles im Kopf und er merkte, wie es ihm heiß die Kehle hochstieg. Der junge Streifenpolizist tippte ihn auf die Schulter und Winter drehte sich zu ihm um. Kommen Sie, Senior, jetzt wissen Sie ja, was passiert ist. Wollen Sie immer noch mit dem Detective sprechen? Ja, antwortete Winter. Das Opfer, er kam ins Stottern. Das Opfer und wie weiter? Eine vollkommen haarsträubende Gleichung wirbelte ihm durch den Kopf. Eine alte Frau steht bei dir vor der Tür, weil sie Angst hat, ermordet zu werden und dann wird sie ermordet, aber von jemand ganz und gar Unerwartetem. Er glaubte, dass er Zeit zum Nachdenken brauchte, wurde sich dann aber bewusst, wie er hinter dem jungen Polizisten hertappte, der ihn zu Sophie Milsdins Wohnung führte. Sie kamen an dem Posaunenengel vorbei. Die Figur wurde alle paar Sekunden von einem roten Lichtstrahl erfasst, so, dass sie in Blut zu baden schienen. Er blieb an der Schwelle stehen und starrte auf das geschäftige Treiben, das die Wohnung mit Energie aufzuladen schien. Er sah, wie ein Mann mit einem Forensikkoffer die Küche bearbeitete. Ein anderer nahm Proben vom Teppich. Der junge Uniformierte ging auf einen drahtigen schwarzen Mann zu, der angesichts der stickigen Hitze im Raum die Krawatte löste und Simon Winter ein Zeichen machte. Der alte Detektiv blieb stehen und wartete, bis der Jüngere zu ihm kam. Unterdessen sah er sich die Aktivitäten in der Wohnung genauer an. Dabei zähmte er den Aufruhr seiner Emotionen, indem er sich auf seine Erinnerungen konzentrierte. Du bist schon des Öfteren hier gewesen, redete er sich gut zu. Sieh dir den Ort des Geschehens genau an. Er wird dir alles Nötige verraten, wenn du dir nur die Zeit nimmst und für das empfänglich bist, was er dir mitzuteilen hat. Auf seine eigene Weise, mit seiner eigenen Stimme, in seiner uralten Sprache von Mord und Totschlag. Einen Moment lang beobachtete Walter Robinson Simon Winter und sah, wie er mit den Augen systematisch den Raum absuchte. Er legte diese Wachsamkeit als Nervosität aus und wandte sich an den uniformierten Kollegen, der den Mann in die Wohnung geleitet hatte. Und was hat der alte Herr zu erzählen? fragte er. Heißt Winter, wohnt auf der anderen Seite des Hofs, sagt, er hat die Verstorbene noch heute Abend gesehen, wahrscheinlich und er hat gehört, wie sie sich in ihrer Wohnung einschloss. Dachte, sie wollen vielleicht eine Aussage von ihm? Mhm, antwortete Robinson. Sicher, befragen Sie ihn. Der Beamte nickte. Vielleicht kann er sie identifizieren? Robinson überlegte und dachte, warum nicht? Gute Idee. In wenigen Schritten waren er und der Beamte bei Simon Winter. Walter Robinson stellte sich knapp als leitender Ermittler vor. Wir würden gerne diesen Polizisten bitten, ihre Aussagen zu Protokoll zu nehmen, sagte er zu dem alten Mann. Und falls sie dazu bereit wären, könnten sie für uns vielleicht eine vorläufige Identifizierung der Toten vornehmen, vorausgesetzt, sie fühlen sich dem Gewachsen. Nur für den Bericht. Außerdem möchten wir absolut sicher sein, bevor wir die Angehörigen verständigen, aber wie gesagt, falls sie dazu bereit sind, ist kein schöner Anblick. Simon ließ den Blick weiter über die Szene huschen, bis er sich nach einer Weile dem Detektiv zuwandte. Ich kenne sowas hier nur zu gut, erklärte er ruhig. Was? Ich habe das alles schon oft gesehen. 22 Jahre bei der Krepo Miami, die letzten 15 davon im Morddezernat. Sie sind Korb? Ja, im Ruhestand. Ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal an einem Tatort war. Mindestens zwölf Jahre. Hm, da entgeht ihnen nicht viel, meinte Robinson. Stimmt, erwiderte Winter gelassen. Da entgeht mir nicht viel. Robinson überhörte die Doppeldeutigkeit und streckte Winter die Hand entgegen. Für den Jüngeren war dies ein Akt der Höflichkeit. Zu ihrer Zeit war vermutlich alles ein bisschen anders, sagte er. Nein, erwiderte Winter. Die Menschen sterben immer noch mehr oder weniger auf die gleiche Weise. Nur die technischen und wissenschaftlichen Untersuchungsmöglichkeiten haben sich geändert. Wir hatten noch nicht viel von dem, womit ihr heute arbeitet. Profiling, DNA-Tests, Computer. Wir hatten keine Computer. Sind Sie gut am Computer, Detektor? Ja. Und glauben Sie, dass Sie dieses Verbrechen aufklären können? Robinson zuckte mit den Schultern. Schauen wir mal. Nach kurzer Überlegung fügte er hinzu, höchst wahrscheinlich schon. Ein Moment lang beobachtete er Winter, der erneut den Blick über den Tatort schweifen ließ und alles in sich aufzunehmen schienen, was er vor sich sah. Zwei Gedanken blitzten dem jungen Ermittler durch den Kopf. Zum einen, dass er Simon Winter nicht unbedingt mochte, und zum Zweiten, dass er auf keinen Fall so wie er als alter Miesepeter enden wollte, der seinen Ruhestand in Miami Beach verbrachte und von den Erinnerungen an seine Dienstjahre zehrte. Die guten alten Zeiten mit Dutzenden von Morden, Vergewaltigungen und Überfällen. Plötzlich schweiften seine Gedanken zu einem Problem des Deliktrechts ab, das vor zwei Tagen in einem juristischen Seminar erörtert worden war. Er hatte dazu in parodistischer Übertreibung einen anwaltlichen Schriftsatz fürs Gericht verfasst, den der Professor mit besonderem Lob bedachte. Walter Robinson war entschlossen, seine Dienstmarke und seinen Revolver nicht einfach gegen einen Aktenkoffer und einen etwas teureren Anzug zu tauschen, nur um auf die andere Straßenseite zu wechseln und sich weiter mit Kapitalverbrechen herumzuschlagen, so wie er es bei vielen Kollegen beobachtet hatte, die nebenher Jura studiert hatten und Strafverteidiger oder Staatsanwalt geworden waren. Nein, er würde in einem großen Unternehmen landen, den leitenden Angestellten und Geschäftspartnern die Hände schütteln. Die Erinnerungen an Tatorte wie diesen und die Hilflosigkeit der ermordeten Opfer würden dann schon bald verblassen. Gut, meinte er und verbannte die verlockenden Zukunftsaussichten aus seinem Bewusstsein. Wenn Sie jetzt bitte die Tote identifizieren wollen, dann können Sie anschließend Ihre Geschichte dem Kollegen her erzählen. Während Simon Winter dem jungen Kriminalbeamten durch die Wohnung folgte, mußte er daran denken, daß er erst vor wenigen Stunden denselben Weg gegangen war, nur daß es hier inzwischen von Kriminaltechnikern und Polizisten wimmelte, daß in dem Kleinraum jede Lampe brannte und die Blinklichter der draußen geparkten Streifenwagen Muster an die Wände warfen. Dies alles verfremdete den Ort in einem Maße, daß es ihm fast so erschien, als handele es sich bei der Wohnung, die er am selben Tag betreten hatte, während Sophie Mirstin an der Tür auf ihn wartete, um einen vollkommen anderen Ort, eine Erinnerung aus der Kindheit. Die Entfernungen, die Farben, die Gerüche, dies alles schien ihm unbekannt. Er sah sich nach dem Kater um, doch der schien verschwunden zu sein. Er folgte dem Detektiv ins Schlafzimmer. Sophie Mirstin lag auf dem Rücken in ihrem Bett. Vom Kampf war ihr Nachthemd zerrissen, so daß die schlaffe Rundung ihrer Brust entblößt war. Ihr Haar war nicht aufgesteckt, sondern breitete sich rings um ihren Kopf auf der Matratze aus, als schwebte sie unter Wasser. Ihre Nase war verletzt und auf der Oberlippe klebte getrocknetes braunes Blut. In beinahe schamhafter Manier hatte sie ein Knie über das andere geschlagen und an der Hüfte klaffte ein Riss in ihrem Nachthemd. Die Laken lagen zerknüllt in einem Haufen zu ihren Füßen. Er spürte das Bedürfnis, das eierschalenfarbene Kleidungsstück über Sophie Milsteins Alabasterhaut zu ziehen. Simon Winter warf einen kurzen Blick in die Runde. Ein Fotograf lichtete ihre Handtasche ab, die offen auf dem Boden lag. Ein anderer bestäubte die Kommode mit Puder, um Fingerabdrücke zu nehmen. Die Schubladen waren aufgerissen und die Kleider im Zimmer verstreut. Winter erinnerte sich an das Schmuckkästchen neben dem Bild von Leo. Das Foto lag jetzt mit zersplittertem Glas in der Ecke. Das Kästchen war verschwunden. Er drehte sich zu Walter Robinson um. Sie hatte ein Kästchen, wissen Sie, so ein kleines Ding aus Metall. Es war ein rötliches Messing mit einem kleinen eingravierten Muster an der Oberseite. Darin bewahrte sie ihre Ringe, Ohrstecker und anderen Schmuck auf. Stand genau hier. Er zeigte auf die Stelle und der Detektiv machte sich eine Notiz. Es ist weg, stellte Robinson überflüssigerweise fest. Würden Sie es wieder erkennen? Denke schon, erwiderte Winter. Er wandte sich wieder Sophie Mirste hinzu. Ein zweiter Mann von der Spurensicherung arbeitete an ihrem Hals, indem er ihre Haut sorgfältig mit Puder bepinselte. »Coverabdruck?« fragte Winter. »Ja,« bestätigte Robinson. »Auf gut Glück, offengesagt. Wir erhalten vielleicht in einem von hundert Fällen einen brauchbaren Abdruck. Trotzdem der Mühe wert. Haben wir damals auch versucht, hat aber nie funktioniert. Wir haben heute neues Papier und die Abnahmefolie ist auch wesentlich besser. Manchmal wenden wir auch eine Technik mit Ultraviolett Licht an. Und wissen Sie, derzeit entwickelt man einen Laser, der die Abdruckränder erfasst. Trotzdem. Er zuckte mit den Schultern. Der Techniker beugte sich über Sophie Milstein und verstellte Winter den Blick. Er drückte der alten Frau ein Stück Folie auf die Haut und zog es dann behutsam wieder ab. Anschließend presste er die Folie auf Licht, murmelte der Techniker. Sieht man ehrlich aus. Der Mann trat beiseite. Wollen Sie jetzt die Identifizierung vornehmen? fragte Walter Robinson. Winter trat vor und betrachtete Sophie Milstein. Stranguliert, dachte er augenblicklich. Er prägte sich die blau-schwarzen Blutergüsse am Hals der alten Frau genau ein. Neben der Luftröhre warf und der Kraft, mit der sich die Hände um ihre Kehle gelegt hatten, die Haut gequetscht. Er schätzte den Abstand zwischen den beiden Malen ab. Große Hände, dachte er. Starke Hände. Ist das Mrs. Sophie Milstein? fragte Robinson. Simon Winter starrte weiter auf den Leichnam. Die Augen waren noch geöffnet und blind zur Decke gerichtet. Winter sah die Angst im Gesicht seiner Nachbarin. Sie muss, wenn auch nur für einen Moment gewusst haben, dass sie hier und jetzt sterben würde. Er fragte sich, ob er, als er sich am späten Nachmittag den eigenen Revolver an den Gaumen gedrückt hatte, denselben Gesichtsausdruck gehabt hatte. Er hätte gern gewusst, ob sie in den letzten Sekunden der Panik noch an Leo gedacht hatte. Er sah sich noch einmal ihre Augen an. Nein, dachte er, da war nichts als blankes Entsetzen. Winter registrierte eine Schramme, einen wirklich langen Riss an ihrem Hals, an dem die Haut verletzt war, ohne das Blut herausgedrungen war. Er entsann sich der goldenen Halskette, die sie immer getragen hatte. Sie war verschwunden, nach ihrem Tod abgerissen, dachte er. Deshalb hat es nicht mehr Mr. Winter, hörte er die fragende Stimme von Walter Robinson. Simon Winter warf noch einen raschen Blick auf die Finger seiner Nachbarin. Hat sie sich gewehrt? Hat sie gekratzt und um sich geschlagen und alles daran gesetzt, ihre letzten Lebensjahre dem Mann abzutrotzen, der sie ihr stehlen wollte? Sie müsste Haut und Fleisch Partikel ihres Mörders unter den Nägeln haben. Doch er sah, dass Sophie Mrstyn ihre Nägel kurz geschnitten trug. Sein Blick wanderte zu ihrem rechten Unterarm. Nur vage konnte er die verblasste blaue Tätowierung ausmachen. Er spürte, wie etwas ihn am Ärmel berührte, drehte sich um und sah den jungen Detektiv eindringlich an. Natürlich, sagte er langsam. Es ist Sophie Mrstyn, ihre Halskette fehlt. Ein Strang, Goldkettchen mit einem Amulett in der Mitte, in das ihr Name ziseliert war. So ähnlich, wie sie junge Mädchen tragen, aber ihres war etwas Besonderes. Es hatte an den beiden Enden des großen S je einen Diamanten, wenn auch keinen großen. Das hat ihr Mann ja für ungefähr 18 Monaten geschenkt, und sie hat es nie abgelegt. Während Walter Robinson sich das Detail notierte, holte Simon Walter Tiefluft. Sie würden die Kette wiedererkennen? fragte der jüngere Mann. Ja, sie könnten versuchen, Proben unter ihren Fingernägeln zu nehmen. Das geschieht im Leichenschauhaus, antwortete Robinson. Routineverfahren. Kennen Sie einen nächsten Angehörigen? Ja, sie hat einen Sohn namens Mary Milstein. Er ist Anwalt auf Long Island. In einer Schublade im Wohnzimmer ist ein Adressbuch. In dem kleinen Beistelltisch mit dem Telefon. Ein kleines in Leder gebundenes Adressbuch. Jedenfalls hat sie gesagt, dass sie es immer dort aufbewahrt. Im Wohnzimmer? Ja, ich zeig's hin. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Winter. Wir sind Ihnen wirklich verbunden. Sie hatte Angst, sagte Simon Winter dem Detective unvermittelt. Deshalb ist sie zu mir gekommen. Angst? Ja, jemand hatte sie furchtbar erschreckt. Heute. Sie hatte jemanden gesehen. Sie war in Panik und fühlte sich bedroht. Glauben Sie, derjenige, vor dem sie sich fürchtete, hat etwas mit diesem Verbrechen zu tun? Ich weiß nicht. Es war ungewöhnlich. Sie war aufgelöst. War es ungewöhnlich für sie, sich zu ängstigen? Nein, erwiderte Winter ein wenig genervt. Sie war alt und allein. Sie hatte immer Angst. Das leuchtet mir ein. Also geben Sie Ihre Aussage einfach bei dem Streifenpolizisten zu Protokoll. Sagen Sie Er nimmt Ihre Aussage auf, ich muss diesen Tatort sichern und die Familie verständigen. Aber der Mann ... Mr. Winter, Sie waren Kriminalbeamter. Was ist Ihrer Meinung nach hier passiert? Simon Winter sah sich nicht um. Stattdessen betrachtete er Walter Robinson. Ich würde sagen, jemand ist eingebrochen, hat sie getötet und beraubt und ist weggelaufen, als er die Nachbarn hörte. Das ist die offensichtliche Erklärung, nicht wahr? Richtig, und wir haben sogar mehrere Zeugen, die den Täter auf der Flucht gesehen haben. Mr. und Mrs. Kadosh sowie Mr. Finkel, ihre Nachbarn. Das Offensichtliche entspricht demnach auch der Wahrheit, und jetzt lassen Sie bitte den Polizisten ihre Aussage aufnehmen. Erzählen Sie ihm, wovor sie Angst hatte. Den übrigen Satz behielt er für sich. Vor wem auch immer, es war verflucht noch mal der Falsche. Die beiden Männer blieben mitten im Wohnzimmer stehen. Simon Winter wollte wütend werden, merkte jedoch, dass er stattdessen nur versuchte, sich zusammenzureißen. Er verfluchte innerlich Also wo ist jetzt dieses Adressbuch? In der Schublade. Winter zeigte darauf, Walter Robinson ging hin und zog sie auf. Es ist nicht da? Ich hab's heute noch gesehen, da hat sie's immer aufbewahrt. Hm, ist jedenfalls nicht da. Wie sah es denn aus? Rotes Leder, nichts Teures. Ungefähr DIN A7. Adressen in Goldprägung vorne drauf. So eins, wie Dorfhaus bekommt. Wir werden danach Ausschau halten, nicht gerade etwas, dessen Junkie auf der Suche nach Bargeld mitgehen lassen würde. Ist auch schon wieder auf. Winter nickte. Sie hat es heute Abend, als ich Wegging hervorgeholt. Ja, dann machen Sie am besten jetzt Ihre Aussage bei dem Polizisten, Mr. Winter, und zögern Sie nicht, mich anzurufen, falls ihr noch was einfällt. Robinson reichte Simon Winter seine Karte, der alte Detektiv steckte sie in die Tasche. Dann wandte sich der junge Ermittler um und überließ Simon Winter seinem uniformierten Kollegen, der ihn mit nach draußen nahm. Winter wollte etwas sagen, überlegte es sich jedoch anders und behielt den Ansturm der Gedanken für sich. Widerstrebend löste er sich von Sophie Milstins Wohnung und folgte dem Uniformierten. Noch einmal sah er über die Schulter zurück, warf einen Blick durch die Schlafzimmertür und sah, wie ihre letzten Momente von der Kamera eines Polizeifotografen festgehalten wurden. Der Fotograf bewegte sich wie ein Tänzer rund um ihr Bett, indem er in die Hocke ging und nach links und rechts schwenkte, sodass seine Kamera mit jedem Blitz auf- und nieder hüpfte. Das Team von der Gerichtsmedizin wartete schoss. Ein Mann spielte gelangweilt mit dem großen Messingreißverschluss des glänzenden, hummierten, schwarzen Leichensacks und verursachte ein leises, ratschendes Geräusch. Walter Robinson suchte auf dem Boden des Schlafzimmers nach dem Adressbuch, konnte jedoch keines finden. Auch das notierte er sich. Dann kehrte er zu dem Telefon im Wohnzimmer zurück und wählte die Auskunft auf Long Island. Die Nummer von Sophie Milsteins Sohn war für Great Neck eingetragen, doch bevor er den Sohn des Opfers anrief, meldete er sich bei der Telefonbereitschaft der Staatsanwaltschaft von Dade County und ließ sich die Nummer der diensthabenden Staatsanwältin geben, die für Tötungsdelikte zuständig war. Er wartete ein halbes Dutzend Klingelzeichen ab, bevor sich eine verschlafene Stimme meldete. Ja? Spreche ich mit der stellvertretenden Staatsanwaltin Esperanza Martinez? fragte er. Ja, ich bin Detective Robinson, Morddezernat Beach. Wir kennen uns noch nicht, aber das wird sich gleich ändern, richtig? fragte die schläfrige Stimme zurück. Ja, Miss Martinez, ich habe ein älteres Opfer, die Frau wurde in ihrer Wohnung von einem unbekannten Angreifer ermordet. 12 90 13th Court, das Verbrechen könnte zu einer Serie passen, die wir gerade hier draußen hatten, nur, dass der Täter diesmal die alte Frau erwürgt hat. Wir haben einen Zeugen, der den Tatverdächtigen gesehen hat. Vorläufige Beschreibung, schwarz, etwa 18 bis Anfang 20, schmaler Körperbau, ungefähr 1,80 groß, etwa 80 Kilo schwer, schneller Läufer. Und Sie meinen, Sie brauchen mich vor Ort? erkundigte sich die Staatsanwältin. Gibt es rechtliche Fragen, zu denen Sie meinen Rat benötigen? Die Stimme der jungen Frau klang jetzt eine Spur gereizt, was Robinson ignorierte. Nein, das nicht, soweit ich sehe. Das Verbrechen selbst ist eine ziemlich eindeutige Sache. Andererseits haben wir es mit einem älteren weißen jüdischen Opfer zu tun und einem jungen schwarzen Täter. Und ich kann nur vermuten, dass die Sache ziemlich schnell ziemlich viel Staub aufwirbeln wird. Ganz zu schweigen davon, dass Ihr Boss dieses Jahr wieder gewählt werden will. Und hier draußen mindestens ein halbes Dutzend Reporter und Kameraleute wartet, dass sich mit Sicherheit nicht die ganze Nacht die Beine in den Bauch steht, ohne etwas draus zu machen, dass es auf die erste Seite oder in die beste Sendezeit schafft. Sie verstehen, was ich meine? Sie meinen... Ich meine, Sie haben es hier mit der Rassenfrage und mit Mord zu tun und das ist eine Mischung, die in diesem County nicht allzu gut ankommt, Miss Martinez. In Dade County gehörte das zur Standard Vorgehensweise wie das Klappern zum Geschäft. Beschwöre die Rassenunruhen der Achtziger herauf und schon sind die Leute ganz ohr. Ein Moment herrschte in der Leitung Schweigen, dann antwortete die Frau inzwischen ganz bei der Sache, Verstanden Detective, ich bin gleich auf. Junge Überflieger unter den Staatsanwälten nachts aus dem Bett zu holen, gehörte zu den kleinen Entschädigungen, die er sich als leitender Detective beim Morddezernat gönnte. Er schätzte, dass sie etwas über eine halbe Stunde brauchen würde, bis sie eintraf und er sie der Presse zum Fraß vorwerfen konnte. Er fand, das war das Warten wert und beschloss, die Fortschritte der Spurensicherung auf dem schmalen Weg hinter dem Sunshine Arms zu begutachten. Vielleicht haben sie ja was entdeckt, dachte er. Dieses Schmuckkästchen, das musste sich doch irgendwo in der Nähe finden. Sicher hatte es der Täter in die erstbeste Mülltonne geworfen, nachdem er es mit einer Menge Finger abdrücken und dem unverwechselbaren Geruch nach Angstschweiß eingedeckt hatte. Espedanza Martinez hatte sich bei ihren rar gesäten Freunden den Spitznamen Espy erworben. Im Halbdunkel Schlafzimmers zog sie sich rasch an, schlüpfte zuerst in die Jeans, verwarf sich jedoch zugunsten eines modischeren, lose sitzenden Kleides, als ihr bewusst wurde, dass sie sich vielleicht den Kameras stellen musste. Auch wenn sie in ihrer Wohnung allein war, achtete sie darauf, keinen Lärm zu machen. Sie wohnte in einer Doppelhaushälfte, ihre Eltern lebten nebenan. Ihre Mutter war gegenüber den Geräuschen, die von ihrer Tochter herüberdrangen, geradezu telepathisch sensitiv. Bestimmt lag sie gerade wach im Bett und horchte durch das Ständerwerk, die Schalldämmung und die Spanplatten hindurch auf die Lebenszeichen ihrer Tochter. Sie betrachtete ihre Erscheinung noch einmal in einem kleinen Spiegel, der zusammen mit einem Kruzifix neben der Eingangstür hing, dann vergewisserte sie sich, dass ihre Kennmarke von der Staatsanwaltschaft sowie eine kleine Automatik und trat in die stickige Nacht. Als sie den Motor des unauffälligen Kleinwagens anließ, warf sie einen letzten Blick nach oben und sah, wie in der Haushälfte ihrer Eltern das Licht anging. Sie legte den Gang ein und fuhr zügig auf die Straße. Im Spätsommer kommt es einem in Miami so vor, als glimme die Glut des Tages auf kleiner Flamme weiter. In den riesigen Bürotürmen und Wolkenkratzern, die das Bild der City beherrschen, blieben über Nacht die Lichter an, sodass die weitere Umgebung wie in einem feinen schwarzen Sprühregen erschien. Doch trotz der weichen tropischen Konturen und gleitenden Übergänge folgte der Rhythmus der Stadt einem unruhigen Pulsschlag, und beim Verlassen der hell erleuchteten Highways, die kreuz und quer das County durchzogen, beschlich einen das Gefühl, man stiege in einen Keller hinab, oder auch in eine Krypta. Espy Martinez fürchtete die Nacht. Sie fuhr schnell, sodass sie die ruhigen Vorstadtstraßen bald hinter sich gelassen hatte, auf die Bird Road einbog, von wo aus es auf dem Dixie Highway nach Miami Beach nicht mehr weit war. Es herrschte wenig Verkehr, doch als sie sich gerade auf die vierspurige Route Ninety-Five einfädelte, schoss ein roter Porsche, dessen Scheiben sehr dunkel getönt waren, mit weit über hundert Meilen an ihr vorbei. Die Fliehkraft des Sportwagens schien sie förmlich anzusaugen. Verdammt noch mal, fluchte sie laut, während sie für wenige Sekunden Angst durchzuckte, doch gleich wieder verschwand, als sie den Wagen dabei beobachtete, wie er kurz im gelblichen Licht der Straßenbeleuchtung glitzerte und im nächsten Moment von der Nacht verschluckt zu werden schien. Ein Blick in den Rückspiegel warnte sie bei Zeiten, dass hinter ihr das Auto der State Trooper ebenso schnell aufschloss. Es fuhr ohne Blinklicht und Sirene, um das Zielfahrzeug zu erreichen, bevor der Raser markte, dass es hinter ihm her war. Sie begriff, dass dies gegen die Vorschriften verstieß, und schätzte, dass der Polizist bei einer Gerichtsverhandlung lügen würde, falls man ihn danach fragte. Doch nur auf diese Weise konnte er hoffen, den Porsche zu schnappen, der schneller und wendiger war, und so sah sie den Ordnungshütern ihren kleinen Trick nach. Viel Glück, wünschte sie. Werdet ihr brauchen. Sie hoffte, dass sich der Fahrer als ein Arzt, Anwalt oder Bauunternehmer in mittleren Jahren erwies, der versuchte, bei seiner halb so alten Freundin Eindruck zu schinden und nicht als 21-Jähriger mit Koks und Testosteron zugedröhnter Drogenschmuggler, die Maschinenpistole geladen auf dem Beifahrersitz. Die Nacht, dachte sie, ist gefährlich. Nach Einbruch der Dunkelheit konnte die Wut im Verborgenen lauern, um sich in der warmen, regensatten Luft zu entladen. Espy Martinez strich sich nervös das Haar aus der Stirn und fuhr weiter. Einen Häuserblock weiter entdeckte sie die Blinklichter sowie die kreuz- und quer- geparkten Übertragungswagen der Fernsehsender. Zügig stellte sie den Wagen auf einem Parkplatz ab, eilte den Bürgersteig entlang und duckte sich unter dem gelben Absperrband hindurch, bevor sie von dem Dutzend Reportern und Kameraleuten gesichtet wurde, die in der Hoffnung umher schwärmten, dass endlich jemand kam und sie über den Stand der Dinge unterrichtete. Ein Streifenpolizist wollte sie gerade zurechtweisen, doch Espy Martinez hielt ihm bereits ihren Dienstausweis entgegen. »Ich suche Detective Robinson«, erklärte sie. Der Polizist warf einen Blick auf den Ausweis. »Tut mir leid, Miss Martinez, aber ich habe sie für eine dieser Fernsehreporterinnen gehalten. Robinson ist drin!« Er zeigte in die entsprechende Richtung und sie durchquerte den Hof, ohne den Posaunengel zu bemerken. Sie blieb so abrupt stehen, als bliebe ihr die Luft weg. Das hier war erst der dritte Tatort in einem Mordfall, den sie besuchen musste. Bei den anderen beiden hatte es sich um anonyme Hinrichtungen im Drogenmilieu gehandelt. Die Opfer waren jeweils junge Latinos ohne Papiere gewesen, höchstwahrscheinlich illegale Einwanderer aus Kolumbien oder Nicaragua. Jede Leiche hatte eine einzige Schusswunde im Hinterkopf gehabt, die aus einer kleinen Handfeuerwaffe stammte. Mord in seiner eindeutigsten, saubersten Form, beinahe rücksichtsvoll. Ihre Leichen hatte man allerdings pitätlos auf leeren Grundstücken entsorgt, ohne ihnen den Goldschmuck, die prall gefüllten Brieftaschen oder exklusiven Kleider abzunehmen. In vielen Gerichtsbezirken hätte sich die Presse auf die Übereinstimmungen gestürzt und hartnäckig nachgefragt, ob es sich möglicherweise um die Taten eines Serienkillers handelte. Nicht so in Miami. Im Büro der Staatsanwaltschaft nannte man solche Morde scherzhaft Kapitalverbrecherentsorgung. Es gab unter den Staatsanwälten und Polizisten eine makabere Theorie, die sich etwa so zusammenfassen ließ. Je näher am Stadtzentrum ein Toter gefunden wurde, desto unbedeutender war er. Die richtig großen Narkotisters, die es erwischte, verwesten im Rast der Everglades oder versanken, an einen Betonblock gekettet, tausend Pfaden tief in den Gewässern des Golfstroms. Demzufolge waren die beiden Männer, die Espy Martinez flüchtig zu Gesicht bekommen hatte, Fliegengewichte, die ihren Tod wahrscheinlich durch einen einzigen, ehrgeizigen Höhenflug provoziert hatten, durch die Missachtung einer unsichtbaren, aber nicht weniger fatalen Grenze. Ihren Killern waren sie jedenfalls nicht einmal die lästige Drecksarbeit wert gewesen, ihre Leichen unauffindbar zu entsorgen. Es waren keine Festnahmen zu erwarten, keine Prozesse, nur ein paar Zahlen in der Statistik. In keinem der beiden Fälle hatte sich Espy auch nur in die Nähe der Leichen begeben müssen. Sie war aus einem einzigen Grund dazu gerufen worden. Die Kriminalbeamten vom Morddezernat wollten der Staatsanwaltschaft vor Ort beweisen, dass praktisch keine Aussicht bestand, diese Fälle zu lösen. Das hier war etwas ganz anderes. Hier ging es um einen Menschen aus Fleisch und Blut, mit einem Namen, einer unverwechselbaren Geschichte, mit Angehörigen, Freunden, Bekannten, statt einer anonymen Person, die einfach nur ins Leben trat und wieder verschwand. Sie verharrte auf der Schwelle und versuchte, ihre Angst im Zaum zu halten. Ein Forensiker drängte an ihr vorbei, um einen Arm voll abgeschabter Proben hinauszutragen. »Waffe ich«, murmelte er, und um ihm nicht im Weg zu stehen, trat Espy Martinez in die Wohnung. Ein anderer Polizist warf ihr einen Blick zu, und sie nutzte den Moment, um ihre Dienstmarke an ihrer Handtasche zu befestigen. Als sie aufsah, winkte sie der Beamte ins Schlafzimmer durch. Sie holte einmal tief Luft, dann durchquerte sie den Raum, in dem sie gleichzeitig alles und nichts registrierte. Eine Sekunde lang verharrte sie am Rande der Geschehnisse im Schlafzimmer des Opfers. Mehrere Männer standen am Fuß des Betts, so dass sie die Tote nicht sehen konnte. Einer bewegte sich ein Stück zur Seite, und sie erhaschte einen Blick auf Sophie Milsteams Fuß. Die Zehennägel waren in einem frechen Rot lackiert. Sie biss sich auf die Lippe. Espy Martinez holte noch einmal Tiefluft und machte sich bemerkbar, obwohl sie fürchtete, nur krächzende Laute herauszubringen. Detective Robinson? Der sportliche junge Schwarze drehte sich um und nickte. Sie müssen Miss Martinez sein. Stimmt, können Sie mich auf den Stand der Dinge bringen? Sie hatte das Gefühl, dass ihre Stimme schwankte, und so straffte sie die Schultern und sah dem Detective in die Augen. »Sicher«, erwiderte er und zeigte auf die Leiche. »Das ist Sophie Mirstin, weiblich, weiß, achtundsechzig Jahre alt, Witwe, alleinstehend, offenbar stranguliert. Hier sehen Sie sich diese Male.« Detective Robinson wies auf den Hals der Toten und Espy Martinez trat vor, in dem Versuch, die aufsteigende Panik einzudämmen, indem sie nur Teile des Opfers, die Kehle, die Hände, die Beine und nicht die ganze Leiche auf einmal in den Blick nahm, kniff sie die Augen zusammen. Ich würde sagen, er hat sie niedergehalten, ihr vielleicht ein Knie auf die Brust gesetzt und ihr einfach die Kehle zugedrückt. Ein paar Blutergüsse auf der Stirn hier und da, als hätte er sie ein paar Mal geschlagen. Aber er muss die Finger ziemlich schnell um ihre Luftröhre gelegt haben. Hier hatte er wahrscheinlich den Daumen, da ist der Hals völlig eingedrückt, und die Nachbarn haben nur einen einzigen kurzen Schrei gehört. Walter Robinson sah wie aus Espy Martinez' Gesicht alle Farbe entwich. Augenblicklich trat er ihr ins Blickfeld. Kommen Sie, ich zeige Ihnen, wo der Täter gewaltsam eingedrungen ist. Er fasste die junge Staatsanwältin am Arm und steuerte sie aus dem Schlafzimmer. Wollen Sie in das Wasser? fragte er. Ja, antwortete sie, und ein bisschen frische Luft. Er wies auf die Terrassentür, die aus ihrer Verankerung gerissen war. Warten Sie da draußen, ich hole Ihnen was zu trinken. Als Walter Robinson mit einem frisch gespülten Glas Leitungswasser auf die Terrasse trat, atmete Espy Martinez gierig ein, als wollte sie die Nachtluft trinken. Sie nahm das Wasser und kippte es in wenigen Zügen hinunter. Dann stieß sie einen langen Seufzer aus und schüttelte den Kopf. Tut mir leid, Detective. Entspricht genau dem Klischee, nicht wahr? Die junge Frau, die den Anblick eines gewaltsamen Todes nicht verkraftet. Geben Sie mal einen Moment Zeit, dann gehen wir wieder rein und Sie können weitermachen. Schon in Ordnung, es ist wirklich nicht nötig. Ich kann Ihnen auch hier alles sagen. Nein, beharrte Espy Martinez. Noch einen Blick auf das Opfer, das ist meine Pflicht. Ist wirklich nicht nötig. Oh doch. Ohne auf den Detective zu warten, kehrte sie durchs Wohnzimmer in den Raum mit der Toten zurück. Sie versuchte, alle Gedanken auszuschalten, doch das war unmöglich. Fragen, Ängste und Wut stürzten sie in einen Aufruhr der Gefühle. Sie sagte sich, aus diesem Grund bist du Staatsanwältin geworden. Wegen dieser Frau, die da vor dir liegt. Die beiden Mitarbeiter der Gerichtsmedizin schickten sich an, Sophie Milstein von ihrem Bett zu heben. Ein Augenblick, bat Espy Martinez. Sie trat an die Leiche heran und sah Sophie Milstein in die Augen. Was für eine schreckliche Art, jemandem zu begegnen, dachte sie. Wer warst du? Sie starrte weiter auf die Ermordete. Wie vor ihr Simon Winter erkannte auch sie das Entsetzen im leeren Blick, und das machte sie wütend. Feigling, sagte sie stumm zu dem Mörder. Dreckskerl von einem Feigling. Stielst einer alten Frau das Leben wie eine Handtasche, die du ihr von der Schulter reißt. Ich werde dafür sorgen, dass du zur Hölle fährst. Eine Weile hielt sie den Blick der Toten stand, dann nickte sie stumm. Die beiden Männer von der Gerichtsmedizin warfen sich Blicke zu. Was für Espy Martinez etwas Besonderes darstellte, war für sie grauer Alltag. Dennoch hoben sie Sophie Milstein langsam und respektvoll hoch. Gott, brüllte einer der beiden, beinahe hätte er den Leichnam wieder aufs Bett fallen lassen. Ach du Scheiße, sagte sein Kollege trocken. Espy Martinez schnappte nach Luft und besaß die Geistesgegenwart, sich die Hand vor den Mund zu halten, um nicht aufzuschreien. Verdammt, sie sich einer das an, wisperte der andere Mann vom Leichenschauhaus. Hey, Detective, sicher wollen sie auch davon einen Schnappschuss. Walter Robinson war mit einem Satz neben dem Bett und betrachtete, was zutage getreten war. Er sah eine Weile hin, dann winkte er den Fotografen heran, der noch einmal zur Kamera griff. Dann wandte er sich an Espy Martinez, die einen Schritt zurück getreten war, aber die Stellung hielt. Ihre Blicke trafen sich. Er zuckte mit den Schultern. Tut mir leid, hab ich nicht gewusst, sagte er. Sie nickte und verspürte vorerst keinen Drang, ihre Stimme zu benutzen. Walter Robinson wandte sich wieder dem Bett zu. Er starrte auf die kleinen weißen, vor Angst gebleckten Zähne. Ich hab noch nie eine strangulierte Katze gesehen, erklärte er ruhig. Ich auch nicht, erwiderte Espy Martinez grimmig. Simon Winter stand draußen bei dem jungen Streifen Polizisten, doch durch die Tür entdeckte er Detective Robinson und Espy Martinez, die in Sophie Milsteins Wohnzimmer die Köpfe zusammen steckten. Wer ist das? erkundigte er sich. Das ist die diensthabende Staatsanwältin Martinez, glaube ich. Was will sie hier? Vorschriften, wissen sie? Jedem gemeldeten Tötungsdelikt wird ein Staatsanwalt zugewiesen. In der Praxis werden sie allerdings nur in ungefähr zehn Prozent der Fälle dazu geholt. Meist dann, wenn die Detektives glauben, dass sie in die Abendnachrichten oder die erste Seite im Lokalteil des Herald kommen. Sophie Milstein? Ja, ist wahrscheinlich. Meldung des Tages oder so, bis etwas Neues passiert. Wahrscheinlich wohl recht. Also, meinte der Mann von der Streife, ich wette, Sie würden liebend gern nach Hause und schlafen gehen, stimmt's, Senior? Also, ich schiebe noch vier Stunden Dienst. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Was meinen Sie? Sie haben das Opfer heute Nacht gesehen, richtig? Sie wollen meine Aussage? Der Polizist hatte einen kleinen Notizblock und einen Bleistift gezückt. Er sah ungeduldig aus. Ja, genau, Winter ordnete seine Gedanken und sprach schnell. Am frühen Abend, vielleicht um sieben, klopfte Mrs. Mirstein an meine Wohnungstür, Nummer 103, direkt da drüben. Sie kam vom Einkauf zurück und war über etwas sehr erschrocken und sie wollte, dass ich sie durch ihre Wohnung begleite, um mich zu vergewissern, dass sie sicher war. Und das haben sie gemacht? Ja, die Wohnung war leer und ich habe die Türen und Fenster überprüft, die alle ordentlich verschlossen waren. Aber was ihr Angst machte, dann haben sie niemanden irgendwo herumlungern gesehen, jemanden, auf dem die Täterbeschreibung passt? Nein. Und zum Beispiel draußen hinterm Haus? Wie gesagt, nein, ich habe niemanden gesehen. Solange ich mich in der Wohnung auffiel, war niemand da. Aber sie hat diesen Mann beschrieben, den sie vorher gesehen hatte. Okay, erzählen Sie. Sie sagte, es wäre jemand, den sie aus der Kriegszeit kannte. Was für einen Krieg? Den Zweiten Weltkrieg in Berlin, 1943. Berlin? Deutschland. Achso, okay, und dieser jemand, den sie gesehen hat, das war kein junger Schwarzer, oder? Simon Winter starrte den Streifenpolizisten an, als hätte der Mann gerade die dümmste Frage gestellt, die ihm je zu Ohren gekommen war, was zweifellos der Wahrheit entsprach. Nein, erwiderte Winter beherrscht, das war kein junger Schwarzer, das war ein älterer Mann, doch sie beschrieb ihn als einen im höchsten Maße beängstigenden Menschen. Sie nannte ihn der Schattenmann. Wie? Der Schattenmann? Was soll das heißen? Nein, der Schattenmann, als Schattenmann? Wohl kaum. Er sah, wie der Stift des jungen Streifenpolizisten über dem Notizblock schwebte, bevor er etwas niederkritzelte. Dann kannte sie seinen richtigen Namen nicht? Nein, es war jemand, der mit ihrer Verhaftung und anschließenden Deportation zu tun hatte, nach Auschwitz. Es war jemand, ach so, hier in Miami Beach gibt's ne Menge alte Leute, die es damals erwischt hat und in den Knast gewandert sind. Auschwitz war kein Knast, es war ein Vernichtungslager. Richtig, richtig, ich weiß, also dieser Kerl, den sie wiedererkannt hat, sie war sich nicht sicher. Sie war sich nicht sicher, ob sie ihn wiedererkannt hat? Richtig, sagte Simon Winter. Es lagen fünfzig Jahre dazwischen. Okay, sie hatte also vor diesem Schattenmann-Typen Angst, falls er es überhaupt war, da sind sie sich nicht sicher, und die Glauben Sie, es hatte irgendetwas mit ihrer Ermordung heute Nacht zu tun? Nein, ich weiß es nicht, es ist einfach nur ungewöhnlich, vielleicht reiner Zufall. Hatte Mrs. Milstein sonst schon mal Angst? Ich meine, normalerweise? Sicher, sie war alt und lebte allein, sie war oft nervös, sie richtete ihren Tagesablauf danach ein, abends nicht mehr vor die Tür zu müssen. Okay, jedenfalls haben sie heute Abend nichts Auffälliges oder Ungewöhnliches gesehen, und ihr Benehmen war wiederum nicht so viel anders als sonst, richtig? Winter starrte den Mann mit eisigem Blick an. Ja, das ist richtig. Der Jüngere klappte sein Notizbuch zu. Okay, ich denke, ich hab dann alles, falls Ihnen noch was einfällt, rufen Sie Detective Robinson an, okay? Winter verkniff sich mehrere sarkastische Erwiderungen und nickte. Der Streifenpolizist grinste. Okay, Sie können jetzt nach Hause, Mr. Winter. Das Team ist mit der Spurensicherung bald durch. Möglich, dass hier noch ein paar Tage was los ist. Vielleicht werden die Typen von den Nachrichten etwas lästig, aber Sie können denen einfach sagen, Sie sollen sich zum Teufel scheren. Meistens funktioniert das. Ich werde dafür sorgen, dass der Detective alles, was Sie gesagt haben, schriftlich bekommt. Damit drehte sich der junge Beamte zur Straße um und ließ Simon Winter im blinkenden Rot-Blau der Streifenwagen stehen. In der Küche sah Espy Martinez zu, wie Walter Robinson zum Telefon griff und, indem er jede Ziffer einzeln überprüfte, eine Nummer wählte. Dann legte er die Hand über die Sprechmuschel und flüsterte, »Das Telefon klingelt mitten in der Nacht. Ihre Mutter wurde ermordet. Was für ein Albtraum.« Er zuckte mit den Schultern, als wollte er sich dafür wappnen, jemandem einen großen Schmerz zuzufügen. Espy Martinez fühlte sich in ihrer Zeugenrolle unbehaglich und schämte sich für diese eigentümliche Faszination, die sie empfand, diesen seltsamen Reiz des Schauderns, der Menschen zum Ort eines Autounfalls treibt, um die tausend glitzernden Splitter und frischen Blutflecken zu begaffen. Robinson formte mit den Lippen das Wort »klingelt« und richtete sich ein wenig auf, als er hörte, dass jemand abnahm. »Ja?« »Ich würde gern mit Mr. Mary Milstein sprechen.« »Am Apparatus.« »Mr. Milstein, hier spricht Detective Walter Robinson von der Kripo Miami Beach in Florida. Es tut mir leid, aber ich habe eine schlimme Nachricht für Sie.« »Was?« »Was?« »Mr. Milstein, Ihre Mutter, Mrs. Sophie Milstein, ist heute Nacht verstorben. Sie wurde Opfer eines Verbrechers, der kurz vor Mitternacht gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen und sie offenbar getötet hat, bevor er ihre Wertsachen raubte. Oh mein Gott. Was? Meine Mutter? Es tut mir sehr leid, Mr. Milstein. Was sagen Sie da? Was ist mit meiner Mutter? Ich verstehe nicht. Es tut mir leid, Mr. Milstein. Ich muss Ihnen mitteilen, dass Ihre Mutter heute Nacht ermordet wurde. Robinson wartete, bis sich der Mann in der Leitung gefasst hatte. Im Hintergrund hörte er eine andere Stimme, die schrill und in Panik durch die Nacht drang. Die Ehefrau des Anwalts nahm Robinson an. Sie sitzt senkrecht im Bett, hat auf dem Nachttisch neben dem Wecker und einem Bild ihrer Kinder das Licht angemacht und jetzt packt sie ihren Mann fest am Arm und will wissen, wieso er die Beine aus dem Bett geschwungen hat und mit blassem, verzarrtem Gesicht auf der Kante sitzt. Detective, ähm, Robinson. Haben Sie Stift und Papier, Mr. Milstein? Ich würde Ihnen gerne eine Telefonnummer durchgeben. Ja, ja, aber das hier ist die Nummer, unter der Sie mich in meinem Büro im Präsidium erreichen. Aber was ist passiert? Meine Mutter... Wir haben noch keinen Tatverdächtigen festgenommen, Mr. Milstein, aber wir haben eine Täterbeschreibung und eine beträchtliche Menge Beweismaterial in der Wohnung Ihrer Mutter gesammelt. Unsere Ermittlungen laufen gerade erst an, aber wir genießen die volle Unterstützung der Staatsanwaltschaft und anderer Behörden in Dade County, und ich bin zuversichtlich, dass es bald zu einer Verhaftung kommt. Aber meine Mutter... Sie hat doch immer alles verriegelt. Offenbar hat der Täter die Gartentür gewaltsam geöffnet. Aber ich verstehe trotzdem nicht. Zum derzeitigen Ermittlungsstand gehen wir davon aus, dass sie stranguliert wurde. Doch endgültig stellte Gerichtsmediziner die Todesursache fest. Sie wurde... Ja, Ihre sterblichen Überreste werden ins Leichenschauhaus des County überstellt. Nach Abschluss der Untersuchung werden Sie sich mit einem hiesigen Bestattungsinstitut in Verbindung setzen müssen. Wenn Sie morgen Nachmittag im Leichenschauhaus anrufen, kann Ihnen eine Sekretärin einige Telefonnummern geben. Oh mein Gott! Mr. Milstein, es tut mir sehr leid, Ihnen diese Nachricht zu übermitteln. Ich muss Sie außerdem vorwarnen, dass Sie möglicherweise von der hiesigen Presse und lokalen Sendern hören könnten. Zweifellos wollen Sie nähere Einzelheiten wissen, und ich werde Sie so gut ich kann auf dem Laufenden halten, aber im Moment wartet Arbeit auf mich. Sie können mich jederzeit unter der Nummer anrufen, die ich Ihnen gegeben habe. Ich werde dort schätzungsweise ab 8 Uhr morgens erreichbar sein. Der Anwalt gab einen Laut von sich, in den sich Schluchzen und Stöhnen mischten, und Robinson legte auf. Espy Martinez beobachtete ihn aufmerksam. Sie fühlte sich fast wie ein Voyeur, der, halb gebannt, halb abgestoßen, die Geschehnisse wie in Zeitlupe verfolgte. Für einen kurzen Moment erkannte sie in den Augen des Detektiv einen Ausdruck von Mutlosigkeit, der jedoch unter ihrem forschenden Blick gleich wieder verflog. Sie musste plötzlich denken, wir sind beide sehr jung. Doch sie sagte nur, das muss schwer sein. Robinson zuckte mit den Schultern und schüttelte mit einer trockenen Mine den Kopf. Man gewöhnt sich dran, erwiderte er in einem Ton, der ihr verriet, dass er nicht einmal ansatzweise die Wahrheit sprach. Und dass er sich dessen bewusst war. Der Detektiv und die Staatsanwältin begaben sich nach draußen. Espy Martinez hatte das Gefühl, als hätte sich die Dunkelheit ein wenig gelichtet, und ein Blick auf ihre Armbanduhr bestätigte, dass es bald Morgen war. Sie sah eine Gruppe älterer Menschen auf einer Seite des Hofs zusammenstehen, und Walter Robinson kam ihrer Frage zuvor. Das sind die Leute, die hier wohnen. Der alte Mann, der den Täter auf dem Weg hinterm Haus weglaufen sah, heißt Kadosh. Seine Frau hat den Notruf verständigt. Der große Mann ist Winter. Er hat Mrs. Milstein am Abend nach Hause begleitet und ihre Schlösser überprüft. Der Wohnungseigentümer heißt Gonzales, ist noch nicht da, aber schon unterwegs. Nun wissen Sie, was das Tragischste ist? Eine der Nachbarin hat mir erzählt, dass er in der Hälfte aller Wohnungen bereits neue Schlösser angebracht hatte und an diesem Wochenende wiederkommen wollte, um sich die von Mrs. Milstein vorzunehmen. Ich glaub zwar nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte, aber man weiß nie. Das wird morgen in sämtlichen Zeitungen stehen. Walter Robinson deutete auf die Gruppe Reporter und Kameraleute. Zum Zeichen, dass er auf dem Weg zu ihnen war, winkte er ihnen knapp zu. In verhaltenem Ton teilte er S.B. Martinez mit Also, was wir vorerst für uns behalten, ist die Sache mit der Goldkette, auf der ihr Name eingraviert ist. Und wir sagen auch nichts von dem Abdruck, den der Kriminaltechniker von ihrem Hals genommen hat. Zumindest, bis wir überprüft haben, ob es beim Abgleich einen Treffer gibt. Als Robinson den Kopf hob, sah er zwei Kollegen und mehrere Streifenpolizisten um die Ecke des Sunshine Arms kommen. Einer der Kriminalbeamten winkte ihnen beiden zu. Aus mehreren Metern Entfernung rief er »Ey, Walter, du hast ins Schwarze getroffen!« Robinson machte den Kollegen mit S.B. Martinez bekannt und fragte dann »In der Gasse hinterm Zaun?« »Genau, in einem Müllcontainer. Wir haben Fotos gemacht. Der Typ vom Labor hat's eingetütet. Gut möglich, dass wir einen Trumpf in der Hand haben. Ich meine, ich hätte an einer Ecke ein bisschen Blut gesehen.« »Was ist es denn?« Wollte S.B. Martinez wissen. »Ein Schmuckkästchen aus Messing«, antwortete Robinson. »Auch davon vorerst nichts an die Presse einverstanden.« »Kein Problem. Mir wär's ohnehin, lieber Sie würden das übernehmen.« Robinson nickte. »In Ordnung gehen wir.« Er grinste wieder und riss einen Witz. »Ey, wird schon nicht schlimmer sein als beim Zahnarzt.« Nur für eine Sekunde berührte er ihren Ellbogen. Dann traten sie zusammen in das grelle Licht der Fernsehkameras. Jäger und Gejagte Simon Winter saß, einen Finger zögernd über den Tasten seines Telefons, in seiner Wohnung. Obwohl die Mittagssonne durchs Fenster schien, hatte er das Gefühl, als träte er in ein dunkles Zimmer, ohne zu wissen, wo der Lichtschalter ist. In den wenigen Stunden unruhigen Schlafs, die ihm vergönnt gewesen waren, hatten ihn Albträume gequält. Die Erschöpfung steckte ihm wie Blei in den Gliedern. Er sah noch einmal aus dem Fenster über den Hof, wo das gelbe Absperrband in einer leichten Brise flatterte. Neben dem Schild an Sophie Milsteins Tür, auf dem in roten Lettern »Tatort, Zutritt verboten« stand, war es das Einzige, was noch an die Geschehnisse der letzten Nacht erinnerte. Er wusste nicht, ob es darum ging, etwas anzustoßen oder zu Ende zu bringen. Jedenfalls fühlte er sich dazu verpflichtet, diesen Anruf zu machen. Ihm war schwindelig, fast übel, doch als es am anderen Ende in der Leitung klingelte, rief er sich zur Ordnung. Er hörte ein fernes »Hallo«. »Spreche ich mit Rabbi Jane Rubenstein?« fragte Winter. »Ja, früher mal Rabbi, jetzt im Ruhestand. Und mit wem habe ich das Vergnügen?« »Mein Name ist Simon Winter, ich bin...« Er überlegte, was genau er war, und fuhr schließlich fort. »Ein Freund von Sophie Milstein.« »Sophie ist tot«, die Stimme des Rabbi klang hart. »Sie wurde ermordet, gestern Abend von einem Einbrecher. Ein Mann, der Geld für Drogen suchte, steht in der Zeitung. »Ich weiß. Ich bin Ihr Nachbar.« »Dann wissen Sie mehr als ich. Sie wissen mehr, als in der Zeitung steht. Weshalb rufen Sie an?« »Sie kam gestern zu mir, nur wenige Stunden vor ihrem Tod. Sie hatte Angst, und sie wollte Ihnen etwas mitteilen. Ihnen und zwei Freunden. Einer Mr. Silver und einer Mrs. Croner. Hat sie sie gestern Abend nicht mehr angerufen?« »Nein? Nein, ich habe nicht mit ihr gesprochen. Uns etwas mitteilen? Uns was mitteilen?« Plötzlich hatte der Rabbi die Stimme ein wenig erhoben. »Sie hatte...« Er stockte, dann korrigierte er sich. Sie glaubte, sie hätte einen Mann gesehen. Sie nannte ihn den... Der Rabbi fiel ihm ins Wort. »Den Schattenmann.« »Ja.« In der Leitung herrschte Stille. »Rabbi?« Fragte Winter. Wieder trat eine Pause ein. Dann sagte der Rabbi in eisigem Ton. »Er wird uns alle töten.« Rabbi Jame Rubenstein wohnte in einem bescheidenen älteren Gebäude auf der falschen Seite des Ocean Drive, wo die Aussicht aufs Meer größtenteils von zwei größeren, imposanteren Wohngebäuden verstellt war. Von den besten Wohnungen aus bekam man vermutlich höchstens einen schmalen, blassblauen Streifen zu sehen. Ansonsten unterschied sich der Wohnkomplex in nichts von den Dutzenden ähnlicher Bauten in ganz Miami Beach, bis hin nach Fort Lauderdale, Delray und schließlich Palm Beach. Lediglich der Name »The Royal Palm« fiel aus dem Rahmen. Natürlich war nichts Königliches an dem Gebäude, und ebenso wenig konnte es, abgesehen von einer einzigen, unansehnlichen Topfpflanze mit hängenden Wedeln in der Lobby, mit irgendwelchen Palmen aufwarten. Winter fuhr mit dem Lift in den sechsten Stock und trat in den Flur. Aus blechernen Lautsprechern in der Decke spielte eine nervende Musikkonserve. Der Flur selbst war von deprimierender Eintönigkeit. Ein beigefarbener Teppichboden, Tapeten mit Blumenmuster, eine scheinbar endlose Reihe weißer Türen, an denen bestenfalls die goldenen Nummern auffielen. Vor Nummer 602 blieb er stehen und klopfte an. Er hörte, wie Schlösser aufschnappten, dann öffnete sich die Tür so weit, wie es die vorgelegte Kette erlaubte. »Mr. Winter?« »Rabbi.« »Könnten Sie mir irgendeinen Ausweis zeigen? Mit Foto?« Simon Winter nickte, griff in seine Brieftasche und holte seinen Führerschein hervor. Den hielt er an den Türspalt, damit der Rabbi ihn sich ansehen konnte. »Danke«, sagte der Mann nach einer Weile. Er schloss die Tür, um die Kette zu entriegeln, und öffnete ganz. »Bitte treten Sie ein, und danke fürs Kommen.« Die beiden Männer schüttelten einander die Hand. Rabbi Rubenstein war ein kleiner, dünner, wenn auch nicht asketisch hagerer Mann. Er trug eine etwas zerzauste, graue Lockenmähne, die ihm über die Ohren und die tiefsitzende, schwarz gerandete Brille fiel. Durch dicke Gläser musterte er Simon Winter einen Moment, dann winkte er ihn ins Wohnzimmer. Winter sah das ältere Paar, das hinter einem gläsernen Couchtisch auf einem weißen Sofa saß und auf ihn wartete. Als er eintrat, erhoben sich die beiden. »Darte ich bekannt machen, Mr. Irving Silver und Mrs. Frieda Croner«, stellte der Rabbi vor. Winter ging auf sie zu und schüttelte ihnen die Hände. Mrs. Croner, eine untersetzte Frau, die zu einer weißen Hose einen lose fallenden Pullover trug, in dem sie doppelt so breit wirkte wie der Rabbi, setzte sich augenblicklich wieder hin und goss Simon Winter eine Tasse Kaffee ein. Mr. Silver war ein kleiner, runder, fast kahlköpfiger Mann, der, kaum dass er wieder Platz genommen hatte, nervös mit den Fingern auf den Knien trommelte. Winter sah sich einen Moment um. Er bemerkte ein Bücherregal und überflog die Titel. Es gab einiges an Judaica, eine große Anzahl Bücher über den Holocaust, dazwischen hier und da ein paar zeitgenössische Thriller und Schauerromaner. Der Rabbi folgte seinem Blick und erklärte »Die meiste Zeit verbringe ich mit dem Studium, Mr. Winter. Ich versuche, die Ereignisse zu verstehen, an denen auch ich einen, wenn gleich unbedeutenden Anteil hatte. Meine Pensionszeit habe ich dieser Arbeit gewidmet. Aber manchmal lese ich auch gerne etwas von Stephen King. Ich finde das gar nicht so schrecklich. All diese übernatürlichen Monster und bösen Dinge, über die er schreibt, die können ja nicht wirklich existieren, nicht wahr? Sie sind nicht real, aber er schafft den Eindruck, als ob sie es wären. Und das ist wirklich faszinierend. Wer ließe sich denn nicht gerne ab und zu ein paar Schauer einjagen? Das ist unterhaltsam. Ja, ich denke schon, pflichtete Winter bei. An manchen Abenden ist es viel leichter, Mr. Winter, von entsetzlichen Ereignissen zu lesen, die der Fantasie eines Mannes entsprungen sind, als das Grauen zu studieren, das tatsächlich passiert ist. Er wies auf eine Reihe Bücher, die sich mit der Schuhe beschäftigten. Der Detective nickte. Oder immer noch passiert, fügte der Rabbi hinzu. Mit einer stummen Geste lud er ihn ein, in einem Sessel Platz zu nehmen. Mrs. Croner reichte ihm die Tasse schwarzen Kaffee. Sie fragte nicht, ob er ihn mit Zucker oder Sahne wollte. Er bemerkte, wie Irving Silver hin und her rutschte und sich nach vorne beugte. Seine Hände zitterten ein wenig, und so klirrte es leise, als er seine Tasse abstellte. Winter sah, wie der Mann den Rabbi mit einem eindringlichen, auffordernden Blick anstarrte und dabei im blassen Gesicht alle Muskeln anspannte. Der Rabbi nickte und bat, »Also, dann erzählen Sie es doch, Mr. Winter. Erzählen Sie uns, was Sophie Ihnen gesagt hat.« Der Rabbi hatte eine seltsame Intonation. Er begann seine Sätze in einem rauen, tiefen Ton und erhob die Stimme mit jedem weiteren Wort, bis seine Frage am Ende schrill und fordernd klang. »Ich kann nur wiederholen, was ich Ihnen am Telefon gesagt habe, Rabbi. Sie kam in Panik zu mir. Sie glaubte, diesen Mann gesehen zu haben, an den sie sich aus der Zeit in Deutschland vor fünfzig Jahren erinnern konnte. Sie hatte das Gefühl, es sei ihre Pflicht, sie alle drei zu warnen. Und dann wurde sie später in derselben Nacht ermordet. »Ja. Ja. Der Junkie«, unterbrach ihn Mr. Silver. Seine Stimme klang gepresst. »Nennen Sie nicht einige Süchtige immer noch so. Wir lesen darüber in der Zeitung. Es kam auch in den Neuen-Uhr-Nachrichten. Er ist eingebrochen, denn hat er sie getötet und ein paar Sachen gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach ihm. Der Schattenmann wurde mit keiner Silber erwähnt.« Rabbi Rubenstein funkelte Irving Silver missbilligend an und fragte Winter, »Wie sicher war Ihrer Meinung nach Sophie? Möge sie in Frieden ruhen, in Bezug auf den Mann, den sie gesehen hat?« Als er in die drei äußerst gespannten Gesichter sah, zögerte Winter mit seiner Antwort. Er hatte das Gefühl, in einen Streit hineingeraten zu sein, der vielleicht schon seit Wochen andauerte. Als sie bei mir anklopfte, schien sie so verstört, dass sie sich ihrer Sache wohl ziemlich sicher war. So wie sie sich etwas beruhigte, kamen mir aber offenbar gewisse Zweifel. An dieser Stelle schwieg er. »Seht ihr?« verkündete Irving in schneidendem Ton. »Sie hatte gewisse Zweifel. Keiner von uns weiß es mit Bestimmtheit.« Der Rabbi schüttelte langsam den Kopf. »Irving, bitte, lassen Sie Mr. Winter ausreden. Üben Sie Nachsicht mit uns, Mr. Winter. Wir wollen einfach nicht glauben, dass dieser Mann unter uns ist. Hier und heute.« »Er müsste tot sein,« warf Mr. Silver hastig ein. »Das ist doch ganz klar. Und wieso gerade hier? Nein, er muss tot sein. Er kann unmöglich durchgekommen sein.« Frieda Croner wandte sich zu Mr. Silver um und runzelte die Stirn. Dann meldete sie sich das erste Mal zu Wort. Sie hatte einen ganz leichten deutschen Akzent. »Er ist hier, du alter Dummkopf. Wo denn noch sonst?« »Aber wir sind diejenigen, die er damals...« »Das ist richtig,« fiel sie kalt ins Wort. »Er hat damals viele von uns umgebracht, und jetzt tut er es wieder. Es ist nicht weiter verwunderlich. Wieso bist du so überrascht? Wird ein Mann, der so sehr hasst, jemals damit auf?« Arme Sophie, sobald sie sich begegnet waren, hatte sie keine Chance mehr. Keiner hatte je eine Chance. Eine große Träne rollte ihr über die Wange. Mit einem Ruck lehnte sie sich zurück, verschränkte die Arme über der großen Brust und machte sich nicht die Mühe, die Träne abzuwischen. Simon Winter erhob die Hand. »Mrs. Croner, es gibt kein Indizien dafür, dass jemand anders als der von der Polizei gesuchte Tatverdächtige etwas mit Sophies Tod zu tun hat. Wenn er sie gesehen hat, dann gab es für ihn kein Zögern. Nur schnelles Handeln, und sie musste sterben. Genau das ist passiert.« Der bittere Ton der Frau ließ keinen Raum für Zweifel, sodass Winter sich gezwungen sei, innezuhalten und in eine behutsamere Gangart zu wechseln, während ihn tausend Fragen bestürmten. Es gab einen Brief. Sophie hat mir von einem Hermann Steen erzählt, der sich das Leben genommen hat. Angeblich hat er diesen Mann ebenfalls gesehen. Wieder herrschte kurzes Schweigen im Raum. Rabbi Rubens, die nickte kaum merklich. »Wir haben darüber gesprochen, sind allerdings zu keinem übereinstimmenden Schluss gekommen. Es ist schwer zu glauben.« »Haben Sie den Brief?« »Ja.« Der Rabbi beugte sich vor und zog Raul Hilbergs Buch, die Vernichtung der europäischen Juden, das neben dem Kaffeeservice lag, zu sich heran. Der Brief befand sich im Buch. Der Rabbi reichte ihn Simon Winter, der ihn zügig las. Rabbi Samuelsen vom Tempel Bethel hat mich an Sie verwiesen und erklärt, Sie seien einmal, so wie ich, vor vielen, vielen Jahren Berliner gewesen. Vielleicht erinnern Sie sich an einen Mann, den wir in jenen traurigen Zeiten nur als den Schattenmann kannten. Der Mann, der 1942 in Berlin unsere Familie in ihrem Versteck aufspürte und für unsere Deportation nach Auschwitz sorgte. Ich hatte gehofft, dieser Mann sei wie all die anderen tot. Aber dem ist nicht so. Vor zwei Tagen habe ich an einer großen Wohnungseigentümerversammlung in Surfside teilgenommen und ihn zufällig im Publikum entdeckt. Nur zwei Reihen hinter mir. Er ist hier. Da bin ich mir sicher. Rabbi, wen soll ich anrufen? Was soll ich machen? Es darf nicht wahr sein, dass dieser Mann noch frei herumläuft, und ich habe das Gefühl, ich muss etwas unternehmen. Mir schwirrt der Kopf vor Fragen, und vor Angst kann ich nicht mehr klar denken. Helfen Sie mir? Der Brief war mit Hermann Steen gezeichnet und enthielt auch seine Adresse und Telefonnummer. Simon Winter sah von dem handgeschriebenen Blatt auf. Wann haben Sie diesen Brief bekommen? Drei Tage nach Mr. Steens Tod? Aus Surfside ist er schließlich nicht Alaska oder der Südpol. Und trotzdem liefert die Post den Brief erst drei Tage, nachdem er geschrieben wurde, aus. Schon merkwürdig, finden Sie nicht? Dem Rabbi zitterten ein wenig die Lippen. Ich hatte keine Chance mehr, diesem armen Mr. Steen zu helfen. Und? Ich habe die Sache der Polizei gemeldet. Selbstverständlich habe ich auch Mr. Silver und Mrs. Croner und ihre Nachbarin angerufen. Was hat die Polizei gesagt? Ich habe mit einem Detective gesprochen, der sich eine Kopie von dem Brief gemacht hat. Aber er sagte, dieser Mr. Steen, der mir persönlich unbekannt war, hätte seit vielen Jahren allein gelebt und seinen Nachbarn in letzter Zeit Sorgen gemacht, weil er so traurig wirkte, mit düsterer Miene herumschlich, selbst Gespräche führte. Und sich absonderlich aufführte, als ob der Tod neben ihm stünde, warf Frida Croner ein. Der Rabbi nickte. Von diesem Detective erfuhr ich auch, Mr. Steen habe einen Abschiedsbrief geschrieben, bevor er sich erschoss, und das sei es ja dann wohl. Er könne mir nicht weiterhelfen. Das war ein netter Mann, dieser Detective, aber ich glaube, er hatte so viel um die Ohren, dass er sich für meine Probleme nicht allzu sehr interessierte. Er hat mir Mr. Steens letzte Zeilen gezeigt. Erinnern Sie sich? Selbstverständlich, wie könnte man so etwas vergessen? Ich sehe die Worte noch vor mir. Es war ein einziger Satz. Ich bin des Lebens müde und vermisse meine geliebte Hannah, und so mache ich mich jetzt zu ihr auf den Weg. Das war alles. Er hat sich erschossen, sagt der Detective. Nur ein Schuss direkt in die Stirn. Die Stirn, sagt der Polizist. Der Rabbi tippte sich, während er sprach, an die Stelle über den Augenbrauen. Sind Sie sicher? Haben Sie die Tatortaufzeichnung des Kriminalbeamten gelesen? Haben die Ihnen irgendwelche Fotos vom Leichenfundort gezeigt? Haben Sie den Autopsiebericht gesehen? Angesichts des Feuerwerksanfragen zog der Rabbi eine Augenbraue hoch. Nein, er hat mir nur so viel mitgeteilt. Gezeigt hat er mir gar nichts. Einen Bericht? Simon Winter wollte gerade die nächste Frage hinterher schieben, hielt sich aber im Zaum. Die Stirn, dachte er. Nicht in die Schläfe. Nicht in den Mund, so wie ich es wollte. Vor Jahren, wie ihm jetzt schien. Er versuchte sich vorzustellen, wie man eine Pistole in dieser Position hielt. Unbequem, aber immerhin möglich. Nicht einmal unwahrscheinlich, aber unbequem. Wieso sollte sich jemand seinen Selbstmord unnötig erschweren? Nein, die spontane Erklärung dafür, die ihm in den Sinn kam, war ein Missverständnis seitens des Detektives. Der Rabbi sah ihn mit einem durchdringenden Blick an. Sie verstehen etwas von diesen Dingen, Mr. Winter? Ja, ich habe zwanzig Jahre lang als Polizist für die Stadt Miami gearbeitet und mich vor einigen Jahren nach Miami Beach zurückgezogen. Also ja, auch wenn es lange her ist, ich verstehe immer noch was von solchen Dingen, Rabbi. Sie waren bei der Polizei, ging Mr. Silver hastig dazwischen. Und jetzt? Und jetzt bin ich einer von vielen alten Menschen in Miami Beach, Mr. Silver. Rabbi Rubenstein schnaubte leise. Deshalb ist Sophie zu Ihnen gekommen. Ja, vermutlich. Sie hatte Angst und sie wusste, dass ich eine Waffe besitze. Winter holte Tiefluft. Sie dachte, ich kann ihr helfen. Ich werde mir auch eine Waffe zulegen, erklärte Mr. Silver trotzig. Und ich glaube, das sollten wir alle tun, damit wir uns verteidigen können. Ich verstehe nichts von Waffen, warf Frieda Kroner ein. Und was weißt du schon, du alter Narr? Höchstwahrscheinlich geht das Ding irgendwie los und du erschießt dich selbst oder deinen Nachbarn oder den jungen Karl, der dir deine Medizin von der Apotheke bringt. Ja, aber vielleicht erschieße ich zuerst ihn, wenn er es auf mich abgesehen hat. Nach dieser Bemerkung herrschte mit einem Schlag Schweigen in der Runde. Simon Winter betrachtete die drei Gesichter ihm gegenüber. Der Rabbi schien vor Furcht und Niedergeschlagenheit ermattet. Aus Mrs. Kroners Blick sprach Verzweiflung, gepaut mit Trotz. Mr. Silver kaschierte seine Panik mit Wut. Der Rabbi ergriff als erster das Wort. Sie müssen Nachsicht mit uns haben, Mr. Winter. Sophie war unsere Freundin, und wir sind in Trauer. Aber wir sind auch aufgebracht, und jetzt haben wir außerdem noch gehörig Angst. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Rabbi. Aber woher nehmen Sie die Überzeugung, dass sie von diesem Mann ermordet wurde? Die Polizei hat einen Zeugen, einen anderen Nachbarn, der gesehen hat, wie der Verdächtige vom Tatort floh. Ein junger Schwarzer. Und Sie glauben das? fragte Irving Silver gereizt. Ein Augenzeuge, entgegnete Winter betont. Er ist dem Mann bis zu der Gasse hinter dem Grundstück gefolgt. Der Rabbi schüttelte den Kopf. Ich bin durcheinander, Mr. Winter, und es macht mir offenbar nur noch mehr Angst. Mr. Steen meint, er sieht den Schattenmann, und wenig später ist er tot. Ein Selbstmord. Sophie meint, sie sieht den Schattenmann, und wenig später ist sie tot, von einem unbekannten Schwarzen ermordet. Das ist für mich ein Rätsel, Mr. Winter. Sie sind der Detective. Sagen Sie es uns. Kann ein solch merkwürdiges Zusammenspiel Zufall sein? Simon Winter ließ sich mit der Antwort Zeit. Rabbi, ich war viele Jahre Ermittler beim Morddezernat. Ja, ja, aber beantworten Sie die Frage, fuhr ihm Irving Silver dazwischen. Er machte schon den Mund auf, um noch etwas zu sagen, doch Frieda Krohner stieß ihm den Ellbogen in die Rippen. Fall dem Mann doch nicht ins Wort, flüsterte sie barsch. Winter ließ erst einmal stiller einkehren, um sich seine Antwort gut zu überlegen. Ich will's mal so sagen. Zufälle dieser Art kommen vor. Aberwitzige, unglaubliche Zufälle sogar. Alle Ermittler können von Fällen erzählen, die niemand auch nur ansatzweise hätte ahnen können. Bei der Arbeit im Morddezernat sind solche Dinge vielleicht nicht gerade an der Tagesordnung, aber doch durchaus vertraut. Andererseits gibt's für die überwältigende Mehrzahl der Tötungsdelikte vollkommen normale, eindeutige Erklärungen. Da ist es wichtig, zunächst einmal nach den einfachen Antworten zu suchen, die sich im Allgemeinen als richtig erweisen. Damit wollen Sie also sagen, schaltete sich Irving Silver ein. Lass ihn ausreden, wiederholte Frieda Krohner gereizt und knuffte ihn erneut in die Seite. Du unhöflicher alter Stieße, wies sie ihn zurecht. Danke, Mrs. Krohner. Aber eigentlich war ich fertig. Der Rabbi nickte. Sie meinen also, ja, es könnte genau so gewesen sein, wie es aussieht. Ein Selbstmord, ein Mord durch einen Junkie. Richtig. Wieder herrschte Berethes Schweigen. Haben Sie sich persönlich eine Meinung gebildet, Mr. Winter? fragte Frieda Krohner. Ich hab Fragen, Mrs. Krohner, erwiderte Simon Winter, und ich glaube, es ist sinnvoll, die Zweifel ernst zu nehmen, wenn es so viele gibt. Egal wie Sophie und Mr. Sten gestorben sind, es wird für Sie drei wohl schwierig sein, ein normales Leben zu führen, wenn Sie die ganze Zeit fürchten müssen, dass Ihnen dieser Kerl auf Schritt und Tritt folgt. Falls er tatsächlich noch lebt. Sie nickte, ebenso der Rabbi. Ich bin immer noch entschlossen, mir eine Waffe zu besorgen, murmelte Irving Silver. Sie schwiegen. Winter beobachtete, wie sich in Irving Silvers Augenwinkeln Tränen bildeten, während der Mann langsam, fast unmerklich, den Kopf schüttelte, als wollte er all die bösen Gedanken, die sich hartnäckig bei ihm festgesetzt hatten, vertreiben. Der Rabbi beugte sich vor und fuhr sich mit allen zehn Fingern durch seinen zerzausten, dichten Haarschopf. Er blies die Backen auf und ließ die Luft langsam durch die geschürzten Lippen entweichen. Dann sah er zu Simon Winter auf. Sie werden uns helfen, Mr. Winter? Winter spürte plötzlich eine unbeugsame Härte. Er blickte in die drei Gesichter der älteren Menschen und erinnerte sich an die zitternde Hand seiner Nachbarin auf seinem Arm, als er seinen eigenen Tod unterbrochen hatte, um sie hereinzulassen. Ein verstohlener Blick offenbarte eine ähnliche Tätowierung am Unterarm des Rabbi, und es stand zu vermuten, dass sich unter Mrs. Croners üppigem weißen Pullover, wie unter Mr. Silvers losem karierten Hemd, ein ebensolches Mal verbarg. Ich habe ihr meine Hilfe versprochen, musste er denken, aber ich kam zu spät. Ihm wurde bewusst, dass dieses Versprechen für ihn immer noch galt, und so antwortete er, Ich will es versuchen, Rabbi. Ich kann nicht sagen, was ich wirklich tun kann. Sie wissen Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Eine Menge Dinge. Es ist lange her. Vergisst man solche Dinge jemals? Diese Techniken? Nein. Dann können sie uns auch helfen. Ich hoffe. Die drei Freunde tauschten kurze Blicke. Ich glaube, wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen, sagte Mrs. Croner. Vielleicht mehr, als wir offen zugeben mögen, Mr. Winter. Ich will trotzdem eine Waffe, beharrte Irving Silver. Hätten wir damals Waffen gehabt, dann hätten uns die Nazis auf der Stelle erschossen. Vielleicht wäre das am besten gewesen. Wie kannst du sowas sagen, du alter Dummkopf? Wir haben überlebt, und aus diesem Grund kann es nicht in Vergessenheit geraten. Mag ja sein, dass die Welt es nicht vergessen hat, aber was hat sie daraus gelernt? Irving Silver und Frieda Croner funkelten einander an. So sind sie oft, erklärte er Winter. So waren wir alle mal in jungen Jahren, als wir in diese monströsen Ereignisse hineingerieten. Und jetzt streiten wir uns. Sogar die Historiker. Aber wir waren da, und wir haben etwas am eigenen Leib erfahren, das vielleicht den Rahmen der Geschichte sprengt. Er auch, warf Irving Silver ein. Der Rabbi sah die anderen schweigend an. Stimmt. Er gehörte ebenso dazu wie alle anderen, die entweder starben oder überlebten. Und er hat es auch nicht vergessen, fügte Irving Silver hinzu. Richtig, das glaube ich auch. Frieda Croner betupfte sich mit einer Serviette die Augenwinkel. Falls er hier ist und uns findet, stimmte Silver ein. Dann wird er uns wohl töten. Simon Winter erhob die Hand. Aber wieso? Und wieso sollte er Sophie oder diesen Mr. Stine getötet haben? Das haben sie mir noch nicht erklärt. Kaum war ihm die Frage herausgerutscht, merkte Winter, dass er an etwas rührte, das tief in der Vergangenheit wurzelte. Ein düsterer Winkel im Gedächtnis der Betroffenen mit dunklen Rändern und einem pechschwarzen Abgrund. Weil wir, sagte der Rabbi nach einer Weile, weil wir die Einzigen sind, die ihn erkennen und enttarnen können. »Ihn zur Rechenschaft ziehen können«, flüsterte Frieda Croner. »Falls er denn hier ist, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube nichts von alledem.« Irving Silver schlug sich mit der flachen Hand aufs Knie. Die anderen sahen ihn streng an, doch Winter meldete sich zu Wort. »Aber falls er doch hier wäre, dann würden sie ihn erkennen.« Irving Silver brauchte einige Sekunden für seine Antwort. Der alte Detektiv sah, wie sich seine Brust heftig hob und senkte, und er um Atem rang, während er mit der Frage kämpfte. »Ja«, brachte Silver schließlich heraus. »Auch ich habe sein Gesicht gesehen. Nur für wenige Sekunden. Er hat meinem Bruder und mir Geld abgenommen.« »Bei mir war es mein Vater«, erklärte der Rabbi ruhig. »Er hat meinen Vater erkannt, als wir in der Straßenbahn saßen. Mein Vater hat mein Gesicht abgewendet, aber ich habe ihn trotzdem gesehen. Ich war noch so klein.« Frieda Croner schüttelte den Kopf. »Das war ich auch. So wie der Rabbi und Sophie. Fast noch ein Kind.« »Der hat uns im Park gestellt.« Es war Frühling. Die Stadt lag schon in Trümmern, überall Tote. Aber trotzdem war es Frühling. Und ich entsinne mich, dass so viele Menschen hinausströmten und den strahlend schönen Tag genossen. Also sind meine Mutter und ich ebenfalls rausgegangen, weil es auch wichtig war, sich so zu benehmen wie alle anderen. Vor dem Krieg nannten sie es Führerwetter. Als ob Hitler über den Himmel herrschte. Wieder legte sich beklemmendes Schweigen über den Raum. »Es fällt nicht leicht, über diese Dinge zu reden«, meinte der Rabbi. Simon Winter nickte bedächtig. »Ja, aber wenn ich Ihnen helfen soll, muss ich wohl noch mehr erfahren.« »Das leuchtete ein.« »Und es gibt ja etwas, das ich nicht verstehe.« »Was denn, Mr. Winter?« »Welchen Grund hätte er, sie umzubringen? Wieso versteckt er sich nicht einfach? Das wäre doch nicht schwer. Er ginge kein Risiko ein. Wieso verschwindet er nicht einfach?« »Das kann ich beantworten«, erwiderte Frieda Croner prompt. Winter wandte sich ihr zu. »Weil er den Tod liebt, Mr. Winter«, die anderen beiden nickten. »Wissen Sie, er unterschied sich von den anderen und machte uns solche Angst, weil er das, was er tat, nicht etwa machte, weil er den Nazis ihre Lüge abkaufte, sie würden ihn verschonen. Er hat es auch nicht getan, um seine Familie zu schützen. Das war noch so eine Entschuldigung, die uns zu Ohren kam. Er hat es getan, weil er es genoss.« Sie zitterte plötzlich heftig. Und weil er besser darin war als irgendjemand sonst. »Die iranische Straße«, fügte Rabbi Rubenstein hinzu. Diesmal erhob er nicht die Stimme, sondern sprach leise und in hartem Ton. »Der jüdische Fahndungsdienst. Von da aus hat die Gestapo die Greifer überwacht, die ihrerseits nach uns Ausschau hielten.« »Sie haben ihre Sterne abgemacht«, berichtete Irving Silver. »Und dann haben sie uns zur Strecke gebracht.« »Wissen Sie, in Berlin, da hat Himmler höchstpersönlich im Radio versprochen, die Stadt würde Judenfrei«, sagte der Rabbi und wurde nun doch etwas lauter. »Aber das war sie nicht. Zu keinem Zeitpunkt. Als die Russen kamen, lebten immer noch tausendfünfhundert von uns irgendwo in den Trümmern versteckt. Tausendfünfhundert von ursprünglich einmal hundertfünfzigtausend. Aber wir waren immer noch da, als die Panzer hereindonnerten und die Nazis mitsamt ihrer verbrannten Erde untergingen. Niemals war Berlin Judenfrei. Niemals. Und wenn auch nur ein einziger von uns übrig geblieben wäre, so wäre es nicht Judenfrei gewesen.« Simon Winter nickte. »Aber dieser Mann«, »der Schattenmann«, nahm Frieda Kroner hastig den Faden auf, »verwischte seine Spuren besser als jeder andere Greifer.« Das Gerücht machte die Runde, »wer sein Gesicht zu sehen bekäme, sei so gut wie tot. Wer seine Stimme zu hören bekäme, sei praktisch tot. Wen er berührte, sei tot.« Sie zögerte, dann fügte sie hinzu. »Im Keller der Haftanstalt Plötzensee. Ein schrecklicher Ort, Mr. Winter. Ein Ort, an dem qualvolle Todesarten die Regel waren und die Nazis sogar noch Schlimmere erfanden. Folterbänke und Fleischerhaken und Guillotinen und Garotten, Mr. Winter.« »Es hieß, seine Augen seien die letzten, die man lebend zu sehen bekäme«, erklärte Irving Silver in ausdruckslosem Ton. »Sein Atem an der Wange wäre die letzte Erinnerung, die man mit hinübernehme.« »Woher wussten Sie das?« »Ein Wort hier, eine aufgeschnappte Unterhaltung dort«, sagte Frieda Krohner. »Es machte die Runde. Die Leute redeten. Ein Ladenbesitzer mit einem Kunden, ein Polizist mit einem Vermieter, ein Gesprächsfetzen, den man im Park oder in der Straßenbahn aufschnappte. Und dann haben es die Mütter ihren Töchtern erzählt, so wie meine mir, Väter ihren Söhnen. Auf diese Weise erfuhren wir alle vom Schattenmann.« Sie atmete langsam aus, als bereitete ihr jedes Wort zu diesem Thema Qualen. »Aber Sie drei und Mr. Sten und Sophie, Sie haben alle überlebt.« »Wir hatten Glück,« meinte der Rabbi. »Zufall? Unterlaufende Fehler? Die Nazis waren so effizient, Mr. Winter, dass sie uns aus heutiger Sicht manchmal wie Übermenschen erscheinen. Dabei waren so viele von ihnen kleine, erbärmliche Bürohengste. Und so kamen eben manche von uns aus diesem Keller heraus, um im Güterzug in den Tod zu fahren.« Bei diesem Stichwort schluchzte Irving Silver auf. Sie drehten sich alle zu ihm um und sahen, dass seine Augen gerötet waren und er die Hand auf den Mund gepresst hielt, damit es nicht wie eine Sturzflut aus ihm hervorbrach. Er atmete wieder schwer und drang nach Luft. »Mein Bruder,« wirkte er hinter der geballten Faust hervor, »kam in den Keller.« Die anderen schwiegen. »Ach, der arme Martin,« stöhnte Irving Silver, »mein armer Bruder Martin.« Nach einer Weile wanderte sein Blick zu den übrigen. »Es tut mir leid,« entschuldigte er sich. »Die Erinnerung tut so weh, aber wir müssen uns erinnern.« Irving Silver atmete tief durch. »Wir erinnern uns, und der Schattenmann auch. Er muss geglaubt haben, er hätte uns längst getötet, und nun wird er es erneut versuchen. Wir waren alle noch halbe Kinder, Mr. Winter, und das war wohl auch der Grund, weshalb wir ihm entkamen. Mein älterer Bruder war für ihn eine Bedrohung. »Also«, »so wie mein Vater,« murmelte der Rabbi, »und meine Mutter,« fügte Frieda Kroner hinzu. »Das kann sie alles eigentlich nicht überraschen, Mr. Winter,« meinte der Rabbi. »Wie Frieda schon sagte, wenn wir keinen Frieden kennen, weil in uns die Erinnerung weiterlebt.« »Wieso sollte es bei ihm anders sein?« Irving Silver ergriff Frieda Kroners Hand und drückte sie fest. Sie nickte. Simon Winter hatte das Gefühl, als erfasste ihn eine gewaltige Strömung und zöge ihn ins tiefe Meer, immer weiter von der Küste fort. Alle Ermittler, dachte er, greifen bei ihrer Arbeit auf ihr Gedächtnis zurück. Ein Verbrechen ähnelt dem anderen. Ein drittes nimmt das vierte vorweg. Selbst bei den außergewöhnlichsten Fällen gibt es Verbindungslinien. Ein Motiv, wie etwa Gier. Eine Waffe, sei es ein Messer oder eine Pistole. Indizien, Fingerabdrücke, Blutspuchen, Haar- oder Faserproben, was auch immer. Und alle diese Fäden bilden ein Grundmuster des Verbrechens. Aber das hier, die Dinge, von denen die drei alten Menschen sprachen, gehörten einer Kategorie von Verbrechen an, die jeder Beschreibung spottete. Er hatte nicht gleich eine Antwort zur Hand. Das Schweigen zog sich hin. Ich denke, ich sollte noch mehr über diesen Mann erfahren. Wer war er? Irgendjemand muss doch gewusst haben, wie er hieß, woher er kam. Jemand muss seine Familie gekannt haben. Frieda Krohner überlegte nur kurz. Niemand konnte sich für irgendetwas, das er über ihn wusste, verbirgen. Er war anders als die anderen. Er war anders, in der Tat, bestätigte der Rabbi leiser. Er war wie ein Messer im Dunkeln. Die anderen, sehen Sie, die kannte man. Wenn der Greifer einen kannte, dann kannte man umgekehrt wahrscheinlich auch den Greifer. Vielleicht aus der Synagoge, dem Wohnhaus oder dem Wartezimmer beim Arzt, vom Schulhof, egal woher, aus der Zeit, bevor die Rassengesetze eingeführt wurden. Wenn man also die Augen offen hielt, dann war man ihnen vielleicht immer, nun ja, eine Nasenlänge voraus. Man musste sich aufs Untertauchen verstehen oder ein guter Läufer sein oder sie bestechen. Sie waren Verräter, aber einige von ihnen waren selbst gegen Ende nicht ganz und gar verroht. Der Rabbi atmete langsam aus. Aber keiner wusste, wer er war. Es kam einem so vor, als hätten die Nazis diesen Golem einfach erfunden. Ein Gespenst. Und können Sie ihn beschreiben? Er war groß, so wie Sie, fing Frieda Kroner an, doch Irving Silver schüttelte den Kopf und winkte ab. Nein, Frieda, nein. Er war klein wie ein Frettchen. Und älter. Erwachsener. Nein, unterbrach ihn der Rabbi gereizt. Er muss jung gewesen sein, sonst hätte er nicht überlebt. Jung und kräftig, ehrgeizig und gerissen. Sie sahen einander an und verfielen in Schweigen. Jung wie wir damals waren, sagte der Rabbi, kann uns die Erinnerung heute Streiche spielen. Ich war klein wie Sophie, erzählte Frieda Kroner. In meinen Augen sahen alle Männer groß aus. Mein armer Bruder Martin war trotz allem groß und stark. Und so war für mich jeder, der nicht an ihn herankam, klein. Wissen Sie, Mr. Winter, erklärte der Rabbi, der Schattenmann war besser als irgendjemand bei der Gestapo. Er war wie ein Gespenst. Wo er in Erscheinung trat, herrschte dunkel, selbst am Tage, wie ein, wie nennt man das noch gleich, Irving? Ein Irrlicht. Und wir alle wussten, fuhr der Rabbi kalt fort, dass man sich nicht mehr verstecken konnte, wenn er einen erst mal aufgespürt hatte. Aber konnte man ihn denn nicht bestechen? Ja und nein, erwiderte Irving Silver. Vielleicht hörte man plötzlich in einer dunklen Gasse eine Stimme und man versprach ihm Geld und händigte ihm alles aus. Doch dann kam die Gestapo trotzdem. Derjenige, den der Schattenmann berührt hatte, kam in den Keller und seine ganze Familie auf den Nächsten zog ins KZ. Er verwischte seine Spuren. Fand er einen, dann war es, als würde man vom Erdboden verschluckt. Frieda Krohner schnappte nach Luft. Unter einer plötzlichen Erinnerung zitterte sie heftig, doch als die anderen sie ansahen, hob sie die Hand und brachte kein Wort heraus. Aber, Sophie, Sie drei, Mr. Sten, einerseits sagen Sie. Fehler, Irrtümer, nahm ihm der Rabbi das Wort aus dem Mund. Niemand sollte überleben, aber manche sind eben doch davon gekommen. Das war ein Fehler. Und jetzt, fünfzig Jahre danach, werden diese Fehler nicht geradeaus gemerzt? Irving Silver bebte und Frieda Krohner tupfte sich die Augen. Simon Winter nickte. Es fiel ihm schwer, die Angst dieser Menschen nachzuvollziehen, doch sie war mit Händen zu greifen. Einen Moment lang sah er sich all die einfachen, gewöhnlichen Dinge an, die sich über das Zimmer breiteten. Eine große Menore aus Messing, Fotos von Freunden und Familienmitgliedern, ein feingesticktes Tischtuch. Doch all dies schien in eine Dunstglocke der Erinnerungen gehüllt. Rabbi Rubenstein sackte schwer in seinen Sessel zurück. »Es ist nicht einfach, sich das als alter Mensch ins Gedächtnis zu rufen«, gestand er ein. »Es reißt die alten Wunden wieder auf«, er seufzte. »Ich hatte vergessen, wie es ist, gejagt zu werden.« Die anderen nickten. Simon Winter hatte den Impuls, dem Mann die Hand auf den Arm zu legen, doch stattdessen sagte er wohl überlegt, »Eines verstehe ich immer noch nicht. Wieso sollte dieser Mann ausgerechnet hier sein, in Miami Beach, wo es überdurchschnittlich viele Überlebende gibt? Muss er hier nicht mehr als irgendwo sonst damit rechnen, erkannt zu werden? Wieso ist er nicht in Argentinien oder Rumänien oder an irgendeinem anderen sichereren Ort?« Irving Silver schüttelte den Kopf. »Hier ist er am sichersten.« »Wie das?« »Sie verstehen das nicht, Detective Winter«, erklärte Rabbi Rubenstein, der langsam begann und mit jedem Satz schneller wurde. »Der Schattenmann war kein Nazi. Er gehörte nicht der Gestapo an. Auch nicht der SS. Er war Jude wie wir. Für ihn gab es keine Organisation wie Odessa, keine Gruppe wie das Eiserne Kreuz, die ihn nach dem Krieg in Sicherheit und in die Freiheit brachte. Er war ganz auf sich gestellt. »Aber es muss Organisationen gegeben haben. Das Rote Kreuz, Gruppen, die Vertriebenen halfen. Selbstverständlich, so bin ich hergekommen.« »Ich auch«, sagte Frieda Kroner. »Ich nicht. Bei mir waren es entfernte Verwandte«, erzählte Irving Silver. »Aber wer hätte schon dem Schattenmann geholfen? Nicht die Russen. Die hätten ihn erschossen. Ping, ohne Prozess. Wer also dann?« »Sagen Sie es mir«, konterte Simon Winter. »Sein eigenes Volk. Die selben Leute, die er ans Messer geliefert hatte«, antwortete Silver. »Allerdings natürlich nicht, wenn Sie wussten, wer er war, richtig?« »Wurden nicht die Kabus in den KZs an die Behörden ausgeliefert?«, fragte Silver. Rabbi Rubenstein neckte. »Aber er muss um die Gefahr gewusst haben«, fügte er hinzu. »Also, was hat er wohl gemacht?« Die drei alten Menschen sahen sich an. Ein Moment lang horchte Winter auf den Atem der drei. Es kam ihm so vor, als sprächen sie. Stritten sie sich über die Frage doch nicht mit Worten und Gesten, sondern indem sie ihre Vorstellungskraft vereinten und am Ende zu einer gemeinsamen Antwort fänden. Der Rabbi wischte sich langsam mit der Hand übers Gesicht. »Er musste zu einem von uns werden. Einem Überlebenden.« Frieda Kroner nickte. »Natürlich. Wie sonst?« »Aber wie konnte er so tun, als ob?« Irving Silver runzelte die Stirn. »Er war der Schattenmann. Er konnte tun und lassen, was er wollte.« »Aber«, Winter zögerte, »es muss noch andere wie ihn gegeben haben. Und die wurden gefasst.« »Meinen Sie? Keinen wie ihn. Ich glaube nicht.« »Aber wieso hier?« »Weil wir sein Volk sind.« »Niemand kannte uns besser als er. Das war sein Erfolgsgeheimnis. Wieso also sollte er Angst vor uns haben?« Rabbi Rubenstein erhob sich und nahm dabei den Band, die Vernichtung der europäischen Juden, vom Tisch. Steins Brief flatterte zu Boden, doch niemand bückte sich danach. Der Wälzer lag schwankend auf seinen Händen. Er schlug ihn nicht auf, und Winter wurde klar, dass der alte Rabbi den Inhalt auswendig kannte. »Vergegenwärtigen Sie sich die Zeit«, begann er. »Eine Zeit der Auflösungserscheinungen und Verkommenheit.« Die Schoah, die Tektiv, war wie eine gewaltige Maschinerie mit dem alleinigen Zweck, die Juden zu vernichten. Aber um diese Aufgabe, wie Sie es nannten, in sämtlichen Reden Ihrer Propaganda, Ihren Schriften, sprachen Sie immer wieder von der monumentalen Aufgabe, vor die Sie gestellt seien. Um diese Aufgabe zu bewältigen, benötigten Sie Hilfe, alle mögliche Hilfe von allen Seiten. »Vom Papst, der Sie nicht verurteilte«, sagte Irving Silver. »Von den Alliierten, die ihre KZs oder die Eisenbahnschienen nach Dachau und Auschwitz nicht bombardierten«, fügte Frieda Krohner hinzu. »Von den nicht-jüdischen Völkern, den Polen und Tschechen, Rumänen und Italienern, Franzosen und den Deutschen, die zusahen und sie gewähren ließen.« »Streng genommen, Detective, bekamen Sie auf die eine oder andere Weise Hilfe aus aller Welt. Sogar von einigen aus eben dem Volk, das Sie vernichten wollten.« Simon Winter saß ruhig da und hörte zu. »Jetzt vergegenwärtigen Sie sich aus Spitz, Detective. Wenn die Nazis ihre Selektion vorgenommen hatten, musste jemand die Türen zu den Gaskammern schließen, und hinterher musste jemand die Leichen entfernen. Jemand musste das Feuer in den Öfen schüren, und jemand musste dafür sorgen, dass das ganze Räderwerk reibungslos lief. Oft genug waren diese Jemands wir selbst.« Der Rabbi sank wieder in seinen Sessel und hielt das Buch auf dem Schoß. »Wir haben Ihnen geholfen. Sehen Sie, indem wir einfach nur lebten, indem wir alles taten, um am Leben zu bleiben, halfen wir Ihnen perverserweise, die Maschinerie in Gang zu halten.« Er sah Mrs. Croner und Mr. Silver an. »Hätte es etwas Rechtschaffeneres, Moralischeres geben können, im Angesicht des Abgrundtiefbösen einfach zu sterben, Detective?« »Das sind Fragen, die den Philosophen keine Ruhe lassen. Ich bin nur ein alter Rabbi.« Er legte eine Pause ein, in der nur sein schwerer Atem zu hören war. Dann sprach er weiter. »Es ist der schiere Wahnsinn.« »Alles daran, Detective.« »Und sehen Sie sich die Welt an, in der wir heute leben. An manchen Tagen erscheint es einem so fern und liegt so weit zurück, dass man sich fragt, ob es tatsächlich passiert ist. Aber dann wieder. Nun ja. Dann wissen Sie auf einmal, dass es greifbar nahe ist. Immer noch lebendig. Genauso abgründig, böse und entsetzlich. Und es wartet nur darauf, wieder aufzuerstehen. Der Schattenmann war der Schlimmste von uns allen, fuhr der Rabbi noch einem kurzen Moment fort. Er war schlimmer als die Nazis. Sogar schlimmer als diese seltsamen, bösen Dinge, über die Mr. King sogar noch schreibt. »Und jetzt ist er hier mitten unter uns,« fügte Irving Silver hinzu. »Wie eine ansteckende Krankheit.« »Haben wir nicht immer jemanden wie den Schattenmann unter uns?« überlegte der Rabbiner laut. Der Satz verhalte unbeantwortet im Raum. »Können Sie ihn finden, Detective?« fragte Frieda Krohner leiser. »Ich weiß es nicht.« »Werden Sie es versuchen?« »Falls er hier ist, falls das, was Sie sagen, stimmt.« »Werden Sie nach ihm suchen, Mr. Winter.« Simon Winter fühlte plötzlich, wie sich als Echo auf die Frage in seiner Brust eine tiefe Traurigkeit ausbreitete. Die Antwort stieg aus dieser Dunkelheit herauf. »Ja. Ich werde ihn suchen.« »Gut,« meinte Frieda Krohner. »Dann werde ich Ihnen helfen, Mr. Winter.« »Ich auch,« stimmte Irving Silver ein. »Selbstverständlich bin ich auch dabei,« schloss sich Rabbi Rubenstein an. »Wir werden tun, was wir können.« Frieda Krohner nickte, dann beugte sie sich vor und goss sich noch eine Tasse Kaffee ein. Simon Winter sah zu, wie sie einen großen Schluck von der schwarzen Flüssigkeit nahm und die bittere Brühe ihren Körper durchfließen ließ. Sie lächelte, doch auf eine kalte Weise. »Gut. Und wenn Sie ihn mit unserer Hilfe finden, Detective, dann werden Sie ihn töten.« »Frieda,« rief Rabbi Rubenstein, »überlegen Sie, was Sie da sagen. Unsere Religion spricht von Vergebung und Verständnis. Das waren von jeher unsere Prinzipien. Das mag ja so sein, Rabbi, aber mein Herz spricht für all jene, die er verraten hat und die gestorben sind. Denken Sie zuerst an die, Rabbi, und dann predigen Sie mir Vergebung.« Sie wandte sich an Simon Winter. »Ich würde lieber von Gerechtigkeit sprechen,« erklärte sie. »Finden Sie ihn und töten Sie ihn.« Irving Silver beugte sich vor. »Ich werde helfen. Ich werde alles tun, was ich kann. Aber Frieda hat recht. Finden und töten Sie ihn, Mr. Winter.« Er holte tief Luft und fügte hinzu. »Für meinen geliebten Bruder Martin. Und meine Eltern und alle meine Vättern und Cousinen.« Frieda Krohner stimmte leise ein. »Und meine Schwester und ihren Mann. Und meine zwei kleinen Nichten. Und meine Großeltern. Und meine Mutter, die sich solche Mühe gegeben hat, mich und all die anderen zu retten.« Simon Winter blieb stumm. Er spähte zum Rabbi, der die anderen beiden ansah, bemerkte, wie sich die Hand des Rabbi um das Buch auf seinem Schoß krallte. Irving Silver nahm kein Blatt vor den Mund. »Töten Sie ihn, Detective. Dann gibt es einen Albtraum weniger in der Welt. Töten Sie ihn.« Und da nickte auch der Rabbi. »Töten Sie ihn.« Gebete für die Toten Simon Winter wandte sich unbehaglich auf seinem Klappstuhl aus Eisen, während ein junger Rabbi die Grabrede hielt. Auch wenn die Trauergemeinde sich unter einem dunkelgrünen Zeltdach des Bestattungsinstituts versammelt hatte, setzte die sengende Mittagshitze der Schar zu. Vorwiegend waren ältere Menschen gekommen, deren dunkle Wollanzüge zu dampfen schienen. Simon Winter wünschte sich nichts sehnlicher, als seine Krawatte zu lockern, die ihm unter dem gestärkten Kragen seines einzigen verbliebenen weißen Anzughemms den Hals zuschnürte. Als er einen Blick in die Runde warf, dachte er, »Wir sehen alle so aus, als könnten wir Sophie Mirstin bald in ihrem Sarg Gesellschaft leisten.« Er schämte sich ein wenig für den pietätlosen Gedanken, rechtfertigte ihn jedoch mit der Gewissheit, dass in absehbarer Zeit seine eigenen sterblichen Überreste in einer Kiste aufgebahrt oder in eine Urne gestopft würden, über der jemand anders, den er nicht kannte und der ihm von Herzen gleichgültig war, seine Abschiedsworte herunterleierte. Der Rabbi, ein kleiner, runder Mann, der unter dem Kragen mit demselben Problem kämpfte wie Simon Winter, erhob seine Stimme. »Diese Frau, Sophie Mirstin, wurde ins Inferno gestürzt, um sich daraus wie ein Phönix zu erheben und mit Hingabe und Güte die geliebte Gefährtin von Leo und Mutter eines brillanten Sohnes Mary zu werden.« Die Stimme des jungen Geistlichen war schrill und nagelspitz. Winter richtete den Blick in den zartblauen Himmel und suchte den Horizont nach Wolken ab, die auf ein baldiges Gewitter und eine erfrischende Regenflut hoffen ließen. Doch er konnte weit und breit keine entdecken. Er sog die Luft ein, die ihm wie dichter, heißer Rauch in die Lungen drang. Er saß allein in der hintersten Reihe und wies sich dafür zurecht, wegen der Hitze nicht bei der Sache zu sein. Immerhin war es gut möglich, dass er da war. Irgendwo da drüben, so gerade eben außer Sichtweite, im Schutz der Bäume. Oder mit Gram gesenktem Haupt, mitten unter den Trauergüsten. »Falls er auf der Jagd war, zog es ihn hierher, mitten in die Schar von Sophies alten Freunden.« »Schließlich weiß er nicht«, fügte Winter in Gedanken hinzu, »dass jemand nach ihm sucht.« Im selben Moment beschlichen ihn Zweifel. »Falls er überhaupt existiert.« Neben ihm lauschten Mr. Finkel und die Kadoshs hingebungsvoll den Worten des Rabbi. Mrs. Kadosh hielt ein weißes Leinentaschentuch in der Hand, mit dem sie sich abwechselnd links und rechts die Augenwinkel trocken tupfte und den Schweiß von der Braue wischte. Ihr Mann war damit beschäftigt, ein gedrucktes Programm zusammenzurollen und wieder glatt zu streichen. Dann fächelte er sich mit dem Papier Luft zu, um sich vergeblich ein wenig Kühlung zu verschaffen. Die anderen Bewohner des Sunshine Arms saßen quer verteilt in der Trauergemeinde. Winter sah, dass Mr. Gonzales, der Vermieter, die gesamte Grabrede hindurch starr zu Boden blickte. Seine Tochter hatte ihren Vater zur Bestattung begleitet. Sie war so groß wie er und trug ein schmales, schwarzes Kleid, das bei einer Operngala ebenso angemessen gewesen wäre wie zu dem gegebenen Anlass. Simon Winter seufzte. Ein halbes Jahr lang hatte Miss Gonzales die leere Wohnung neben Sophie Mirstin benutzt, um sie mit einer Reihe von Liebhabern zu teilen. Da sie es gewöhnlich versäumte, die Gardinen zu schließen, gab sie Winter Gelegenheit, sie zu beobachten. Er hegte sogar den Verdacht, dass sie sich seiner Blicke bewusst gewesen war und ihm die Einblicke in voller Absicht als Gefälligkeit gewährt hatte. Er schüttelte den Kopf. Als sie in exklusivere Apartments an der Brickle Avenue weiterzog, verlor der Sunshine Arms mit ihr einen beträchtlichen Teil seiner Anziehungskraft. Bevor sie neben ihrem Vater Platz nahm, hatte sie über die Schulter geschaut, so, dass sich für einen kurzen Moment ihre Blicke trafen. Mit einem zarten, traurigen Lächeln und einem kaum merklichen Nicken schien sie ihn daran erinnern zu wollen, was er an ihr verloren hatte. Und darüber musste Simon Winter bei allem feierlichen Ernst und trotz der trüben Gedanken über seine ermordete Nachbarin innerlich herzlich lachen. »Und so empfinden wir heute alle schmerzlich den Verlust dieser Frau«, nahm die Rede des Rabbi den vorhersehbaren Verlauf. Er riss sich von Mr. Gonzales' Tochter los und ließ den Blick noch einmal über die Reihen der Trauernden schweifen. »Falls er hier ist«, dachte Winter, »dann entgeht ihm nichts. Er sucht die Gesichter ab und durchforstet dabei seine eigenen Erinnerungen.« Winter konzentrierte sich auf einen Mann zu seiner Rechten. Der Mann starrte den Rabbi an. Den alten Detektiv erfasste eine Woge der Erregung. »Wieso bist du so neugierig?«, fragte er innerlich. Doch im nächsten Moment sah er, wie derselbe Mann sich zu der älteren Frau umdrehte, die neben ihm saß. Die Frau berührte ihn am Arm. »Nein«, dachte Winter, »du bist allein. Bist du nicht immer allein? Falls es dich gibt?« Um besser nachdenken zu können, neigte er ein wenig das Kinn zur Brust. Er hatte Irving Silver, Frieda Kroner und Rabbi Rubenstein geraten, nicht zur Beerdigung zu kommen. Er wollte dem Mann, den sie fürchteten, nicht den Vorteil verschaffen, sie zu sehen, bevor er sich über seine eigene Strategie im Klaren war. Sie hatten protestiert. Er hatte darauf bestanden. Er sah sich die Menge noch einmal an und achtete besonders auf unbekannte Gesichter. Doch es waren zu viele. Sophie Milstein hatte zu vielen Frauengruppen, Bridge-Clubs, Synagogen, Räten angehört. Fast hundert alte Leute rutschten auf ihren Stahlstühlen herum. Die Worte des Rabbi schienen in der Hitze zu flirren. »So viel durchzumachen und am Lebensabend eines gewaltsamen Todes zu sterben, ist eine Tragödie, die einem das Herz bricht.« Winter sah sich nach Detective Robinson und der jungen Frau von der Staatsanwaltschaft um, konnte sich jedoch nirgends entdecken. Er vermutete allerdings, dass sich irgendein Vertreter der Kripo Miami Beach unter die Gäste gemischt hatte. Das gehörte in seinen aktiven Jahren zu den üblichen Verfahrensweisen bei Fällen ohne identifizierten Täter, selbst wenn der Hauptverdächtige einer anderen Altersgruppe und Ethnie angehörte. Man wusste nie, wen die Neugier hintrieb. Er schätzte, dass Robinson einen Untergebenen dazu verdonnert hatte. Seine eigene Hautfarbe hätte es ihm nicht erlaubt, unerkannt die Menschen unter dem Zeltdach zu mustern. Natürlich konnte es sehr gut sein, dass der Stellvertreter des Detective nach dem gänzlich Falschen suchte. Simon Winter atmete langsam aus und zerknüllte das Programm in der geballten Faust. Er kämpfte mit einer unbändigen Wut und Frustration, die ihm in den Adern pochte. »Ich glaube erst mal gar nichts«, scharfte er sich ein. »Vorerst habe ich nichts weiter als ein paar seltsame Zufälle und ein Trio verängstigter alter Leute sowie einen Albtraum aus einer anderen Ära.« Wieder blickte er in den Himmel. Die Wut verwandelte sich in Schuldgefühle. »Weißt du wirklich noch, wie es geht? Wie man einem Anfangsverdacht so unerbittlich auf den Grund geht, dass man am Ende harte, unabweisliche Fakten hat?« Er biss die Zähne zusammen. Benimm dich endlich so, wie du mal warst. Du willst, dass sie dich wieder mit Detective anreden? Dann verhalte dich auch wie einer. Stelle Fragen. Finde die Antworten dazu. In der ersten Reihe, nicht weit vom Grab, zappelte ein Kind von vier oder fünf Jahren und versuchte, die Stimme des Rabbi zu übertönen, wurde aber von der Mutter augenblicklich zum Schweigen gebracht. Der Geistliche legte eine kurze Pause ein, sah den Jungen mit einem Lächeln an und fuhr fort. Wer also war, diese Sophie Milstein, die anderen so viel gegeben und so viel in ihrem Leben erreicht hat? Ich habe das Gefühl, ich sollte mehr über diese bemerkenswerte Frau wissen und herausbekommen, was ich, so wie ihr Sohn und ihre Schwiegertochter und ihre geliebten Enkelkinder, aus Lektionen ihres Lebens lernen kann. Simon Winter sah von seinem Platz aus nur Murray Milsteins Rücken. Doch während der Rabbi sprach, sah er, wie der Anwalt seiner Frau den Arm um die Schulter legte und mit der Hand noch seinen Sohn erreichte. Der Rabbi setzte seine Grabrede fort und, indem er mühelos ins Hebräische wechselte, sprach er das Kaddisch über dem Sarg, doch Winter hörte die Worte nicht mehr und spürte nicht mehr die drückende Hitze. Er sah nur, wie die Hand des jungen Vaters auf der Schulter seines Sohnes lag, und der Sohn ganz sacht den Kopf zur Hand neigte und seine Wange daran schmiegte, so dass ihm in diesem einen Moment all die schrecklichen Kinderängste vor dem Sterben und dem Tod von der festen Berührung seines Vaters genommen wurden. Winter bildete in der langen Kondolenzreihe, die sich nach der Feier bildete, fast das Schlusslicht. Er wartete einen Augenblick ab, in dem ihm mehr als nur eine Sekunde blieb, denn er wollte mehr tun, als nur ein paar Worte des Trostes zu sprechen und zu gehen. Als die Menschentraube sich allmählich zerstreute und er sah, wie der junge Anwalt nach seiner Frau und den Kindern Ausschau hielt, trat er vor. »Mr. Milstein, mein Name ist Simon Winter. Ich war ein Nachbar Ihrer Mutter.« »Natürlich, Mr. Winter. Meine Mutter hat oft von Ihnen gesprochen. Ein aufrichtiges Beileid für Ihren Verlust. Wissen Sie vielleicht, ob die Polizei...« »Die Leute von der Kripo sagen, sie machen Fortschritte und sie würden mich auf dem Laufenden halten.« »Sie waren auch mal bei der Polizei, nicht wahr?« »Ich meine, mich zu erinnern, dass meine Mutter...« »Ja, hier in Miami. Ich war Detective.« »Meine Mutter hielt viel von Ihnen. Sie hat von allen ihren Nachbarn nur gut gesprochen. Womit waren Sie befasst?« »Mord.« Mary Milstein schwieg, als wöge er die einsilbige Antwort ab. Er war klein gewachsen, fast schmächtig, doch drahtig wie ein Langstreckenläufer. Und er strahlte eine wache Aufmerksamkeit aus, die von einer Liebe zum Detail zu zeugen schien. Die Tränen, die Mary Milstein über den Mord an seiner Mutter weinte, dachte der alte Detective, würden im Verborgenen fließen. Der Anwalt musterte Winter eingehen, bevor er ruhig antwortete. »Die Kripo Miami Beach scheint recht kompetent zu sein. Ist das auch Ihr Eindruck?« »Ja, ganz bestimmt. Es ist nur... Also könnte ich Ihnen irgendwo ungestört ein paar Fragen stellen.« »Nicht gerade hier.« Winter deutete mit der Hand auf die letzten Gäste, doch in dem Moment sah er, wie der Rabbi und der Bestattungsunternehmer zu Ihnen herüberkamen. »Wir werden heute auf Long Island Shiva sitzen. Wir fliegen noch heute zurück. Gibt es etwas Bestimmtes, wonach Sie mich fragen wollten?« »Nein, ich... Es geht nur um etwas, das Ihre Mutter zu mir gesagt hat, kurz vor ihrem Tod.« »Etwas, das Sie gesagt hat?« »Ja.« »Was Ihrer Meinung nach etwas mit ihrem...« »Ich bin mir nicht sicher. Es lässt mir keine Ruhe. Vielleicht bin ich einfach nur Heid und Segespenster. Wahrscheinlich war es nichts Wichtiges. Sie sollten der Kripo Miami Beach vertrauen. Ich bin sicher, dass man dem Tod ihrer Mutter dort hohe Priorität einräumt.« Mary Milstein zögerte nur einen Augenblick. »Für heute Nachmittag bin ich in der Wohnung meiner Mutter mit einer Spedition verabredet. Um vier. Wie wäre es, wenn wir dann reden würden?« Winter nickte, und der jüngere Mann wandte sich zu den beiden Herren um. Simon Winter wartete schon beim Posaunenengel im Hof des Sunshine Arms, als Mary Milstein in Begleitung eines Mannes in einem schlecht sitzenden, beigefarbenen Anzug eintraf. Der Sohn der Ermordeten sah sich kurz um, dann strebte er der Wohnungstür zu. Dort befand sich immer noch das große Schild, das in roten Druckbuchstaben verkündete »Tatort«, »Zutritt verboten«. Winter sah, wie Mary Milstein den Schlüssel in der Hand plötzlich stehen blieb. Der Anwalt wandte sich an den Mann im Anzug und sagte »Ich will da nicht rein. Gehen Sie einfach nur zügig durch alle Räume und denken Sie daran, nichts anzurühren. Danach können wir reden.« Der Mann im Anzug nickte, und Mary Milstein schloss die Tür auf. Dann drehte er sich zu Winter um und ließ sich schwer auf die Eingangsstufen sinken. »Ich wollte, dass Sie in ein Seniorenheim zieht. Sie wissen schon, eins von denen in Fort Lauderdale, die sich auf alleinstehende ältere Menschen spezialisiert haben. Mit einem Gemeinschaftsprogramm, Betreuung rund um die Uhr, Bingo und anderen Freizeitaktivitäten.« Das hat sie mal erwähnt. Sie wollte nicht. Sie hat sich hier wohl gefühlt. Wenn man älter wird, kann Veränderung manchmal mehr Angst machen als irgendwelche Bedrohungen, die irgendwo da draußen lauern. »Das stimmt vermutlich. Aber das zählt nur so lange, wie all diese Dinge, die da draußen lauern, nicht bei Nacht in der Wohnung stehen und einen im Schlaf ermorden.« Aus Mary Milsteins Worten klangen bittere Selbstvorwürfe. »Geht es Ihnen auch so, Mr. Winter?« »Ja. Nein. Wer weiß. Ich würde auch nicht gerne in eine dieser Anlagen ziehen, obwohl ich es, wenn ich einmal da wäre, vermutlich gar nicht übel finden würde.« »Das ist das Problem, nicht wahr?« »Wahrscheinlich.« Winter setzte sich neben Milstein auf die Treppe. »Ich kann da nicht rein.« Gestand der jüngere Mann. »Ich dachte, ich würde das packen. Und es müsste sein. Ich meine, ich müsste gesehen haben, wo es passiert ist. Aber ich will nicht.« Er holte tief Luft. »Ist Blut zu sehen?« Simon Winter schüttelte den Kopf. »Nein, das nicht. Es herrschen ein ziemliches Chaos. Das ist an allen Tatorten so. Fingerabdruckpuder auf den Möbeln, Spuren der vielen Menschen, die rein- und rausgetrampelt sind. Ihrer Mutter wäre das ziemlich peinlich gewesen. Sie hielt alles sehr sauber und ordentlich.« Mary Milstein lächelte. »Der Gedanke, in einem solchen Durcheinander zu sterben, hätte sie zutiefst beschämt.« Trotz der hochgezogenen Mundwinkel sprach die Trauer aus jedem seiner Worte. »Ganz bestimmt.« Sophie Milsteins Sohn atmete langsam aus. »Es ist unglaublich schwer«, sagte er leise. »Da hat man diese Beziehung, die von all den banalen, aber auch all den schwierigen Dingen im Leben geprägt ist.« Man versucht, seine Mutter zu etwas zu bewegen, was sie nicht will. Sie beklagt sich gegenüber meiner Frau. Und dann entwaffnet sie einen, indem sie den Enkelkindern Geschenke schickt. Ich wusste, dass sie alt wurde. Wahrscheinlich wusste ich auch, dass ihr nicht allzu viel Zeit blieb. Dabei gab es noch so vieles zu sagen. Als mein Vater starb, wissen Sie, da habe ich es begriffen. Ich habe gesehen, wie schrecklich es ist, Dinge mitteilen zu wollen und dann keine Chance mehr zu haben. Also war ich fest entschlossen, meiner Mutter noch alles zu sagen, was mir auf der Seele brennt. Aber irgendwie kam immer was dazwischen. Ich war so eingespannt, und die Zeit zerrinnt einem zwischen den Fingern, Mr. Winter. Sie galoppiert davon, egal was man tut. Und dann wird sie von einer Sekunde zur anderen gekappt. Einfach so. »Nur, weil so ein Tier zehn oder zwanzig Dollar braucht, um sich die nächste Pfeife zu kaufen oder Scheiß-Crack zu besorgen oder was sonst ihm das Leben meiner Mutter wert ist.« Mary Milstein hatte die Stimme erhoben. Die Worte brachen wie ein Sturzbach aus ihm heraus und halten quer über den Innenhof. »So ein Scheiß-Junkie! Das vermuten Sie! Schießt sich das Leben meiner Mutter in den Arm oder raucht Ihre Zukunft in einer verdammten Pfeife! Wenn Sie diese Bestie schnappen, hoffe ich, Sie erlauben mir, ihm das Haar herauszureißen!« Er schwieg, um nach Luft zu schnappen. »Scheiß-Bestie!«, bekräftigte er in ätzendem Ton. Dann verfiel er in Schweigen, als sei es ihm unangenehm, seinen Emotionen so lautstark freien Lauf gelassen zu haben. Ein Moment starrte er geradeaus. Dann wandte er sich an Winter und fragte, »Meinen Sie, Sie kriegen den Bastard?« »Ich weiß nicht. Sie verfügen heute über bessere technische Mittel und Methoden. Vielleicht.« »Aber vielleicht auch nicht, richtig?« »Vielleicht auch nicht.« »Bei den meisten Tötungsdelikten, die aufgeklärt werden, weiß man von Anfang an, wer es war. Ein Ehemann, eine Ehefrau, ein Geschäftspartner, ein konkurrierender Drogendealer, wer auch immer.« »Wenn sich dagegen zwei Lebensläufe zufällig berühren, ist es schwerer.« »Ja.« »Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Dem jungen Schwarzen?« »Ja. Er machte auf mich einen kompetenten Eindruck.« »Hoffentlich.« »Wir werden ja sehen.« »Machen Sie weiter Druck«, riet Winter. »Was?« »Rufen Sie immer wieder an. Schreiben Sie an den Staatsanwalt. Wenden Sie sich an die Zeitungen, die Fernsehsender. Erinnern Sie die Leute immer wieder daran. Es hilft. Auf diese Weise sorgen Sie dafür, dass der Fall auf dem Aktenstapel immer wieder ganz oben liegt, stand unter all dem anderen Mist begraben zu werden, der sich darauf türmt.« »Sie kennen solche Fälle? Die einfach aus dem Blick geraten?« »So etwas kennt jeder Detective. Sorgen Sie dafür, dass Sie weiter über den Fall nachdenken. Vielleicht bekommen Sie dann Ergebnisse.« »Das ist ein guter Rat.« Einen Moment lang schwiegen Sie beide. Dann holte Mary Milstein zu einer Geste aus, die mehr als den Innenhof zu erfassen schien. »Ich bin neununddreißig Jahre alt, und ich möchte hier so schnell wie möglich weg, um nie wieder herzukommen.« »Ich will, dass dieser gottverdammte Umzugsmensch seinen Kostenvoranschlag macht, damit ich in meinen Flieger und nach Hause komme.« Er drehte sich halb zu Winter um. »Und nun stellen Sie mir Ihre Fragen.« »An dem Tag, an dem sie ermordet wurde, kam Ihre Mutter zu mir. Jemand hatte ihr Angst eingejagt. Sie hatte jemanden aus ihrer Vergangenheit wiedergesehen. Berlin, neunzehnhundertdreihundvierzig.« »Tatsächlich?« »Sagt Ihnen der Ausdruck. Der Schattenmann etwas.« Mary Milstein überlegte einen Moment. »Nein,« erwiderte er, »nicht, dass ich wüsste.« Er sprach den Namen nach, als könne er ihm durch die bloße Wiederholung entlocken, was es damit auf sich hatte. »Der Schattenmann.« »Nein, sagt mir nichts.« »Hat Ihre Mutter viel über Ihre Erlebnisse in der Kriegszeit erzählt?« Mary Milstein schüttelte den Kopf. »Sind Sie mit den Besonderheiten der Beziehung zwischen Holocaust-Überlebenden und Ihren Kindern vertraut, Mr. Winter?« »Nein. Sie sind problematisch.« Als wollte er einen schwierigen Gedanken wegwischen, legte er, bevor er fortfuhre, die Hand an die Stirn. Sie wollte partout nicht über das Gazett reden. Eigentlich über die ganze Zeit, bevor sie meinen Vater kennengelernt hatte. Sie sagte immer, ihr Leben hätte erst angefangen, als er sie mit in die Staaten nahm. Wussten Sie, dass sie, als sie hier ankam, kein Wort Englisch konnte? Sie hat nicht durch die Sprache gelernt. Sie war genauso wild entschlossen, jede Spur ihres deutschen Akzents für immer auszumerzen. Mein Vater hat erzählt, sie wäre abends spät aufgeblieben und hätte vor einem Spiegel geübt. »Verstehe,« meinte Simon Winter. »Nein, das glaube ich nicht,« erwiderte Mary Milstein offenbar gereizt. »Keine deutschen Autos, keine deutschen Produkte. Wenn im gottverdammten Fernsehen irgendeine Sendung oder Meldung über Deutschland kam, hat sie umgeschaltet. Was ich damit sagen will. Auch wenn nie darüber gesprochen wurde, war ihr Überleben allgegenwärtig. Alles, was ich als Kind in meiner Jugend und später bis zu dem Moment, als sie ermordet wurde, gedacht und getan habe, stand unausgesprochen in irgendeiner Beziehung zu dem, was ihr widerfahren hast. Es war immer da. Immer.« Mary Milstein schüttelte den Kopf. »Ich bin mit Geistern groß geworden,« erklärte er ausdruckslos. »Sechs Millionen Geistern.« »Aber sie hat über ihre Erlebnisse nicht gesprochen.« »Jedenfalls nicht mit mir. Allerdings hat sie ein Video aufgenommen, für die Bibliothek des Holocaust Center hier in Miami Beach. Ich habe es nicht gesehen, aber sie hat es gemacht.« »Woher?« »Ich habe es erfahren, weil die mir ein Spendengesuch geschickt haben. Für den guten Zweck. Sie wollten einen Beitrag. Ich habe ihnen Geld geschickt. Ich habe meine Mutter angerufen und ihr gesagt, ich wollte es sehen, und wir haben uns gestritten. Wahrscheinlich das erste Mal seit Jahren. Sie hat mir verboten, es zu ihren Lebzeiten zu sehen. »Werden Sie es sich jetzt anschauen?« »Nein, ja, keine Ahnung.« Mary Milstein stand auf. Der Mann im wehschwarbenen Anzug kam aus der Wohnung. »Wie viel?« fragte der Anwalt. »Nach Long Island, alles in allem, 2200, verpackt und gekennzeichnet. Es ist unser Sonderumzugsservice,« erwiderte der Mann. »Na schön,« meinte Mary Milstein, »muss zweifellos was Besonderes sein.« Er reichte dem Mann den Schlüssel. »Es kann ein paar Wochen dauern, bis die Polizei die Wohnung freigibt.« »Keine Sorge, Mr. Milstein, ein Anruf genügt und wir sind zur Stelle. Ich schicke Ihnen den Vertrag.« Der junge Mann nickte und sah auf die Uhr. »Ich muss los,« sagte er zu Winter. »Gehen Sie.« »Was?« »Gehen Sie und sehen Sie sich das Video an, Mr. Winter. Und erzählen Sie mir, was drauf ist.« Mary Milstein wandte sich um und machte ein paar Schritte über den Hof. Dann drehte er sich noch einmal halb zurück und sah Simon Winter über die Schulter an. »Ich habe Deutsch gewählt.« »Wissen Sie?« »Wie bitte?« »An der Highschool. Ich habe Deutsch gelernt. Wir mussten eine Fremdsprache wählen und ich habe Deutsch genommen. Sie hat das gehasst. Hat fast ein ganzes Schuljahr kaum mit mir gesprochen. Sie hat nicht mal ein deutsches Lexikon im Haus geduldet. Ich musste immer in der Schule lernen. Ich bekam eine Eins.« Winter wusste nicht, was er sagen sollte. Er dachte nur, dass sich in der Welt manchmal ein schreckliches Ausmaß an Schmerz und Verletzungen zusammenballte und in einer ungerechten Verteilung auf einzelne Schicksale häufte. Mary Milstein schien einen Moment angestrengt nachzudenken, bevor er hinzufügte. »Wissen Sie, was es bedeutet?« »Was?« Simon Winter sah beinahe erschrocken auf, als hätte ein starker Wirbelwind alle seine Gedanken durcheinandergefegt, und die Stimme des jüngeren Mannes brächte ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. »Der Schattenmann«, sagte Mary Milstein und zuckte mit den Schultern. »Wissen Sie, was das heißt?« Simon Winter schüttelte den Kopf. Es war ihm nicht in den Sinn gekommen, nach der Wortbedeutung zu fragen. »Es setzt sich zusammen aus Schatten und Mann.« Er schwieg und fügte hinzu. »Ich frage mich, was sie damit meinte.« Doch Mary Milstein wartete keine Antwort ab. Simon Winter sah dem jungen Anwalt hinterher, der zügig durch den Innenhof und am Posaunenengel vorbeilief. Der Engel musste wohl an diesem Tag, so dachte der alte Detective, ein Klagelied anstimmen. Dringlichkeit Als Espy Martinez am Morgen nach Sophie Milsteins Beerdigung im Büro der Staatsanwaltschaft von Dade County eintraf, warteten dort zwei Nachrichten auf sie. Eine stammte von Walter Robinson, und die andere war eine Aufforderung, sich beim stellvertretenden Oberstaatsanwalt für Tötungsdelikte zu melden. Sie wusste sofort, dass er von ihr wissen wollte, wie die Aufklärung des Falls vorankam, und so missachtete sie den mit roter Tinte angefügten Hinweis unverzüglich, um durch das Labyrinth der Bürokabinen erst einmal zu ihrer eigenen zu hasten und das Morddezernat von Miami Beach anzurufen. Es dauerte nur kurz, bis sich Walter Robinson meldete. »Mess Martinez«, sagte er, »gut, dass Sie anrufen.« »Detektiv, ich muss zum stellvertretenden Oberstaatsanwalt, um ihm einen Lagebericht zum Mord von Milstein zu geben. Was haben Sie für mich?« »Nun, zunächst mal den guten Rat, sich keine Sorgen um Ape Lesser zu machen. Er mag wie Dracula aussehen, aber er ist nicht so schlimm, wie er tut, besonders bei Tage.« Espy Martinez hätte gerne über die Beschreibung ihres Chefs gegrinst, doch stattdessen versuchte sie, ihre Nervosität zu kaschieren, indem sie einen gestrengen Ton wählte. »Er wird von mir wissen wollen, wo wir stehen. Also, wo stehen wir, Detektiv?« Robinson wollte etwas sagen, überlegte es sich jedoch und fragte, »Machen die Ihnen Dampf mit diesem Fall?« »Nein«, erwiderte sie, »noch nicht, aber ich glaube ziemlich bald.« Robinson nickte, auch wenn sie es nicht sehen konnte. »Hatte ich mir schon gedacht. Nun, ich habe heute Morgen den vorläufigen Autopsiebericht und den von der Spurensicherung reinbekommen. Danach wissen wir so viel. Todesursache, manuelle Strangulation. Die Quetschung am Kehlkopf und im Bereich der Halsschlagader lässt darauf schließen, dass der Abstand zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger des Mörders 14,5 cm beträgt. Es gibt keinerlei Hinweise auf sexuelle Übergriffe. Der toxikologische Befund weist Spuren von Dolmane auf. Das ist ein häufig verschriebenes Schlafmittel. Ein paar Zeichen deuten darauf hin, dass sie ein wenig geschlagen wurde, aber ich glaube, das ist nur in den ersten Sekunden passiert. Die Schlaftabletten müssen ziemlich stark gewirkt haben, sodass sie wahrscheinlich erst zu sich kam, als der Kasi bereits erwirkte. Nicht viel Zeit zur Gegenwehr. Es gab keine nennenswerten Abwehrverletzungen an ihren Händen und Armen. Robinson ging die Einzelheiten der letzten Sekunden in Sophie Milsteins Leben in geübtem, routiniertem Ton durch. Espy Martinez hörte zu und versuchte, die knappen, offiziellen Berichte mit der entsetzlichen, realen Erfahrung in Verbindung zu bringen, gab jedoch sehr schnell auf. Ehrlich gesagt, macht mir das zu schaffen, gestand Robinson ruhig. Wie bitte? Na ja, der Kerl bricht ein, ermordet eine Frau im Schlaf, räumt in nullkommanichts die Wohnung aus und flüchtet. Sehen Sie den Haken? Nein. Wieso bringt er eine schlafende Frau um? Wieso greift er sich nicht, was er will, so leise wie möglich und sucht das weiter? Sie ist aufgewacht. Tja, wahrscheinlich. Aber hätte sie dann nicht richtig laut geschrien? Oder sich deutlich gewehrt? Die Nachbarn haben gesagt, sie hätten was gehört. Schon aber nicht wirklich laut. Eher sowas wie einen kurzen Aufschrei. Und was ist mit der Katze? Mr. Boots, wieso bringt er die verfluchte Katze um? Vielleicht hat die Katze Lärm gemacht. Eine Katze? Vielleicht hasse oder Benno oder so ein alberner Zwergpudel, sowas in der Art. Aber eine Katze? Ich bitte Sie. Das blöde Tier würde mit erhobenem Schwanz durch die Garpentür stolzieren und sich nie wieder blicken lassen. Also, worauf fallen Sie hinaus? fragte Espy Martinez ungeduldig. Nichts. Lässt mir nur keine Ruhe. Sie erinnerte sich an den erstarrten Kadaver der Katze mit den hervortretenden Augen und den gefletschten Zähnen. Sie schauderte bei dem bloßen Gedanken. Das fand ich auch merkwürdig, räumte sie innerlich ein. Aber was besagt das schon? Sie ignorierte ihre Gefühle und entgegnete in angestrengt kaltschnäuzigem Ton. Meinetwegen. Und? Und nichts, erwiderte der Detective. Dann machen Sie weiter! Robinson seufzte, als er sich wieder dem Stapel Berichte auf seinem Schreibtisch zuwandte. Manchmal hatte er das Gefühl, dass er den größten Teil der letzten Jahre mit dem Lesen oder Schreiben von Berichten vergeudet hatte. Na schön, schauen wir mal. Ach so, es gab eine postmortale Schnittwunde am Hals des Opfers. Ja, und? Also, in Sophies Viertel hat es in den letzten paar Wochen eine Reihe von Einbrüchen gegeben. Die Kollegen vom Raubdezernat schicken ein paar Fallakten rüber. Vielleicht kann ich den Täter damit in Verbindung bringen. Klingt einleuchtend. Was noch? Was noch? Espy Martinez sah auf die Uhr und wusste, dass ihr Boss bereits nach ihr suchen würde. Detective. Nennen Sie mich Walter, wie die meisten Ihrer Kollegen. Ich muss mit Lässer reden. Falls Sie von mir hören wollen, ob ich optimistisch bin, dann lautet die Antwort Nein. Bei dieser Art von Fällen bin ich das nie, Miss Martinez. Statistisch gesehen, na ja, auf Bundesebene lösen wir einen von drei. Auf lokaler Ebene läuft es eher noch ein bisschen bescheidener. Aber ich versuch's. Ihr Boss kennt die Trefferquote. Lassen Sie sich von ihm nicht Kürre machen. In Ordnung, Walter. Ich werd's versuchen. Sie lachte, wenn auch sehr verhalten. Aber es ist das Blut, das ihm von den Fängen tropft, das mich beunruhigt. Also sagen Sie mir bitte irgendwas, das mir hilft, den Kerl, der Sophie Milstein auf dem Gewissen hat, in die Todeszelle zu bringen. Sie wollen wissen, wie wir Ihren Mörder überführen können, ja? Genau. Espy Martinez konnte die Nervosität nicht ganz aus ihrer Stimme verbannen. Da hab ich leider noch mehr schlechte Nachrichten für Sie. Kein Schusswaffengebrauch. Das macht die Dinge immer komplizierter. Schusswaffen sind toll. Sie machen Krach, hinterlassen eine Sauerei. Kinder spielen sie im Labor abzugleichen. Und meistens sind die Täter nicht mal clever genug, sie so zu verstecken, dass wir sie nicht finden. Auch kein Messer. Wussten Sie, dass Strangulation eine bemerkenswert effiziente Art ist, jemanden umzubringen? Im Allgemeinen hinterlässt sie keine nennenswerten Partikel vom Täter am Opfer. Doch auf der Habenseite liefert die Forensik immerhin zwei Abdrücke von ihrer Kommode und einen dritten von dem Schmuckkästchen, das sie nicht weit vom Haus in der Gasse gefunden haben. Sie haben es auch geschafft, einen Teilabdruck des Daumens – ein kleines Stück, kann ich sagen, ob es uns tatsächlich nützt – vom Hals des Opfers zu nehmen. Das hat Seltenheitswert, Miss Martinez. Aber falls wir dazu einen Treffer bekommen, also, dann hat ihn selbst der inkompetenteste Staatsanwalt am Haken. Ich bin nicht inkompetent, Detective? So war das nicht gemeint. Es herrschte eine Weile Schweigen in der Leitung. Walter Robinson gestand sich ein, dass er kaum etwas Dümmeres zu Espie Martinez hätte sagen können. Na schön, Detective. Nun weiß ich also, wie wir zu einer Verurteilung kommen können. Toll! Wäre nur noch eine Kleinigkeit zu klären. Wie schnappen Sie den Mörder? Zuerst werden wir die besten Abdrücke, die wir haben, mit denen von anderen Einbrüchen und Raubüberfällen vergleichen, die es in den letzten Monaten in und um Miami Beach gegeben hat, und schauen, ob nicht die von dem Bastard dabei sind. Danach werde ich ein paar von den Pfandleiern und Hehlern abklappern und gucken, ob wir einen Teil des Schmucks wiederfinden. Sophies Sohn hat mir eine ziemlich gute Beschreibung von einigen der gestohlenen Stücke gegeben. Ich habe schon in einige Läden Handzettel verteilt. Besonders nach dieser Halskette mit Sophies Namen drauf werde ich suchen. Espie Martinez hatte schon eine Bemerkung auf den Lippen, wie Nonchalant der Detective das Opfer beim Vornamen nannte, hielt jedoch an sich. Und dann? Und dann hoffen wir auf etwas Glück. Wir jagen den Abdruck durch den Gottscher-Computer des County, aber ich weiß nicht. Den was? Den Gottscher-Computer, dieses ultramoderne Ding, das letztes Jahr mit all den Bundesgeldern an Land gezogen wurde, soll Abdrücke vom Tatort mit denen abgleichen, die der Computer gespeichert hat. Und? Wird das funktionieren? Hat es zumindest in der Vergangenheit. Allerdings nur, wenn unser Mistkerl im Lauf des letzten Jahres oder so schon mal verhaftet wurde und wir Abdrücke von ihm haben. Wir werden sehen. Espie Martinez stand von ihrem Stuhl neben dem Schreibtisch auf. Noch irgendetwas, das ich Lasser mitteilen kann? Wie wär's damit? Ich hab sechs weitere offene Fälle. Wie wär's damit? Der hier bleibt ganz oben auf der Liste. Erwiderte sie und legte auf. Walter Robinson hielt sich das Telefon dicht ans Ohr und horchte auf das Tuten. Er fragte sich, wie Espie Martinez wohl war, wenn sie mal keine Angst hatte. Doch dann fragte er sich, ob das überhaupt vorkam. Abraham Lasser war ein untersetzter Mann mit einem Seehundschnauzer und einer graumilierten Borstenmähne, die unbändig wild aus seinem Kopf zu sprießen schien. Im Kontrast zu seiner Hartracht pflegte er eine Vorliebe für elegante Zweireiher und stets auf Hochglanz polierte Schuhe. Wenn er durch das Labyrinth der Büros auf dem fünften Stock des städtischen Justizgebäudes pirschte, wirkte er wie der Albtraum eines Modedesigners. Erschien er in einem der Gerichtssäle im dritten Stock, verlegte er sich oft auf einen barschen Sarkasmus, den die Strafverteidiger ebenso bespöttelten wie fürchteten. Er war ein Mann, der großen Wert auf Einschüchterung legte, die neben seinen Gegnern auch seine Mitarbeiter zu spüren bekam. Espy Martinez war seiner Abteilung für Kapitalverbrechen seit acht Wochen zugeteilt. In der ganzen Zeit war sie ihm erst ungefähr ein halbes Dutzend Mal begegnet und ausnahmslos nur, wenn es darum ging, sich seiner Autorisierung zu einer Verständigung im Strafverfahren einzuholen. Dies gehörte in der Abteilung zu den Standardverfahren, seit ein unglücklicher Stellvertreter einmal bei einer wackeligen Anklage wegen häuslicher Gewalt einer unautorisierten Absprache zugestimmt hatte und der Angeklagte daraufhin aus dem Saal schnurstracks zu seinem Auto marschiert war, um sein Schnellfeuergewehr zu holen und vor dem Gerichtsgebäude als erstes seine Exfrau nebst ihren beiden Schwestern und dann sich selbst zu erschießen. Im Büro ging seitdem der Witz um der unselige Kollege, der die Übereinkunft ohne den höheren Segen vorgeschlagen hatte, wäre mit einer Kugel des Amokläufers glimpflicher davongekommen als unter dem Tobsuchtsanfall von Abe Lesser. Vor der Tür zum Allerheiligsten holte sie Tiefluft, klopfte an und trat ein. Lassers Sekretärin sah zu ihr auf und lächelte. »Gehen Sie schon rein, er wartet auf Sie.« Damit warf sie einen vielsagenden Blick auf die Armbanduhr. »Ich musste noch mit einem Detektiv vom Morddezernat sprechen,« erklärte S.B. Martinez. »Gehen Sie doch ruhig,« ermunterte sie die Sekretärin. S.B. Martinez marschierte ins Büro. Lasser saß hinter seinem Schreibtisch am Telefon. Mit einer stummen Geste forderte er sie auf, Platz zu nehmen und redete weiter. Sie ließ den Blick durch das Zimmer schweifen. Die Wände zierten mehrere gerahmte Diplome und Nachweise der Mitgliedschaften in Anwaltskammern. Außerdem prangten dort die obligatorischen Fotos, auf denen Lasser mit verschiedenen Politikern sowohl der County- als auch der Bundesstaatsebene posierte, einschließlich einer Großaufnahme seiner Wenigkeit mit dem Gouverneur. Sonnengebräunt und grinsend, in T-Shirts und Shorts standen sie am Rand eines Hafenbeckens und hielten jeder einen großen, toten Fisch in die Höhe. Ein Stück von diesen Fotos entfernt befanden sich sieben weitere Bilder, jedes sorgfältig mit Passepartout versehen und in schimmerndem, schwarzem Stahl gerahmt. Hier prangten keine Politiker, sondern Charakterköpfer aus der Verbrecherkartei im Rechts- und Linksprofil, sowie direkt von vorn. Alle entstanden im Bezirksgefängnis. Espy Martinez starrte auf die Gesichter, die ihren Blick trotzig erwiderten. Vier der sieben Männer waren schwarz, zwei offenbar Latinos, der eine mit einer tätowierten Träne unter dem Auge, der andere mit einer Narbe in der Braue. Es war ein Weißer darunter, der böswillig dreist aus seinem Rahmen starrte. Sie betrachtete sein Gesicht, dann das eines der Schwarzen. Er wirkte schläfrig, beinahe lässig und hatte die Augen halb geschlossen, als gehörte es für ihn zur Routine, im Gefängnis fotografiert zu werden. Abe Lesser wurde plötzlich laut. »Hören Sie, Gottverdammt! Wenn Sie das drucken, bevor ich ans Gericht gehe, spazieren die Wichser mit Freispruch daraus. Freispruch, kapiert? Können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren?« Er legte eine Hand über den Hörer, lächelte Espy Martinez an und flüsterte, »Der verdammte Harold hat eine Aussage der Grand Jury zur Abella-Schlägerei in die Hände bekommen.« Espy Martinez nickte. Ein halbes Dutzend Polizisten hatte Enrique Abella wegen Trunkenheit am Steuer in einer wilden Verfolgungsjagd gestellt, und er hatte sich unter lauten Flüchen ergeben. Als er eine Dreiviertelstunde später im Bezirksgefängnis abgeliefert worden war, hatte er drei gebrochene Rippen, zahlreiche Prellungen, eine Unterkieferfraktur, sechs ausgeschlagene Zähne, eine Gehirnerschütterung zweiten Grades und ein Auge, das seine Sehkraft möglicherweise nicht wiedererlangen würde. Abe Lesser drehte sich energisch auf seinem Sessel hin und her. »Nein, verdammt, Sie hören mir zu! Sie halten still, bis die Strafanträge gestellt sind. Sie bleiben unter Verschluss, das verspreche ich Ihnen. Ich werde dafür sorgen, dass nur Sie und niemand sonst erfährt, wann die Wichser zur erkennungsdienstlichen Behandlung einbestellt werden. Sie haben dann die einzige Kamera vor Ort, okay? Das ist der Deal.« Er schwieg und hörte zu, bevor er seine Antwort brüllte. »Nein, verdammt, Sie müssen mit keinem Scheiß-Herausgeber reden! Wir kennen uns jetzt seit zehn Jahren, und wenn Sie nach so langer Zeit nicht in der Lage sind, einen Deal auszuhandeln, bei dem Sie zwei verfluchte Exklusivrechte rausschlagen, indem Sie im Gegenzug nur ein bisschen warten...« Elblesser nickte plötzlich. Er lächelte. Sein Ton war augenblicklich sanft. »Natürlich vertraue ich Ihnen. Und Sie mir, jeder vertraut jedem. Sie bekommen was, ich bekomme was, und alle sind zufrieden, richtig?« Plötzlich beugte er sich vor und sprach ruhig, ohne Bombast, vielmehr kühl und bedrohlich. »Aber falls Sie mich bei der Sache verarschen, dann flattert Ihnen aus diesem Büro für die nächsten hundert Jahre kein Bericht mehr auf dem Tisch. Dasselbe gilt für den Wichser, den der Harold dann an Ihre Stelle setzt, und für den, der danach kommt. Dann enden Sie alle in Oper locker und schreiben über spätabendliche Sitzungen des Bauausschusses.« Es herrschte kurzes Schweigen. Dann lehnte Elblesser sich plötzlich zurück und brach in Gelächter aus. »Hahaha, verflucht, da haben Sie wahrscheinlich recht. Der Punkt geht an Sie!« Er legte wieder die Hand über die Sprechmuschel und verkündete, »Der Mistkerl sagt, im umgekehrten Fall könnte ich froh sein, wenn ich noch Delikte wie verkehrswidriges überqueren der Straße und Umweltverschmutzung vertreten dürfte.« Er wandte sich wieder seinem Gesprächspartner in der Leitung zu. »Dann sind wir uns handelseinig? Gut, sollen wir uns mal zum Mittagessen treffen?« »Ich lade Sie ein?« »Verflucht eigentlich eher Sie mich. Melden Sie sich bei meiner Sekretärin!« Er legte auf. »Können Sie das?« fragte Espy Martinez. »Ich meine, ihm versprechen, dass er als einziger Reporter da ist, wenn diese Cops sich stellen?« »Natürlich nicht!« Erwiderte Abe Lesser. Der stellvertretende Oberstaatsanwalt lächelte und verschob einige Papiere auf seinem Schreibtisch. Für einen Moment drehte er sich auf seinem Sessel zur Seite und sah aus dem Fenster, mit Blick über Miamis Innenstadt, die sich hinter dem wuchtigen, plumpen Bau des Bezirksgefängnisses in die Tiefe dehnte. »S.B.« »Wissen Sie eigentlich, wo ich wohne?« Auf die Frage war sie nicht gefasst. »Nein, Sir, ich glaube nicht.« »Wir haben ein wirklich schönes Haus, direkt am Golfplatz des Slagors Country Club, dabei zentral gelegen. Alt, in den Zwanzigern gebaut. Sie wissen schon, hohe Decken, Böden mit kubanischen Fliesen, Art-Deko-Fensterrahmen. Meine Frau verbringt die meiste Zeit, damit es in Schuss zu halten, weil jede Woche irgendwas kaputt geht. Rohrleitungen, undichtes Dach, dann die Klimaanlage. Hat gestern Morgen den Geist aufgegeben. Sie wissen, wie heiß es letzte Nacht war?« »Ja, aber also sitze ich da, S.B. und zerbreche mir den Kopf darüber, wie ich diese vier Polizisten überführen kann und ich bin froh, dass dieser Enrique Albella nicht schwarz ist und wir keinen Aufstand erleben. Aber andererseits denke ich auch, diese Mistkerle könnten versuchen, aus diesem Fall politisches Kapital zu schlagen. Und währenddessen haben wir in dem Haus zehntausend Grad. Und es kostet mich drei Riesen, diese verdammte Klimaanlage zu reparieren. Und mir läuft der Schweiß von der Stirn auf den Sportteil, den ich gerade zu lesen versuche. Und raten Sie mal, wer anruft. S.B. Martinez sagte nichts, sondern folgte ihrem Instinkt, den Monolog ihres Chefs besser nicht mit so etwas Banalem wie einer Antwort auf eine rhetorische Frage zu unterbrechen. Abe Lesser beugte sich vor und lächelte freudlos. »Mein verdammter Rabbi ruft mich an!« »Wie bitte?« »Mein Rabbi!« »Rabbi Lev Samuelson.« »Tempel Beth Elm.« »Dieser Mann, mit dem ich nur einmal im Jahr rede, wenn er Geld für Israel-Bons eintreibt.« »Aber gestern Abend ging es nicht um Bons.« »Wissen Sie, was der Grund seines Anrufs war?« »Er wollte wissen, wann wir Sophie Möstins Mörder verhaften.« »Genau. Offenbar hat sein Kollege, ein Rabbi von einer anderen Synagoge unten in South Beach, ihn angerufen, weil er irgendwie erfahren hat, dass Rabbi Samuelson mich kennt. Und jetzt raten Sie mal.« Elblasser schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Ich konnte es ihm nicht sagen. Also sagen Sie es mir. Wann gibt's eine Verhaftung? Welcher Detective bearbeitet den Fall?« »Walter Robinson.« Elblasser lächelte. »Gut, der hat jedenfalls eine Ahnung von dem, was er tut, und vergeigt's nicht von vorn bis hinten. Und der sagt was?« »Er arbeitet dran.« Elblasser schüttelte den Kopf. »Das reicht mir nicht.« »Der Forensik und der Autopsiebericht lassen darauf schließen, dass...« »Das interessiert mich nicht. Finden Sie den Mörder.« »Dann kann ich zu meinem Rabbi gehen und ihm sagen, dass die Staatsanwaltschaft von Date County demselben Prinzip folgt, wie es im zweiten Buch Moses 21, Vers 12 verankert ist. Kennen Sie dieses Prinzip, SB?« »Nein, Sir.« »Schlagen Sie es nach.« Elblasser stand auf und deutete auf die Tür. »Der erste richtige Fall, wie?« »Naja, ich hab die Staatsanwaltschaft im Fall Williams vertreten, Sir, der Hausfriedensbruch.« »Das stand in der Presse.« »Ich weiß. Deshalb sind Sie in meine Abteilung gekommen.« Elblasser erhob sich von seinem Schreibtisch und trat an die Wand mit den Fotos der sieben Gefängnisinsassen. »Sie haben sich die hier angeschaut. Wissen Sie, was das für Kerle sind?« »Nein, Sir.« »Das sind die sieben Männer, die ich persönlich in die Todeszelle befördert habe. Den hier sollte ich jetzt runternehmen. Der wurde nämlich letztes Jahr hingerichtet. Ein Gentleman namens Blair Sullivan, der so viele Leute ermordet hat, dass ich irgendwann den Überblick verloren habe. Zwei und zwanzigtausend Volt mit den besten Grüßen vom Bundesstaat Florida und meiner Wenigkeit. Ist fluchend vor seinen Schöpfer getreten. Unflätig und ohne Reue. Keine Einstellung, die ich empfehlen würde. Jedenfalls lasse ich ihn zusammen mit seinen Artgenossen da oben an der Wand hängen. Aus sentimentalen Gründen. Esby Martinez sah sich außerstande, seine Motive zu begreifen. Nur eines schien sicher. Mit Anhänglichkeit hatten sie nichts zu tun. Finden sie Sophie Myrstins Mörder, damit sie sich in ihrem Büro so ein Verbrecherfoto aufhängen können. Ich rufe meinen Rabbi an und alle sind zufrieden. Außer dem Mörder natürlich und Sophie Myrstin. Ihr sah Esby Martinez an. Zweites Buch, Moses 21, Vers 12. Ich erwarte den nächsten Bericht bis Ende der Woche. Und sorgen Sie dafür, dass es Fortschritte gibt, klar? Rücken Sie Walter Robinson auf die Pelle gleich heute und hören Sie um Gottes Willen nicht darauf, wenn er sich über all die anderen Scheißfälle beklagt, die er am Hals hat. Sagen Sie ihm, er hat nur einen Fall, den von meinem Rabbi. An dieser Stelle schnitt der stellvertretende Oberstaatsanwalt mit der flachen Hand durch die Luft und gab ihr zu verstehen, dass das Gespräch hiermit beendet sei. Er senkte den Kopf und wandte sich wieder den Papieren auf seinem Schreibtisch zu. Esby Martinez verließ augenblicklich das Büro, blieb jedoch, nachdem sie die Tür zugezogen hatte, bei Ape Lassers Sekretärin stehen. Haben Sie zufällig eine Bibel zur Hand? fragte sie. Die Frau nickte, griff in eine Schublade und zog eine in Leder gebundene Ausgabe hervor, die sie Esby Martinez reichte. Seite 17, sagte die Sekretärin und widmete sich wieder ihrer Arbeit. Esby Martinez blätterte die dünnen, knitternden Seiten rasch durch. Es war nicht schwer, die Passage zu finden, sie war bereits mit gelbem Marker angestrichen. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Walter Robinson ignorierte die drückende Luftfeuchtigkeit der Abendstunden, als er hinter dem Sunshine Arms auf der an die Garten grenzenden Gasse stand, wo die Kollegen in einem der Müllcontainer Sophie Mirstins Schmuckkästchen gefunden hatten. Er führte selbst Gespräche. Leise, doch zügig sezierte er das Verbrechen. Ab und zu legte er eine Pause ein, um sich auf einem Block etwas zu notieren. Dann ging er zu der Stelle zurück, von der aus Kadosh, der Nachbar, den Täter gesehen hatte. Dieser Kadosh, dachte er, muss ihn in dem Moment beobachtet haben, als er sich umdrehte und das Kästchen entsorgte. Für eine kurze Sekunde hatten sich ihre Blicke gekreuzt. Das Gesicht muss im Licht der Straßenlaterne dort drüben deutlich zu erkennen gewesen sein. Dann ist er weggelaufen. Wusste er, dass ihn jemand gesehen hatte? Ja. Folglich, in Panik. Nur noch ein Gedanke, nichts wie weg. Walter Robinson bog vom Ende der Gasse in eine Nebenstraße ein. Also, Mann, du hattest einen Blutdruck zum Platzen, das Adrenalin hat dir in den Ohren gepocht. Vor Freude über die Beute und vor Angst erwischt zu werden, hast du nach Luft geschnappt und konntest nicht einmal einen Gedanken an das Tütchen Crack verschwenden, das du dir kaufen wolltest. Du wolltest nur noch verschwinden, stimmt's? Du warst in Panik und hast einzig und allein das Weite gesucht. Was also hast du gemacht? Er blickte den Häuserblock entlang bis hinunter zu Jefferson Avenue. Hattest du einen Wagen? Na, schon möglich, etwas Altes, Unauffälliges. Andererseits hast du den vielleicht vor ein paar Wochen verkauft, weil du das Geld brauchtest. Möglicherweise hast du dir also einen geborgt. Aber wer würde einem Junkie ein Auto leihen? Hast du einen Freund dazu gebracht, dich zu fahren? Noch so ein Cracksüchtiger auf der Suche nach leichter Beute? Nicht auszuschließen, aber nicht wahrscheinlich. Junkies geben keine verlässlichen Partner ab. Irgendwo am anderen Ende der Straße brummte der Dieselmotor eines Busses. Mitten in seinen angestrengten Grübeleien horchte Water Robinson auf. Oder hast du gar eines unserer zuverlässigen öffentlichen Verkehrsmittel benutzt, um nach Hause zu kommen? Zum Beispiel den J50. Damit wärst du zur 42. Straße gekommen. Dort bist du vielleicht in den G75 umgestiegen. Der fährt bis zum Julia Tuttle Causeway, bis ins Zentrum von Liberty City. Und schon wärst du sicher daheim. Walter Robinson wurde sich bewusst, dass die hereinbrechende Nacht das letzte Tageslicht verzehrte. Ist es so gewesen? Bist du nach dem Mord mit dem verfluchten Bus gefahren? Für den Fall, dass du erst nach dem Raub auf die Idee gekommen bist, Sophie Mirste zu ermorden, dann wird es so gewesen sein, sagte sich Robinson. Langsam ging er zu seinem Wagen. Er hatte das Gefühl, dass es in einer Welt, in der Mörder im Bus entkommen, gewaltig stinkt. Doch dann machte er sich klar, wie abwegig dieser Gedanke war. Mord steht schließlich wie so vieles andere auf der Tagesordnung, räumte er ein. Wie der Fahrplan eines Busses. Er setzte sich hinters Lenkrad, legte den Gang ein und steuerte mit seinem nicht gekennzeichneten Polizeifahrzeug den Tages mischten sich zu einem stickigen, unerträglichen Gebräu. Walter Robinson hatte das Gefühl, als müsse er sich mit den ausgestreckten Händen durch die Spinnweben in einem alten Speicher tasten. Er fragte sich, wie man im Innern dieses Baus atmen sollte, auch wenn er wie ein überdachter Parkplatz große Lücken in den Wänden hatte, um ein wenig Luftzirkulation zu gewährleisten. In einem kleinen Büro blätterte die nächtliche Fahrdienstleiterin in einem Fahrtenbuch. Die unfreundliche Frau in mittlerem Alter, die ihr karottenrotes Haar zu einem Helm toupiert hatte, sprach abwechselnd mit Walter Robinson und mit sich selbst. Während sie nach der entsprechenden Seite im Fahrtenbuch suchte, erspähte Robinson einen Pin-up-Kalender an der Wand. Der August war mit einem mittelmäßig hübschen, wasserstoffblonden, etwas zu üppigen Mädchen ihre Hängebrüste in die Kamera hielt. Der Detektiv wunderte sich, dass sie bei August stehen geblieben waren. Da haben wir's, Gott im Himmel, wieso können diese blöden Fahrer ihre Bücher nicht ausfüllen, wie es sich gehört? Ich hab hier, was sie brauchen, Detektiv. Während er sich über das Fahrtenbuch beugte, redete der Rutschopf weiter. Das hier sind die Ruten in der näheren Umgebung ihres Tatorts. Jesus, wie weit haben wir's gebracht? Ich hab's in der Zeitung gelesen. Die arme alte Frau. Und wir haben in der Nacht nur eine Schicht gefahren. Allerdings hatten wir einen Auszubildenden dabei, der in Nummer sechs mitgefahren ist. Aha, niemand hat irgendwelche besonderen Vorkommnisse gemeldet, außer einem hier, der sagt, er hätte in Nähe Jefferson zwei Teenager rausgeworfen, weil sie ein Ghetto-Blaster zu laut aufgedreht hatten. Ich hasse diese Art von Musik. Was gibt ihnen das? Country und Western, das ist mein Ding, nicht dieser Scheiß Rap. Das wundert mich eigentlich. Wieso? fragte Walter Robinson. Die Angestellte sah zu ihm auf, als sei er nicht ganz dicht. Zwei Teenager, Ghetto-Blaster. Wissen Sie, was für Waffen solche Kids möglicherweise bei sich haben? Wenn ich meinen Bus anhalte, um sie in die Quere. Sonst nichts? Nee, nicht in der Nacht. Allerdings müssen Sie wissen, dass diese idiotischen Formulare für besondere Vorkommnisse so lang sind, dass Sie eine Ewigkeit brauchen, um sie auszufüllen. In dreifacher Ausfertigung nebenbei. Kann also gut sein, dass sich jemand an etwas erinnert und ihnen weiterhelfen kann. Busfahrer sehen eine Menge, wissen Sie? Wir sehen eine Menge. Er nickte und die Frau deutete auf einen schmuddeligen Aufenthaltsraum für die Fahrer, der sich immerhin eines Getränke und Süßigkeiten und eines Zigarettenautomaten rühmen konnte, wenn auch auf allen dreien ein handgeschriebener Zettel prangte, defekt. Eine Handvoll Fahrer saß auf einer abgewetzten Kunstlederbank und wartete auf den Beginn der Schicht. Als Robinson eintrat und sich vorstellte, sahen sie auf. Ein älterer Mann mit einem schütteren grauen Haarkranz rund um die Glatze nickte, als sie ihnen erklärte, wonach er suchte. Die Rute, das war ich mit dem Jungen, sagte der Fahrer. Das stimmt, stotterte ein wesentlich jüngerer Mann in einer wesentlich frischeren, saubereren Uniform. Können Sie sich an diese Nacht erinnern? Eigentlich sind alle Nächte mehr oder weniger gleich, rauf und runter, rauf und runter. Spät in der Nacht meistens müde Leute und die Betrunkener natürlich. Weiß nicht, ob ich mich an irgendwas besonderes erinnere. Ein junger Schwarzer, nervös, gehetzt. Nein, klar, da war einer, weißt du nicht mehr, du musstest den Karl anbrüllen, dass er sich setzen soll, fiel dem jüngeren Fahrer ein. Aufgeregt sah er den älteren Mann an, der nur genervt die Augen verdrehte. Ich mach nicht gerne Ärger, gab der Fahrer halbherzig zu seiner Entschuldigung an. Gebt mich nichts an, ich bin nur der Fahrer. Raus damit, forderte ihn Robinson auf. Da gibt's nicht viel zu sagen, Karl steigt ein, knallt ein paar Münzen in die Box, der Bus ist fast leer, aber er bleibt stehen, sie draußen wirkt ziemlich nervös, so wie sie sagen, labert mich immer wieder an, fahr los, man, fahr schon, wird's bald, als hätte das wahnsinnig eilig, also hab ich ihn angebrüllt, er soll sich hinsetzen und die Schnauze halten, sonst könne er was erleben, aber er sagt, ich könne ihn mal, und ich schmier ihm gleich eine, und es geht so eine Weile weiter, bis ich ihm nach ein paar Haltestellen sage, er soll sich entweder setzen oder sich vom Acker machen, da hat er sich hingesetzt, war keine große Sache, Detective, kommt alle Tage vor. Wo ist er ausgestiegen? Godfrey Road, ist in den Stadtbus umgestiegen, ich kann nicht sagen, wohin er wollte, aber ich kann es mir denken. Walter Robinson nickte. Würden Sie den Karl wieder erkennen? Kann sein, ja, wahrscheinlich schon, bestimmt, beteuerte der jüngere Fahrer. Falls Sie ihn sehen, rufen Sie mich an. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Ich zeige Ihnen ein paar Fotos aus der Verbrecher Kartei. Geht klar. Robinson verließ den Busbahnhof. Er fuhr ein paar Häuserblocks weiter zu Collins Avenue, stellte den Wagen ab und lief zu Fuß zur Holzpromenade, die einst des Ingenieurkorps der Armee errichtet hatte, um den alten Leuten den Weg zum Strand zu erleichtern. Er lehnte sich in das Holzgeländer und starrte auf die Wellen. Es herrschte eine leichte Brandung, als wollte der Ozean dem Sand und dem groben Korallen Gestein am Ufer seine Kraft sanft aber bestimmt in Erinnerung rufen. Während er die heiße Salzluft seine Lungen reinigen ließ, sagte er sich einigermaßen erstaunt, du hattest recht, verdammt, er ist wahrhaftig mit dem Bus gefahren, und jetzt hast du vielleicht tatsächlich eine Chance. Er atmete einmal tief ein und kam zu dem Schluss zum Teufel mit der Statistik. Dann sagte er dem nächtlichen Himmel und der endlosen dunklen See und dem Mann, der vermutlich Sophie Mirstein ermordet hatte, du hast wohl geglaubt, du könntest einfach hier rüber kommen und eine kleine alte Frau ermorden, um sie auszurauben. Nun, da hast du dich getäuscht. Ich finde dich. Die Frau, die gelogen hatte. Die junge Frau schloss eine Jalousie, sodass der Raum in grauem Zwielicht lag. Eine Weile fingerte sie an dem Videogerät herum, dann durchzog ein grauer Streifen das Fernsehbild. Eine Sekunde später sah Simon Winter Sophie Mirstein auf dem Bildschirm. Er lehnte sich vor und horchte gespannt. Die junge Frau setzte sich neben ihn. Sophie Mirstein stand eine Mischung aus Aufregung und Unbehagen ins Gesicht geschrieben. Winter registrierte, dass sie eines ihrer besseren Sonntagskleider trug und frisch frisiert war. Ihre Hände steckten in weißen Handschuhen und hielten sich an einer farblich darauf abgestimmten kleinen Tasche fest. Einen Augenblick lang fragte er sich, wie ihm entgangen sein konnte, dass sie eines Tages wie aus dem Ei gepellt ihre Wohnung im Sunshine Arms verlassen hatte. »Sehe ich ordentlich aus?« fragte sie nervös. Eine Stimme außerhalb des Kamerawinkels antwortete, sie sehen gut aus. »Ich habe mir Gedanken gemacht,« sagte Sophie Mirstein. »Ich war noch nie im Fernsehen und ich wollte nett aussehen. Dieses Kleid...« »Sie sehen wirklich gut aus,« wiederholte die unsichtbare Stimme. Simon Winter erkannte darin die der jungen Frau neben ihm wieder. »Mir ist nicht ganz klar, was sie von mir erwarten,« gestand Sophie Mirstein. »Entspannen Sie sich einfach und kümmern Sie sich nicht um die Kamera,« redete ihr die Stimme der jungen Frau gut zu. Sophie Mirstein setzte sich auf ihrem Stuhl zurecht. »Ich bin mir nicht sicher, ob das eine so gute Idee ist,« meinte sie zögerlich. »Vergessen Sie einfach die Kamera, Sophie. Sie werden sich ganz schnell daran gewöhnen. Am Anfang ist praktisch jeder nervös. Tatsächlich? Jeder? Jeder. Gut, das wollen. Was wollen Sie denn erzählen? Eigentlich habe ich nicht viel zu berichten, wirklich nicht. Aber Sie sind hergekommen, erwiderte die junge Frau. Ihr Ton war sanft. Irgendetwas hat sie bewogen, hierher zu kommen, um uns etwas mitzuteilen. Was war das? Wieder zögerte Sophie Mirstein, und Simon Winter sah, wie sie die Augen zusammen kniff, um sich zu konzentrieren. Sie sollten es antwortete sie. Wer sollte es erfahren? Alle, die zu jung sind, um sich zu erinnern. Was sollten sie erfahren? hakte die junge Frau hinter der Kamera nach. Was geschehen ist, die Wahrheit, denn es ist alles wirklich passiert. Sophie Mirstein biss die Zähne zusammen und verschränkte die Arme über der Brust. Nach kurzem Schweigen fragte die junge Frau in freundlich abwartendem Ton. Wie wär's, wenn sie mir einfach erzählen würden, was ihnen passiert ist? Das wäre ein guter Anfang. Sophie Mirstein machte den Mund auf, presste jedoch augenblicklich wieder die Lippen zusammen. Winter sah, wie ihre Unterlippe kaum merklich bebte. So verharrte sie fast eine Minute lang, und das Videogerät hielt ihr Schweigen fest. Schließlich schnappte Sophie Mirstein nach Luft, als hätte sie die ganze Zeit den Atem angehalten. Ein paar Worte rutschten ihr redet. Nicht einmal mit Leo. Ich wünschte, er wäre jetzt hier, denn er würde mir helfen. Aber er ist nicht da, und sie müssen das alleine durchstehen. Sophie Mirstein nickte. Ihr stiegen die Tränen in die Augen, und sie rang um Fassung. Wieder kehrte auf dem Video Stille ein, in der nur das rasselnde Geräusch zu hören war, als sie durchzuatmen versuchte. Allein, sagte sie schließlich. Sie blickte in die Kamera, und Simon Winter wurde Zeuge, wie sie sich wieder in den Griff bekam. Sie biss sich auf die zitternde Lippe, straffte die Schultern und blickte geradeaus direkt in die Linse. Im selben Moment, als sie ihr Unbehagen überwunden und die panische Angst vor der Erinnerung abgeschüttelt hatte, fing sie an zu reden. Die Worte und Bilder brachen wie ein Mahlstrom aus ihr hervor. Wie eine hohe Welle gingen sie auf Simon Winter nieder und so suchte er mit beiden Händen am Sitz seines Stuhls Halt. Wir waren drei Tage in dem Zug. Wie Tiere eng zusammen gepfercht in unserem eigenen Kot und Dreck. Rings um uns starben Menschen, eine Frau, deren Namen ich nie erfahren habe. Sie starb in den Rücken und ich konnte nichts dagegen tun, bis der alte Mann, neben dem sie stand, ebenfalls starb und ich sie nach hinten schieben konnte, sodass die Toten gegen die Toten fielen. Und ich weiß noch, wie redlos sie war und so bleich, als hätte sie jemand aus Stein gemeißelt. Später musste ich immer wieder denken, dass ich sie vorher nach ihrem Namen hätte fragen sollen, um jemandem Bescheid zu geben. Aber das hatte ich nicht. Die Luft. Ich habe immer noch den Geruch in dem Waggon in der Nase. Bis heute. Jeden Morgen. Vielleicht bin ich deshalb hierher nach Florida gekommen, weil die Luft hier so sauber ist und mich nicht daran erinnert, wie es in diesen drei Tagen war. Es war wie das zusammengeballte Böse, eine dichte dreuende Wolke, die uns wie eine Krankheit erfasste. Hansi hielt mich fest. Das war mein Bruder Hans. Er war vierzehn, zwei Jahre jünger als ich, aber stark. Er war immer stark. Ich war klein, er dagegen groß, und er hielt mich fest, damit ich nicht versuchte, Mama und Papa zu helfen. Papa hustete die ganze Zeit, und er wurde so schwach, dass ich glaubte, würde sterben. Aber er winkte mir immer wieder zu und sagte, mir fehlt nichts, mir geht es gut, mach dir wegen mir keine Sorgen, es wird alles gut. Aber das stimmte natürlich nicht, und ich wusste, dass er sterben würde, wenn wir erst in Auschwitz wären. Aber trotzdem dachte ich, als sie die Tür aufmachten und die frische Luft herein ließen, da dachte ich, es wäre schon in Ordnung zu sterben, weil ich noch einmal frische Luft bekam. Aber es kam anders, denn selbst in der Kälte war der Gestank von den Sterbenden so schlimm, dass ich kaum atmen konnte. Und sie brüllten raus, raus, und alle mussten schnellstens aus dem Zug, wir hielten uns aneinander fest, um zusammen zu bleiben. Doch ich konnte mich nicht mehr an sie festhalten, weil wir uns in zwei Reihen aufstellen einen Seite, die Männer auf der anderen, und ich sah, wie er meinen Vater hielt. Wo meine Mutter war, wusste ich nicht, und sie brüllten unentwegt, wir sollten in der Reihe bleiben. Dazu bellten und knurrten die Hunde, und ich sah keinen einzigen, der versuchte wegzurennen. Wir waren alle viel zu schwach und taumelten nur zu diesem Tisch. Der SS-Mann sah einen nur an und stellte ein, zwei Fragen, aber das wissen sie natürlich alles. Das findet man in allen Berichten, aber es ist wirklich passiert. Es ist mir passiert. Er saß da, in seinem grauen Wintermantel und seiner Uniformmütze, die mit dem Totenkopf abzeichen. Daran erinnere ich mich noch. Und er trug Handschuhe, so dass man nur diese schwarze Lederhand sah, die in die eine oder die andere Richtung zeigte. Es ging alles so schnell. Und nur eine Sekunde lang, als meine Reihe sich vorwärts bewegte, sah ich Hansi und meinen Vater. Mein Vater hustete und Hansi stützte ihn, und der SS-Mann zeigte für meinen Vater nach links und für Hansi nach rechts, doch Hansi schüttelte den Kopf und half meinem Vater auf dem Weg nach links. Und das war's? Mein Gott, er blieb bei ihm und ging mit ihm in den Tod. Hansi war so kräftig, dass er hätte überleben können. Es wäre möglich gewesen, das habe ich immer gedacht. Er war stark und drahtig, seine Muskeln wuchsen selbst dann, wenn wir tagelang nichts zu essen hatten. Und er hat immer gelächelt. Wissen Sie? Er war so voller Leben, gerade mal vierzehn und immer mit einem glücklichen Lächeln, selbst wenn all das Entsetzliche passierte und die Gedanken nur ums Sterben kreisten und den Tod. Und in dem kurzen Moment hat er zu mir herüber geschaut und mir wurde schlagartig klar, er wusste, dass er Papa gehen lassen musste, aber er wollte nicht. Er hielt ihn am Arm und half ihm ebenfalls stark zu sein. Er lächelte mich an. Oh, mein Gott, er lächelte mir zu, als wollte er sagen, es ist in Ordnung zu sterben, auch wenn ich noch kein Leben gehabt habe. Vierzehn, aber er war der Stärkste, also ging er mit, um meinen Vater zu stützen, und so starb er. Und ich war für immer allein. Ach, Hansi, wieso bist du nicht nach rechts gegangen? Sophie Milstein liefen die Tränen über die Wangen, und Simon Winter dachte, wie viele Tränen kann man wohl fünfzig Jahre lang stauen? Auf dem Band fragte die Stimme der jungen Frau, brauchen Sie eine Pause? Ja, sagte Sophie Milstein. Dann widersprach sie. Nein, sie starrte in die Kamera. Ich habe gelogen, erklärte sie plötzlich in vehementem Ton. In wiefern haben Sie gelogen? fragte die junge Frau. Als ich den Tisch mit dem SS-Mann erreichte, er war Arzt. Arzt? Wie kann ein Arzt so etwas tun? Also, er fragte mich, wie alt ich sei, und ich sagte sechzehn, und er überlegte, und als er gerade die Hand heben wollte, dachte ich, er zeigt vielleicht nach links, und ich sagte hastig, aber ich bin Elektrikerin. Er sah mich an, und ich sagte, mein Vater sei Elektriker, und ich seine Gehilfin. Er hätte mir alles beigebracht, und so hoffte ich, dass der SS-Mann mich für nützlich hielt, und tatsächlich kannten sie sich denn? Nein, ich hatte keine Ahnung, ich habe gelogen und überlebt. Sophie Mirstin verstummte. Nach einer Weile fuhr sie fort. Das hat mich immer gequält, wussten sie das? Ich meine, natürlich habe ich nichts Unrechtes getan, aber meine Mama und mein Papa, in Wirklichkeit war er Universitäts Professor für Linguistik. Meine Eltern haben uns immer beigebracht, dass es eine Sünde sei zu lügen und es sei wie ein kleiner dunkler Fleck auf der Seele, den man nie ganz wieder weg bekäme und es sei immer, immer, immer besser, die Wahrheit zu sagen, als diesen kleinen Schandfleck mit sich herum zu tragen. Und ich hasste es, dass der SS-Mann mich dazu zwang, mein Leben durch eine Lüge zu retten. Alles, was danach dafür und wohl auch mich selbst. Aber wenn sie die Wahrheit gesagt hätten, wäre ich gestorben. Dann wurden sie also Elektrikerin? Einen Moment lang zögerte Sophie Milstein und Simon Winter sah, wie sie erneut die Augen zusammen kniff. Unter dem Ansturm der Gefühle rang sie um Worte, doch nach ein paar Sekunden sprach sie weiter. Nein, erwiderte sie langsam. Nein, das habe ich Leo erzählt und auch allen anderen, die danach fragten. Aber auch das war gelogen. Sie rasierten mir den Kopf, sie rasierten mich am ganzen Körper und ich wurde eine Hure. Sie holte Tiefluft. Ihre Stimme bebte, als sei ihr plötzlich kalt. Und so habe ich überlebt. Als Hure. Sophie Mirstein bückte sich nach etwas und Winter sah, wie sie ein Spitzentaschentuch aus ihrer Handtasche neben ihren Füßen zog. Sie wischte sich damit die Augen. Dann blickte sie zu der jungen Frau hinter der Kamera hinüber. Ich glaube, ich habe mich geirrt, meinte sie bitter. Ich habe eine Menge zu erzählen. Mit trat in der Videoaufnahme Schweigen ein, bis die junge Frau einwarf. Sophie, sie haben überlebt, nur das zählt. Nicht wie oder wieso oder was sie dafür machen mussten. Sie haben überlebt und sie sollten sich nicht schuldig fühlen. Ja, das ist wahr, das habe ich mir alle Jahre immer wieder gesagt. Erneut hielt Sophie Mirstin inne. Inzwischen liefen ihr die Tränen ungehindert die Wangen hinunter und verschmierten ihr das sorgfältige Make-up. Wahrscheinlich habe ich mich die ganze Zeit schuldig gefühlt, weil ich lebe, während so viele andere starben. Wieder verstummte sie. Kann ich etwas zu trinken haben? fragte sie mit einem schwachen Lächeln wie ein Kind, das zum ersten Mal ohne Hilfe ein Wort gelesen hat. Vielleicht ein bisschen Eistee? Sophie Mirstin verschwand mit einem Schlag vom Bildschirm, auf dem an ihrer Stelle graue Streifen erschienen, gefolgt von einer blauen Titelei mit ihrem Namen, dem Aufnahmedatum und einer Dokumentennummer. Esther Weiss stand auf und schaltete den Fernseher aus. Dann trat sie ans Fenster. Sie zog die flache Jalousie mit einem Rascheln hoch. Das Tageslicht strömte ins Zimmer und Simon Winter kniff die Augen zusammen. Er sah, wie die junge Frau am Fenster stehen blieb, als müsse sie sich fassen. Sie drehte sich zu ihm um. Sie war in Jeans und einem weiten Baumwollhemd salopp gekleidet. Ihre üppige Lockenmähne, die ihr bis auf die Schulter fiel, verlieh ihrem Gesicht einen dynamischen Ausdruck. Wussten Sie, was für eine außergewöhnliche Frau Sophie war, Mr. Winter? Simon Winter hatte es selbst die Sprache verschlagen und so schüttelte er nur stumm den Kopf. Eine überaus bemerkenswerte Frau. Tapferkeit, Zähigkeit, Zielstrebigkeit, Überlebenswille. Das lässt sich nicht messen. Das sind bloß Worte, Mr. Winter. Worte, die für etwas stehen, das in unserer heutigen Gesellschaft verloren gegangen ist und unerreichbar fern erscheint. Sämtliche Überlebenden besaßen bis zu einem gewissen Grad diese Eigenschaften. Aber Sophie, Sophie war selbst unter ihnen etwas Besonderes. Wussten Sie das über Ihre Nachbarin, Mr. Winter? Er schüttelte wieder den Kopf. Wise fuhr fort. Es ist schon merkwürdig, wie sehr der Schein trügen kann. Sie sah wie eine ganz gewöhnliche kleine alte Dame aus. Vielleicht ein wenig wirr, ein wenig exzentrisch. Sie blickte Simon Winter ins Gesicht. Die typische jüdische Großmama, Hühnersuppe und die übliche Norgelei über dies und jenes stimmt's? Winter antwortete nicht. Das haben sie doch gedacht, nicht wahr? Nun ja, sagte sie zögernd, sie lagen vollkommen falsch. Jetzt sah die Frau ihn mit einem strengen Ausdruck an. Ganz und gar falsch, verdammt noch mal! An dieser Stelle wischte sich die junge Frau selbst die Tränen aus den Augen. Winter sah, wie sie tief Luft holen musste. Das war nur die erste Aufnahme, wissen Sie, der Anfang. Um das Eis zu brechen, sozusagen. Wir hatten uns große Hoffnung gemacht. Doch ihrer Nachbarin war es nur noch vergönnt, ein einziges weiteres Band mit uns zu machen, bevor sie... Sie verstummte abrupt. Verdammt! fluchte sie. Ermordert wurde Gott verdammt! Simon Winter schwieg. Welche Ungerechtigkeit! In was für einer Welt leben wir eigentlich, Mr. Winter? Gibt es keine Gerechtigkeit mehr? Winter antwortete nicht. Was soll man darauf sagen? dachte er. Sie hat vollkommen recht. Hat sie viel über die Jahre in Berlin vor der Deportation gesprochen? Die junge Frau blickte auf ein Blatt mit irgendwelchen Notizen. Als sie den Kopf wiederhob, registrierte Simon Winter, wie ihr Blick auf seinen Unterarm fiel. Ihm war klar, dass sie nach einer Tätowierung suchte. Was genau führt sie eigentlich her? Sie sind kein Überlebender, nicht wahr, Mr. Winter? Nein, erwiderte er übereilt und wurde sich im selben Moment bewusst, dass die Antwort nicht ganz der Wahrheit entsprach. Ich war mal bei der Polizei. Weshalb interessieren sie sich jetzt für Sophies Geschichte? Weil sie etwas gesagt hat, kurz vor ihrer Ermordung über den Mann, der sie ausgeliefert hatte. U-Bote, sagte Weiss. Wie bitte? U-Bote. Das war eine der Bezeichnungen für die Menschen, die versuchten, sich in den Großstädten zu verstecken, weil sie untertauchten. Es war ein äußerst schwieriges Leben. Ich kann Ihnen ein paar Bücher darüber geben, was diese Leute auf sich genommen haben. Wirklich bemerkenswert. Sich mitten in einem Polizeistaat zu verstecken, der sich ihrer Vernichtung verschrieben hat. Ich glaube, dass es in der Geschichte wenig Menschen gibt, die so viel Findigkeit, Einfallsreichtum, Tapferkeit und wer weiß, was sonst noch an den Tag gelegt haben. Es waren außergewöhnliche Menschen, und nur so wenige von ihnen haben den Krieg überlebt und können ihre Geschichte erzählen. Deshalb waren wir alle so fasziniert, als Sophie zu uns kam und mit den Ich glaube, dass wir heute den Mut, den diese Menschen aufbrachten, ohne diese unmittelbaren Zeugnisse überhaupt nicht nachvollziehen können. Wie haben sie gelebt? Sie haben gehungert. Sie waren ständig in Angst, Tag und Nacht. Sie konnten sich niemals länger als ein paar Tage am selben Ort aufhalten. Sie mussten immer weiter flüchten und sich an Orten aufhalten, an denen sie nicht auffallen würden. Womöglich bestachen sie die Leute, meistens mit Schmuck. Falls sie Goldmünzen besaßen, umso besser. Manchmal konnten sie sogar die Greifer bestechen und ihr Leiden damit vielleicht um ein paar Tage verlängern, bevor sie dann doch geschnappt und in den Tod geschickt wurden. Das habe ich mir kürzlich erklären lassen. Mit wem haben sie gesprochen? Rabbi Jane Rubenstein, einer Mrs. Croner und einem Mr. Server. Hm, die kenne ich. Sie waren U-Boote wie Sophie. Die junge Frau zögerte, dann schüttelte sie den Kopf. Und dann diese Juden, die von der Gestapo eingesetzt wurden, um andere Juden zu jagen. In einer Gesellschaft, die Ironie und Verrat in gleichem Ausmaß hervorbrachte, waren sie vielleicht ... Ich weiß nicht. Was moralisch abnorm. Sie schwieg und Winter holte scharf Luft. Er sah, wie sie zum Fenster blickte und dem Lichtstrahl folgte, der in den Raum stach. Was meinen Sie? Kommt ein solcher Mensch in einen speziellen Höllenkreis, Mr. Winter? Er beantwortete die Frage nicht, obwohl er sie berechtigt fand. Stattdessen setzte er selbst zu einer Frage an. Hat sie je beschrieben? Das ist ein unglaublich wichtiges Thema, Mr. Winter. Eine Art moralischer Kannibalismus. Sein eigenes Volk an diese Ungeheuer zu verraten, um die eigene Haut zu retten. Über die Jahre hatten wir hier im Center übrigens schon eine Reihe bedeutender Forscher, die wegen unserer Videos kamen. Esther Weiss sah Simon Winter an. Sie hatten noch eins mit uns gedreht, ich hole es. Die junge Frau trat in einen Bücherschrank und suchte die Fächer mit Bändern ab. Sie fand eines und glich es mit einer Liste ab. Dann wandte sie sich wieder ihrem Gast zu. Das ist es. Soll ich die Jalousie wieder schließen? Er schüttelte den Kopf. Bei hellem Tageslicht fühlte er sich vor all diesen Albträumen, die auf den Bändern festgehalten waren, sicherer. Sie nickte und legte das Video ein. Wieder erschien Sophie Mirstin auf dem Bildschirm. Diesmal trug sie ein weniger vornehmes Kleid. Eins von ihren vielen geblümten registrierte Winter. Während die junge Frau den Film vorspulte, um bei dem eigentlichen Gespräch zu beginnen, legten sich zunächst zwei Störstreifen über das Bild. Dann lief jede kleinste Bewegung der alten Frau um Zeitraffe ab. Hier müsste es sein, meinte Wise. Sie drückte auf einen Knopf, doch bevor Sophie Mirstins Stimme den Raum erfüllte, meldete sich unsichtbar Esther Wise zu Wort. Sophie, wie kam es zu ihrer Verhaftung? Sophie legte die Hand auf den Mund, als wollte sie die Worte, die ihr schon auf der Zunge lagen, mit aller Macht zurückhalten. Doch dann richtete sie sich kerzengerade auf und sprach mit der Autorität eines Augenzeugen vor Gericht. Ich erinnere mich noch, dass ich damals zum ersten Mal sah, wie Hansi die Angst ins Gesicht geschrieben stand. Denn er kam an jenem Tag nach Hause und sagte, möglicherweise hätte ihn jemand gesehen. Er war sich nicht sicher, denn natürlich veränderten sich die Leute in jenen Jahren so rapide. Es konnte passieren, dass man jemandem in die Augen starrte, mit dem man seit Jahren vertraut war und ihn nicht wiedererkannte. Der Krieg brachte das mit sich und der Hunger und der Bombenhagel der Alliierten. Doch Hansi war höchst beunruhigt. Dennoch ging er am nächsten Tag hinaus, um sich eine Arbeit zu suchen. Wir mussten schließlich essen, also hatten wir keine Wahl. Und er hoffte, dass Herr Gutmann von der Druckerei ihm als Tageslohn ein Stück Brot geben würde. Das war einfach zu wichtig. Also ging er. Aber an diesem Abend kam er erst lange nach Einbruch der Dunkelheit zurück, so dass er sich während der nächtlichen Ausgangssperre an den Wachen vorbeischleichen mußte, was er noch nie getan hatte. Denn würde er ohne Ausweis erwischt, wäre alles aus. Selbst in dem Fall, dass sie seine Papiere akzeptiert hätten, konnte so etwas das Ende bedeuten. Er kam also nach Hause und ich sah, wie er aufgeregt und ängstlich mit Papa tuschelte, während er der Mama und mir nicht mitteilen wollte, worum es ging. Doch ich beobachtete Papa dabei, wie er zu dem Mantel ging, in den unser sämtliches Geld eingenäht war und wie er anschließend Hansi einen Ring überreichte. Einen Goldring. Papas Ehering. Hansi nahm ihn und ging durch die Tellerfalltür wieder hinaus. Wenige Minuten später kehrte er zurück und ich weiß noch, wie er zu Papa sagte, jetzt wäre alles gut, wenn auch nur für ein paar Tage und so sprachen sie darüber, einen anderen Unterschlupf für uns zu finden. Ich wollte nicht weg. Der Keller war warm und bot uns während der Bomben Angriffe Schutz. Vielleicht sind wir deshalb nicht so schnell weitergezogen, wie es ratsam gewesen wäre. Jedenfalls kamen sie zwei Tage später. Die Gestapo klopfte an die Tür. Sie holte uns nach draußen. Ich erinnere mich, wie zwei Soldaten, links und rechts, die arme Frau Wattner festhielten. Sie sah so verängstigt aus. Sie beteuerte, aber das wusste ich doch nicht, ich hatte keine Ahnung, ich dachte, sie wären ausgebombt. Sie drehte sich zu Papa um und spuckte ihm ins Gesicht. Schweine Jude, schimpfte sie. Wir wussten natürlich alle, dass sie das sagen musste. Trotzdem tat es weh. Der Mann von der Gestapo verfrachtete uns in einen Wagen und als ich mich noch einmal umblickte, sah ich, wie Soldaten die arme Frau Wattner an die Hauswand stießen. Papa befall mir, mich wieder umzudrehen, doch ich hörte die Maschinenpistole und als ich noch einmal zurückblickte, war niemand mehr da. Auf dem Video kämpfte Sophie Milstein einmal mehr mit den Tränen. Sie hielt die Hand in die Höhe. Tut mir leid, Esther, entschuldigte sich Sophie Milstein. Die arme Frau Wattner, sie brachte uns Suppe, wenn wir keine hatten. Ich glaube, im Moment bin ich nicht in der Lage, von diesem Tag zu sprechen. Sophie redete ihr die Frauenstimme hinter der Kamera gut zu. Diese Dinge sind wichtig. Sophie Milstein nickte in die Kamera. Heinzi sagte nicht viel, nicht in jener Nacht. Nachdem Mama und Papa endlich schliefen, kroch ich zu ihm unter seinen Wintermantel, denn Decken hatten wir nicht. Ich fragte ihn, Hansi, was ist los? Um wen geht es? Und zuerst wollte er nichts sagen. Doch ich knuffte ihn fest mit dem Ellbogen und schließlich hielt er die Hand so hoch, dass sie in dem schummerigen Licht strahl, der durch das einzige kleine Fenster drang, einen Schatten auf die Wand warf. Und da wusste ich Bescheid. Was wussten sie? hakte die junge Frauenstimme nach. Ich wusste, dass er irgendwo da draußen war. Und ich wusste, dass er uns bald an die Gestapo verschachern würde. Das wusste ich einfach. Ich muss wohl zusammengezuckt sein oder nach Luft geschnappt haben oder so, denn Hansi versicherte, nein, keine Sorge, ich habe ihn bezahlt und er wird uns in Ruhe lassen. Aber das habe ich nicht geglaubt und Hansi wohl genauso wenig. Dieser Mann, derjenige, dem er begegnet war, der uns verraten hat? Ja. Woher kannte er? Ich nehme an, vom Gymnasium. Kein Klassenkamerad von Hansi, sondern jemand, der vielleicht ein paar Jahre älter war als er. So musste es wohl gewesen sein, denn ganz gegen seine Gewohnheit fluchte mein Bruder und ich weiß noch, wie er sagte, es wäre besser gewesen, er hätte niemals schreiben und lesen gelernt. Sophie Mirstin schwieg einen Moment, dann fügte sie in hartem Ton hinzu. Er wusste es. In jener Nacht im Dunkeln. Ich entsinne mich, wie einmal wieder in Tempelhof die Bomben herunter kamen. Wir hörten es zuerst aus einiger Entfernung, dann näher. Normalerweise machte mir das Angst, aber nicht in dieser Nacht. Ich weiß noch, wie ich in dieser Nacht gebetet habe, dass sie möglichst eins der britischen Kampfflugzeuge abschießen sollten, so dass es seine Ladung einfach fallen ließ und kurzen Prozess mit uns machte. Ich hatte nur noch den Wunsch, dass es endlich vorbei ist. Leise fuhr sie mit ihrer Erzählung fort. Hansi wusste es, ich wusste es, und ich nehme an, auch Mama und Papa war klar, dass unser Tod praktisch besiegelt war. In jenem Augenblick, da er meinem Bruder durch die Stadt gefolgt war, an jeder Haltestelle der Straßenbahn, mit jedem Schritt auf dem Bürgersteig, da waren wir schon tot. Jede Sekunde, die er uns ausgespäht, die er auf den richtigen Moment gewartet hatte, tot. Wir waren praktisch tot, als er meinen Bruder in einem dunklen Winkel einer Seitenstraße stellte und ihm wie eine Schlange ins Ohr zischte. Jut, ich kenn dich. Als Hansi ihn um Nachsicht anflehte, waren wir längst tot, wir waren schon tot, als Hansi ihm den Ring und das Geld überreichte, das wir noch hatten, und als er ihm die große Lüge auftischte, uns zu verschonen. Nein, nein, wir waren alle schon tot, auch wenn er vorgab, unser Leben zu schonen. Sophie Milstein verstummte. Vor Zorn hatte sich ihr Gesicht gerötet und sie atmete schnell. Aber sie haben überlebt, Sophie, warf Esther leise ein. Sophie Milstein knifft die Augen zusammen und ihre Stimme klang heiser, als sie erwiderte, »Ich hätte überlebt. Glauben Sie, wer das durchgemacht hat, der überlebt?« Sie haben keine Ahnung. Innerlich sind wir alle gestorben. Mag sein, dass der Körper es überstanden hat. Mag sein, dass wir noch atmen konnten. Mag sein, dass wir weiter jeden Morgen aufwachten und das Tageslicht sahen. »Aber innerlich waren wir tot.« »Tot?« »Sophie, das ist nicht wahr,« wandte die junge Frau behutsam ein. »Sie haben überlebt. Andere haben überlebt. Das hatte einen Sinn. Es war wichtig, dass sie leben.« Sophie Milstein setzte zu einer Antwort an, überlegte es sich jedoch anders. Wieder standen ihr die Tränen in den Augen. »Ist tut mir so leid, Hansi,« entschuldigte sie sich langsam. »Es tut mir so leid, Mama und Papa. Für alle, die gestorben sind, tut es mir so leid.« Sie holte tief Luft und nickte. »Este, Sie haben recht, ich habe das Leben geliebt. Vielleicht ist das kein perfektes Leben gewesen, vielleicht hätte ich einiges, was ich habe besser nicht getan oder auch einige Dinge besser nicht ausgesprochen. Aber was geschehen ist, das kann ich nicht ungeschehen machen, nicht wahr? Nein, das können sie nicht. Sophie Mirstin wollte etwas sagen, dachte jedoch plötzlich angestrengt nach, bevor sie schließlich flüsterte. Und wenn man bedenkt, dass er einer von uns war. Sie schüttelte den Kopf. Ich brauche eine Pause. Sophie, das ist wichtig. Was ist mit dem Mann, der sie verraten hat? Wir müssen mehr über ihn erfahren. Ich weiß, tut mir leid, vielleicht morgen oder nächste Woche. Aber ich muss erst einmal an angenehmere Dinge denken, Esther, denn manchmal habe ich das Gefühl, dass mir bei diesen Erinnerungen das Herz stehen bleibt. Einen Moment lang herrschte Schweigen, dann erwiderte die Stimme der jungen Frau, selbstverständlich Sophie, es hat ja keine Eile. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Dann, bevor der Bildschirm schwarz wurde, erschien erneut eine blaue Tafel mit einem Datum und einer Dokumentennummer. Esther Weiss schaltete den Fernseher aus und schüttelte den Kopf. Ich habe mich geirrt, gab sie zu. Sie hatte verdammt. Sie seufzte und blickte Simon Winter von der Seite an. Das ist also alles, was wir haben. Ihr Bruder hat den Greifer bestochen, vielleicht ein früherer Schulkamerad, ein Lehrer, wer weiß. Es war nicht so, als ob die Mehrzahl der guten deutschen Juden versteckt hat, gegen Geld, aber es hat nicht funktioniert. Sie wurden trotzdem denunziert, denunziert und in den Tod geschickt. Hilft Ihnen das? Vielleicht. Er dachte angestrengt nach und versuchte das, was er gehört hatte, einzuordnen. Er rief sich ins Gedächtnis zurück, was Sophie Milstein gesagt hatte, als sie am Tag ihres Todes an seine Wohnung geklopft hatte. Ich habe ihn nur diesen einen Moment gesehen. Könnte ich mich vielleicht irren? Kann man ein solches Gesicht je vergessen? fragte er sich plötzlich. Würdest du dieses Gesicht wieder erkennen, egal wie kurz du es an jenem Tag vor fünfzig Jahren gesehen hast? Egal wie sehr es gealtert ist? Könntest du es jemals vergessen? Die Antwort fiel nicht schwer. Nein. Dann drehte er die Gleichung im Gedanken um. Würde der Mann mit diesem Gesicht je vergessen, was er damals getan hat? Nein. Die junge Frau zögerte. Winter bemerkte ihren nachdenklichen Blick, als sie sagte, Wissen Sie, was seltsam ist? Darüber wollte sie in der Nacht sprechen, in der sie ermordet wurde. Was? Sie hat auf dem Anruf Beantworter des Holocaust Center eine Nachricht hinterlassen, nach Büroschluss, als niemand mehr hier war. Sie erklärte nur, sie würde vorbeikommen, um über ihre Verhaftung zu reden. Was genau hat sie gesagt? Nur das? Ganz kurz. Haben sie es weiter? Ich habe die Polizei angerufen. Die schienen nicht sonderlich interessiert. Winter nickte. Sie glauben, ein Drogensüchtiger oder so hätte sie getötet. Jemand, den sie mit einer Reihe anderer Einbrüche in der Umgebung von Sophies Wohnung in Verbindung bringen. Das haben sie mir auch erzählt, bestätigte sie. Aber ihnen macht doch etwas zu schaffen, Mr. Winter. Sie glauben das nicht? Er schwieg. Er musste daran denken, wie Sophie Mirstein plötzlich ein paar Brocken Deutsch herausgerutscht waren. Ich hatte keinen blassen Schimmer, dachte er. All die Jahre, in denen ich sie kommen und gehen sah, in denen ich ihr im Sunshine Arms direkt gegenüber wohnte, hatte ich keine Ahnung. Toller Ermittler, dachte er. Natürlich glaube ich ihnen, meinte Winter gedehnt. Weshalb sind sie dann hergekommen, Mr. Winter, wollte die junge Frau wissen. Ihm ging es immer noch nicht aus dem Kopf, wie dumm er gewesen war. All die Jahre bei der Polizei, Tag ein, Tag aus, jede Form von Mord und Totschlag, und dann schleicht sich der Tod sozusagen durch die Hintertür ins Sunshine Arms, nachdem er selbst zur Pistole gegriffen hatte, um seinem eigenen Leben ein Ende zu machen. Aus vierer Boshaftigkeit hatte der Tod sich den Falschen geholt, nicht ihn, sondern seine Nachbarin. Ich bin hergekommen, entgegnete er in schneidendem Ton, weil jemand einen mir nahestehenden Menschen ermordet hat. Er wandte den Blick hastig zum Fenster, als könnte der strahlende Sonnenschein, durch die Scheiben drang, die Nebelschwaden in seinem Innern verdunsten. In der Nacht, in der sie starb, sagte er und wählte jedes Wort mit Bedacht. Als sie hier anrief, hat sie daher den Begriff »der Schattenmann« benutzt. Weiss schüttelte den Kopf. Nein, nicht, dass ich wüsste. Der Schattenmann... Nein, daran würde ich mich erinnern. Simon Winter biss die Zähne zusammen. Sagt ihnen das irgendetwas? Auf Anhieb nicht, aber das könnte der Greifer gewesen sein. Das wäre durchaus plausibel. Die hatten alle irgendwelche Pseudonyme und Decknamen und sie beschreibt, wie ihr Bruder die Hand hebt. Hat irgendjemand von diesen Leuten den Krieg überlebt? Vielleicht ein oder zwei. Eine Frau haben die Russen vor Gericht gestellt, sie kam für einige Zeit hinter Gitter und seitdem lebt sie unbehelligt in Deutschland. Und die anderen? Die verschwanden in den KZs oder in den Trümmern. Wer weiß? Richtig, dachte Simon Winter, das ist die Frage. Die hilfreiche Hand Walter Robinson gab Gas und folgte dem Bus der Linie G75 über den Julia Tuttle Causeway, der von Miami Beach zum Zentrum von Miami fuhr. Es war Mittag. Er beobachtete, wie der Bus die dreispurige Autobahn hinauf ächzte, während die sengende Hitze gleich einem Schwamm eine Wolke Auspuffgase aufsaugte. Miami ist eine langgestreckte Stadt. Endlos dehnt sie sich von Süden nach Norden die Küste entlang und schmiegt sich in ihrem ungebremsten Ausdehnungsdrang an die Umrisse der Biscayne Bay. Nicht nur das Bild, das die Metropole der Welt bietet, scheint vom glitzernden azurblauen Wasser inspiriert. Vielmehr hat es den Anschein, als hinge ihr inneres Gleichgewicht vom Rhythmus des Ozeans ab. Seit einigen Jahren dringt die Stadt zudem Richtung Westen in die endlosen Sumpfgebiete der Everglades vor. Bauprojekte und Einkaufszentren wachsen wie ein Geschwür nach dem Anderen aus der Ebene. Doch diese Entwicklung gehört zu den oft turbulenten Verwerfungen im Leben einer Metropole. Bei alledem bleibt Miami in seinem Wesenskern eine Küstenstadt, deren Herz im Takt der Wogen schlägt. Walter Robinson allerdings hasste das Wasser. Zwar genoss er das Panorama und kam, besonders wenn er über einem Fall brütete, immer wieder her. Er hatte schon lange herausgefunden, dass der Rhythmus der See, das monotone Geräusch der Wellen am Strand, auf subtile Weise dabei half, das Wesentliche vom Beiwerk zu scheiden und seine Überlegungen zu ordnen. So hatte er die Weite des Ozeans und der Küste als Katalysator zu schätzen gelernt. Sein Hass hingegen war eher politischer Natur. In seinen Augen hatte das Wasser immer den Reichen gehört. Miami kann sich Dutzender Docks, Yacht, Häfen und Slip-Anlagen rühmen, während man in Strandnähe vergeblich Viertel sucht, in denen eine nennenswerte Anzahl Schwarzer lebt. Dies war ihm bereits in jungen Jahren bewusst geworden, wann immer er von der Armut des sogenannten Black Grove durch Viertel mit zunehmendem Wohlstand bis ans Wasser lief, wo er von Ferne zusah, wie betuchte, einflussreiche Weiße mit ihren Segeljachten, Motorbooten oder großen Kabinenkreuzern ablegten, um auf dem Weg aufs offene Meer den Küstenstreifen entlang zu gleiten. Als einsamer Beobachter war er sich schon immer bewusst gewesen, dass er sich durch seine Hautfarbe von praktisch allen unterschied, die dem Wasser zustrebten. Einmal hatte er sich bei seiner Mutter, die als Grundschullehrerin arbeitete, darüber beschwert und zur Antwort bekommen, wenn es ihn weiter regelmäßig nach Dade County züge, müsse er schwimmen lernen. Erst als Erwachsener war ihm klar geworden, dass viele seiner Schulkameraden die Mühe nicht für Wert befunden hatten. So eingefleischt war das Vorurteil, das Wasser gehöre anderen und nicht ihnen. Folglich hatte sich Walter Robinson gezwungen, ein ausgezeichneter Schwimmer zu werden. Schnell, kräftig und außerdem unerschrocken, wenn die Meeresströmungen gefährlich wurden und bedenklich an ihm zerrten. Während er mit hohem Tempo die Dammstraße entlang fuhr, um den Bus nicht aus den Augen zu verlieren, spähte er immer wieder über die Bucht, die zu beiden Seiten Beach und Liberty City hatte stets etwas Irritierendes für ihn. Die Bucht schien der Verwahrlosung, die nur eine halbe Meile landeinwärts wartete, zu spotten. Nur sechs, vielleicht auch neun Häuserblocks weiter, und die Erinnerung an das kühle blaue Wasser verdunstete in der erbarmungslosen staubigen Hitze. Als der G-75-Bus in einer weiteren schmutzig-grauen Auspuffwolke das Tempo drosselte, bevor er in einer Ausfahrt abbog und ins Zentrum der City eintauchte, folgte er ihm dicht auf. Auch wenn es niemand laut aussprach, diente der G-75 nur einem einzigen Zweck. Er drehte seine Runde zwischen einem halben Dutzend Haltestellen in Liberty City und ähnlich vielen Stationen in Miami Beach, um die Putzfrauen und Tellerwäscher, die Gartengehilfen, sowie die eine oder andere private Krankenpflegerin in aller Herrgotts früher aus der City durch Hitze und Staub zu ihren anspruchsvollen, schlecht bezahlten Jobs zu fahren und sie am Abend schwankend und geräuschvoll über den Damm wieder nach Hause zu karren. Auf dem Beifahrersitz hatte Walter Robinson eine Straßenkarte ausgebreitet und während der Bus sich die 22nd Avenue entlang wand, markierte er die Position jedes Pfand Leiers und jedes Ladens der Schecks einlöste. Beide Branchen waren in dieser Gegend deprimierend zahlreich vertreten, mindestens mit einem Geschäft pro Häuserblock. Besonders interessierte er sich für die Pfand Leier. Wenn er nur wüsste, welcher wer von ihnen hatte mitten in der Nacht geöffnet. Zu wem schlich man sich unauffällig und schüttelte die letzten Anzeichen der Panik ab? Mit wem wurde man sich schnell handelseinig und blieb von lästigen Fragen verschont. Er konnte nur aufgrund seiner polizeilichen Erfahrung spekulieren. Ein gewiefter Einbrecher, so viel wusste er, griff regelmäßig auf einen erprobten Hehler zurück. Irgendeine zwielichtige Geschäftsperson, der er vertraute. Ein Hehler wäre außerdem in der Lage, auch teurere Schmuckstücke an den Mann zu bringen und einen höheren Preis dafür zu bezahlen. Andererseits wäre ein professioneller Hehler nicht so dumm, sich mit einem überdrehten, labilen Crack-Süchtigen einzulassen. Folglich, nahm er an, verfügte seine Zielperson über keine feste Anlaufstelle, zu der er sein Diebesgut bringen konnte, um einigermaßen regelmäßige Einkünfte zu erzielen. Robinson fuhr weiter und führte Selbstgespräche. Nein, mein Freund, deine Nerven haben geflattert, nicht wahr? Und du hattest nichts eiligeres im Sinn, als so viel wie möglich von deiner Beute so schnell wie möglich loszuwerden. Also war ein Pfandlei-Haus genau das Richtige. Eins, von dem du wusstest, dass es zwei Sorten von Büchern führte. Eines, das dir ohne irgendwelche Fragen ein paar Zehner und Zwanziger auszahlte. Nicht genug, um dich reich zu machen, aber genug, um dich hei zu machen. Habe ich recht, mein Freund? An der Route G75 Laden sieben solcher Geschäfte. Mit einem Grinsen auf den Lippen parkte Walter Robinson den Wagen. Du hattest auch bestimmt keine Lust, allzu weit zu laufen, oder? Du wolltest das Zeug nur möglichst schnell über die Ladentheke schieben, Bares kassieren und möglichst schnell vergessen, welche Grenze du überschritten hattest. Du weißt schon, welche Grenze ich meine, die zwischen einem einfachen Gauner, einem Dieb und einem Schwerverbrecher und damit die Schwelle zum Todestrakt in Rayford Prison, wo du dich dann an den Kopf fasst und fragst, was am Leben eigentlich so toll ist, weil du es bald verlieren wirst. Robinson stieg aus und war am selben Augenblick von einer Hitzewolke eingehüllt, die aus dem Asphalt dampfte. Er schloss sein Fahrzeug ab und summte die Melodie eines Songs. Er holte tief Luft und dachte, nein, mein Freund, du hast keine Ahnung, wie dicht ich dir auf den Fersen bin, aber das bin ich, ganz dicht an dir dran, und ich komme dir immer näher, und bald hab ich dich an den Eiern, ohne dass du es vorher merkst. Er blieb einen Moment stehen und musterte ein niedriges Wohngebäude direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite. Auf einem dreckigen braunen Stück Erde zwischen den asphaltierten Bürgersteigen spielten drei kleine Kinder mit einem grellrosafarbenen Plastikdreirad. Dahinter schlossen sich zweistöckige, rechteckige Wohnblocks an. Der verblassene weiße Anstrich an den Wänden war von Graffiti übersät. Die meisten Türen und Fenster standen offen, sodass die drückende Schwüle ungehindert eindringen konnte. Falls es Klimaanlagen gab, waren sie entweder defekt oder schluckten zu teuren Strom. Gelegentlich erhob sich eine laute wütende Stimme und schickte ein paar Kraftausdrücke in die heiße Luft über den Kindern, die unbeeindruckt weiterspielten. Robinson wusste, dass sich im Laufe des Abends in die lauten Stimmen das unvermeidliche Klirren von Schnapsflaschen und gelegentlich auch Schüsse mischen würden. Während er unschlüssig dastand, hielten zwei der Kinder beim Spielen inne und sahen zu ihm hinüber. Sie zeigten mit dem Finger auf ihn und erst jetzt wurde ihm bewusst, wie er in seinem beige farbenen Anzug mit Hemd und Krawatte sowie glänzend geputzten Schuhen aus dem Rahmen fiel. Für eine Weile starrten die Kinder ihn an, dann steckten sie kurz die Köpfe zusammen und spielten schließlich weiter. Er schüttelte den Kopf und dachte, ganze sieben Jahre alt und schon wittern sie den Kopf. Wird in zehn Jahren ein Polizist herkommen und mit gezogener Pistole nach innen suchen? Er ersparte sich die Antwort. Er sah sich nach jemandem um, der die Kinder beaufsichtigte, konnte aber niemanden entdecken. Als ich in dem Alter war, hat wenigstens meine Mutter auf mich aufgepasst, dachte er. Bei der Erinnerung fühlte er sich einsam und deprimiert, und so besann er sich schnell auf den Zweck seines Ausflugs. Ein kurzer Windstoß wirbelte nur den Staub zu seinen Füßen auf. Er setzte sich in Bewegung und steuerte den ersten Pfandleiher im Block an. Vor der Tür blieb er einen Moment stehen. Als er gerade nach der Klinke griff, hörte er, wie hinter ihm ein Wagen am Rindstein hielt, und er drehte sich blitzschnell um. Es war ein weißer Streifen Wagen der städtischen Polizei von Miami. Die kühle Haube reflektierte das Sonnenlicht und blendete ihn. Eine Scheibe wurde heruntergekurbelt und er hörte eine vertraute Stimme. Sollte uns tatsächlich der berühmte Detektive von Miami Beach die Ehre geben und in unserem Revier rumschnüffeln? Walter Robinson legte schützend die Hand über die Augen und konterte prompt, Das kommt davon, wenn ihr Schlafmützen und nichts nutze eure schlimmen Finger zu uns entwischen lasst, so dass ihr Fragen herantrat, frotzelte eine andere Stimme, naja, besser bei euch als bei uns, so viel ist sicher. Die Tür ging auf und ein Hühnel von einem schwarzen Mann in der marine blauen Uniform der Stadtpolizei mit den Streifen eines Sergeant auf der Schulter wand sich heraus. Hey, Walter, Mann, was geht ab? Kann ich was redest du da von Kauderwelsch, John? fragte Robinson grinsend und betonte den Vornamen des Mannes. Juan, wenn's recht ist, und nicht John. Ich hoffe, das geht endlich mal in deinem Schädel, du großer schwarzer Gringo. Du bist kein bisschen besser als mein Partner hier. Eines Tages, du wirst schon sehen, es ist die Nationalsprache, Mann, und wir werden euch zwingen, sie zu sprechen. Die drei Männer lachten Lionel Anderson und Walter Robinson wusste, dass er sich auf der Straße den Titel Lion Man erworben hatte, was er neben seiner imposanten Statur seiner kompromisslosen Haltung zu verdanken hatte. Er hatte gemeinsam mit Robinson die Akademie besucht und dasselbe galt für Juan Rodriguez seinen Partner. Kannst du mir irgendeinen vernünftigen Grund nennen, sich die Gegend hier anzutun? entgegnete Robinson. Vielleicht vermisst du dir das Flair, den Gemeinschaftsgeist und die Gesinnung. Ich denke, es ist die Küche, Partner. Der Detective bekommt da draußen in Miami Beach kein einständiges Soulfood. Er kann die Hühnersuppe und die Matzenknödel nicht mehr riechen. Er braucht eine ordentliche Schweinsachse mit Kohl. Mag ja sein, antwortete Lionel Anderson. Schmeckt jedenfalls zehnmal besser als diese gebratenen Bananendinger, die du ständig runterschlingst und mir auch noch aufs Auge drücken willst. Widerliches Zeug. Kochbananen sind gut für dich, helfen dir, eine Fremdsprache zu lernen und eine ganze Kultur zu verstehen. Robinson schüttelte den Kopf und wandte ein. Was redest du da, Juan? Der Lionel versteht doch nicht mal seine eigene und du verlangst von ihm, dass er noch eine lernt? Eine neue? Na ja, Walt Amigo, das ist ein Argument. Die drei Männer mussten wieder lachen. Also, meinte Anderson einem zweiten Anlauf, was treibt dich hier ins idyllische Liberty City? Habt was von diesem Mord mitbekommen, den wir vorgestern Nacht hatten? Die kleine alte Frau? Genau. Hab meinen Handzettel bekommen. Gestohlener Schmuck kam aus deinem Büro. Das ist der Fall. Ich vermute, dass der Täter mit dem G-75 hin und wieder zurückgefahren ist. Du meinst, er hat den Buß genommen, um jemanden umzubringen? Ich bin nicht sicher, ob er mit der Absicht kam, jemanden umzubringen. In den letzten Wochen ist er mit einfachen Brüchen davon gekommen. Das vorgestern Nacht war ein bisschen mehr als ein gewöhnlicher Einbruch, was? Kannst du laut sagen? Aber ich nehme an, er musste hinterher trotzdem zurück, nur dass die heiße Ware, die er normalerweise mit sich rumträgt, diesmal um einiges heißer ist. Könnte ihm fast ein Loch an die Hosentasche gebrannt haben. Und deshalb führte Rodrigues den Gedanken zu Ende. Meinst du, ist er aus dem Bus gesprungen, um das Zeug so schnell wie möglich loszuwerden, egal wie viel er dafür kriegt? Du hast es erfasst, Klingt logisch. Ich meine nicht für jemanden, in der bei klarem Verstand ist, aber in dieser Welt sicher, warum nicht? Deswegen, fuhr Robinson fort, suche ich nach einem Laden, der es mit den Öffnungszeiten großzügig hält, versteht ihr? Der vielleicht noch mitten in der Nacht auf hat. Lionel Anderson und Juan Rodriguez tauschten einen kurzen Blick. Dann sagten sie fast wie aus einem Munde »The Helping Hand«. Wie? Das Pfandleihhaus. The Helping Hand. Drei Häuserblocks »Toller Name, was?« bemerkte Rodriguez. Anderson schüttelte den Kopf. »Kollegen in meiner Schicht haben sich vielleicht drei, viermal über diesen Typen beschwert, der den Laden führt. Sie sagen, er hat zu den seltsamsten Zeiten geöffnet, praktisch rund um die Uhr, und die sind ja nicht blöd, die wissen, was er heißt. Na, jedenfalls heißt der Eigentümer Reginal Johnson. Hat ein Mädel, Georgia, aber das kaufe ich ihm nicht ab, und auch sonst keiner hier in der Gegend. Kein Mensch hat eine Nichte, die wie Yolanda aussieht. Sie ist dieser Typ Kindfrau, lässt keine Wünsche offen. Titten, die nach Norden zeigen, hinter einer Süden, lange Beine und zwischen denen was ganz Besonderes möchte ich wetten. Jedenfalls wird gemunkelt, er versucht, sein Warenangebot ein bisschen auszuweiten. Ist jedes Mal das Verfahren bis ins nächste Jahrhundert zu verschleppen. Verlegt sie von einem Gericht zum anderen und redet sich am Ende jedes Mal auf Verwahrung von Diebesgut raus. Dann zahlt er sein Bußgeld, ist wieder im Geschäft und hält sich für bedeutend schlauer als die Cops, den Staatsanwalt und den Rest der Welt. Hat mir sagen lassen, er ist ein neues Haus mit einer Menge Möbel gezogen, weil Yolanda sich ein richtiges Zuhause wünscht. Außerdem soll er für die kleinen Auge auf einen neuen Buick geworfen haben. So einen roten Schlitten. Echter Knaller! Also Walter, ich wünschte, ich hätte eine Nichte, die dasselbe tut wie die Kleine. Der Polizist lachte und sein Partner fiel grinsend ein, während er nickte und sich auf die Schenkel klopfte. Yolanda? Naja, sie mag keine große Leuchte sein, aber sicher kann sie zwei und zwei zusammenzählen und sie ist nicht blind. Bestimmt bekommen sie ziemlich schnell Geschmack an den schöneren Dingen. Ach, kann das Leben angenehm sein, fügte Juan Rodriguez hinzu. Und natürlich kosten diese Dinge Geld. Lionel Anderson verdrehte die Augen zum Himmel und reckte die Hände in die Höhe, als betete er um einen warmen Regen. Ich denke, ich bin im Bilder. Rodriguez grinste. Würde mich freuen, wenn du ihm diese netten kleinen Nebenverdienst vermassern könntest. Und falls ein Täter hierher gekommen ist, dann hat ihm mit Sicherheit seinen Weg als erstes zur Helping Hand geführt. Da wäre allerdings ein Problem. Nämlich? Ich glaube, der Adredenelt hat kapiert, dass er diesen gestollenen Scheiß nicht allzu lange in seinem Laden rumliegen lassen darf, weil selbst wir Vollidioten von der Polizei bei ihm danach herumschnüffeln werden. Ich habe keinen Schimmer, was für Kontakte er hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Kram schnellstens wieder loswerden will. Lionel Anderson nickte. Kann sein, dass du zu spät kommst, um das Zeug im Laden zu finden, und für ein Bauchgefühl gibt's kein Durchsuchungsbefehl. Der große Mann lächelte seinem Partner zu. Kann trotzdem nicht schaden, diesem Bruder hier ein bisschen unter die Arme zu greifen und dem alten Reginald Dampf unterm Hintern zu machen. Vielleicht versteht er sogar den Unterschied zwischen Verwahrung von Diebesgut und Beihilfe zum Mord. Vielleicht können wir bei ihm ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Walter Robinson ließ sich von den amüsanten Spielchen seiner beiden Kollegen in Uniform zu einem Lächeln hinreißen, auch wenn er sich innerlich plötzlich hart und unerbittlich fühlte und hoffte, auf der richtigen Spur zu sein. Geht vor, sagte er ruhig. The Helping Hand besaß nur eine schmale Ladenfront, deren Fenster sich hinter dicken, schwarzen Gitterstäben versteckten. Die Eingangstür war stahlverstärkt und mit mehreren Riegelschlössern gesichert, so, dass der Zugang zu dem Pfandleihhaus die einladende Atmosphäre einer besonders düsteren mittelalterlichen Festung verströmte. Walter Robinson registrierte eine Reihe Spiegel, die verhinderten, dass ein Neuankömmling sich in irgendeinem dunklen Winkel des Ladens verstecken konnte. Kaum ging die Tür auf, schaltete sich eine Videokamera ein, die neben dem Eingang platziert war, worauf Juan Rodriguez augenblicklich hinwies. »Hey, Reginald, mein Freund«, rief der drahtige Polizist in übertrieben freundlichem Ton. »Echt raffiniert das Teil da oben. Hightech vom Feinstein gefällt mir echt. Muy bien. Ich muss mein Zeug beschützen«, bemerkte eine mürrische Stimme hinter der Theke. Reginald Johnson war ein kleiner, untersetzter Mann, der ihnen aus seinen engstehenden Augen finster entgegenblickte und dessen Bodybuilder Arme fast den Stoff seines Sporthemds sprengten. An der rechten Hüfte trug er eine 9-Millimeter-Pistole in einem Holster, um potenziellen Kunden sofort jedwede Flausen auszutreiben, und Robinson vermutete, dass außerdem in seiner Reichweite in einem Fach unter der Theke noch eine Schrotflinte bereit lag. »Was wollt ihr hier?« fragte Johnson. »Wenn ihr den Laden durchsuchen wollt, braucht ihr einen Wisch vom Richter. »Aber nicht doch, Reggie, wir gucken uns nur deine Ware an, wir sehen einfach gerne, was man in der Gegend zu kaufen kann.« »Unsere Art, für eine gute Beziehung zwischen Polizei und Bevölkerung zu sorgen,« erklärte Juan Rodriguez mit beißendem Spott. »Zum Beispiel diese Vitrine da mit all den Knarren, Reggie. Du kannst zweifellos zu jeder davon die entsprechenden Papiere vorzeigen, nicht wahr, der Junge?« Rodriguez trommelte mit den Fingern auf einer Glasfläche der Theke. »Scheiße!« brummte der Ladenbesitzer. »Reggie, soll ich für dich die Unterlagen aus dem Safe holen?« Die Frage wurde aus dem abgedunkelten Hinterzimmer des Pfandleihhauses geflötet. »Diese liebliche Stimme kann nur Jolanda gehören,« flüsterte Lionel Anderson Robinson zu. »Hey Süße, komm doch mal raus und sag meinem Partner und mir guten Tag.« »Jolanda?« warnte Regina Johnson hastig, aber nicht schnell genug. »Ist das Sergeant Lion Man?« wollte sie wissen und trat im selben Moment ins Neonlicht des Ladens. Walter Robinson sah auf den ersten Blick, dass sein alter Freund bei Jolandas offensichtlichen Vorzügen nicht übertrieben hatte. Ihre Nachtschwarze Mähne fiel ihr in Kaskaden über die kakaofarbenen Schultern. Sie trug ein enges, weißes T-Shirt mit V-Ausschnitt, das den Blick magisch auf ihr Dekolleté lenkte, und sie lächelte Lionel Anderson entgegen, der wie gebannt auf ihre üppigen Rundungen starrte. »Sergeant, wie kommt es, dass wir sie kaum noch zu sehen bekommen?« fragte sie. »Ich hab sie vermisst?« Anderson blickte zur Decke, als erhoffte er sich von dort die Antwort. »Na ja, Herzblatt, wenn ich wüsste, dass du dich nach der Gesellschaft dieses alten Polizisten sehnst, dann bekämst du den besten Polizeischutz, den diese Stadt zu bieten hat. Ist dir das klar? Ich meine, rund um die Uhr. Vierundzwanzig Stunden Polizeischutz.« Yolanda lachte und schüttelte den Kopf. Walter Robinson fragte sich, ob sie vierzehn oder vierundzwanzig war. Beides lag im Bereich des Möglichen. Yolanda, geh und hol diese Papiere aus dem Safe, harrschte Regina Johnson sie an. Die junge Frau drehte sich missmutig zu ihm um. »Ich hab dich doch schon gefragt, ob ich sie holen soll, konterte sie. Bring sie her, damit die Kops verschwinden. Geh ja schon. Los, bewegt dein Arschmädchen. Ich sag doch, ich bin schon unterwegs. Lionel Anderson. Sekündchen, Sergeant Lionman. Dann warf sie einen Blick auf Walter Robinson. Wusste gar nicht, dass sie und ihr kleiner Partner ein gut aus ihren Freund zu Besuch mitbringen würden, fügte sie hinzu. Ich bin Walter Robinson, Kripo Miami Beach. Miami Beach, wiederholte Yolanda nachdenklich, als Reggie ist noch nie mit mir dahin gefahren, um die Wellen zu sehen. Ist bestimmt wunderschön, oder, Mr. Detective? Es hat seine Reize, erwiderte Robinson. Siehste, Reggie, sage ich doch, meinte Yolanda und warf einen vorwurfsvollen Blick auf den Ladenbesitzer. Yolanda! schnauzte Johnson, doch wiederum vergeblich. Kleiner Partner, kleiner Partner, Yolanda, du brichst mir Rodrigues grinsend. Auch wenn ich vielleicht kein solches Muskelpaket bin wie der da, weißt du einfach nicht, was du an mir hättest. Schon mal was von Latin Lovers gehört? Das ist mir neu, die junge Frau lächelte Rodrigues an. Und ich möchte wetten, du würdest es mir gern beweisen. Rodrigues schlug sich ergriffen mit beiden Händen ans Herz und Yolanda lachte. Yolanda, geh und hol diese Papriere, zischte Reginald Johnson durch die Zähne. Er stapfte quer durch den Laden, packte sie am Arm und drehte sie in Richtung eines Hinterzimmers, das mit Maschendraht und einem dreifachen Schloss gesichert war. Ich hab nichts Unrechtes getan, beharrte der Pfandleier stur, und hören Sie auf Yolanda an zu machen. Ihre Nächte, rief ihm Anderson ins Gedächtnis. Johnson sah ihn wieder finster an. Walter Robinson fing an, langsam den kleinen Laden abzuschreiten und sich die Waren in den Vitrinen anzusehen. Eine schwindelerregende Ansammlung von Waffen, Kameras, Tischgrills, Kassettenrekordern, Besteck, einem Waffeleisen, mehreren Gitarren und Saxophonen sowie gelegentlichen Töpfen und Pfannen. Das Beiwerk des Lebens, dachte der Detective. Als er eine Vitrine mit Schmuck entdeckte, ging er schnell hinüber und machte sich daran, jeden Ohrring, jede Halskette und jedes Armband zu überprüfen. Er zog den Handzettel heraus, den er vorbereitet hatte und glich die Beschreibung der aus Sophie Milsteins Wohnung gestohlenen Gegenstände mit dem Inhalt der Vitrine ab. Reginald Johnson gesellte sich zu Robinson, lehnte sich über die Theke und sagte leise doch in stahlhartem Ton »Ich habe auch zu all diesem Scheiß hier unterlagen, Detective. Sie werden das, wonach Sie suchen, hier nicht finden. Ach, tatsächlich«, erwiderte Robinson ebenso leise und kalt. »Tatsächlich«, »Tatsächlich«,